liebe zuschauer ein herzliches willkommen bei blaupause tv und zur ersten zeitqualität in diesem neuen jahr für uns ist es noch das alte jahr wir leben also noch ein bisschen in der zeitblase aufnahmedatum ist der 19.12 wir sind also quasi direkt vor jahresende wir wollen aber in dieser sendung natürlich einen jahresrückblick wagen wir wollen auch ein bisschen aus dem privaten natürlich mit euch sprechen wie ist es uns ergangen wie ist es im blaubeerwald ergangen was ja damit ihr einfach mal so ein bisschen gefühl bekommt wie gehen eigentlich wir mit der ganzen sache um dann werden wir natürlich auf jeden fall auch noch mal eine abschließende analyse machen was erwarten wir eigentlich für 2021 gibt es da irgendwelche dinge die schon im raum stehen im mond stehen könnte man noch sagen ja lasst euch da einfach überraschen was da noch an infos kommt weitere thema man natürlich auch vor wir gehen noch mal ein bisschen in die historie rein was war denn eigentlich 2020 für ein jahr und wir wollen dabei nicht natürlich nicht nur alte themen nur wieder können sondern wollen wieder versuchen ein bisschen mehr pep und vielleicht noch ein paar einzelne informationen zu ergänzen die vielleicht in der ein oder anderen sendung untergegangen sind generell möchte ich mich mal noch bei allen bei euch bedanken für ein wunderbares jahr 2020 wir haben sehr viele rückmeldungen bekommen auch der martin hat sehr viele rückmeldungen bekommen für unsere sendungen sie scheinen ja immer wieder gut anzukommen und wir wollen im nächsten jahr auch das format ein bisschen refreshen würde man im englischen sagen das heißt der sache wieder ein bisschen mehr spontanität geben weniger vorbereiten und er die gespräche ein bisschen mehr fließen lassen aber es bleibt wichtig dass ihr auch uns natürlich ganz konkrete themen auch vorschlagen könnt denn wir wollen uns natürlich an euch orientieren ja der mond ist immer eine sache und die themen die wir raussuchen die einen die andere aber es darf gerne auch wieder ein bisschen mehr interaktiver sein dass wir ganz konkret auf die dinge eingehen die eigentlich euch betreffen denn es sind ja auch eure zeitqualitäten nicht nur unsere in diesem sinne lasst uns loslegen wir haben jede menge programm vor uns ich begrüße martin herzlich willkommen in der sendung und liebe grüße in den blaubeerwald ja grüß dich patrick ebenso liebe grüße auch natürlich an alle zuschauer die uns treu gesinnt sind und jetzt schon doch fast zwei jahre begleiten mit durch unzählige themen die aber eben brandaktuell sind und wie du schon sagst wir werden das ein bisschen dynamisieren wieder ein bisschen mehr in die spontanität kommen aber ich bin halt jemand ich kriege wenn wir eine sendung gedreht haben kriege ich schon ein paar tage später die input für die nächste sendung das ist natürlich auch viel gesteuert durch die geistige welt und da habe ich natürlich beflissen wie ich bin immer so meine zettel und mein skript aber eben du schaffst es ja auch immer wieder hervorragend patrick dem ganzen eine andere wendung zu geben dass wir dann doch wieder in die mehr in die freie kommunikation gehen aber ich möchte in der heutigen sendung einfach auch noch mal ganz klar hier durch die geschehnisse gehen des vergangenen jahres beispielsweise auch die ankündigungen vorher was wir schon in den jahren zuvor an hinweisen bekommen haben dass das eben passiert und da sagen wir schon auch beim jahr 2020 was für mich ganz klar so ein titel ist das jahr der spaltung also wir haben ja auch eine ganz tolle sendung gemacht die ja hervorragend auch angekommen ist der weltkrieg der magier und ich glaube mittlerweile haben zumindest auf jeden fall alle unsere zuschauer aber auch viele im kollektiv mittlerweile begriffen dass da wirklich ein krieg herrscht und dass da eben ganz viel abgeht und es ist eigentlich ein krieg fiktion gegen realität weil es wird ganz viel mit fiktion gearbeitet ich meine das ist ja schon bekannte größe wenn man den menschen irgendwelche fiktionen gut verkauft dass sie darauf einsteigen damit man sie eben entsprechend geleiten kann und lenken kann aber in dem jahr war das natürlich massiv wie nie zuvor und dieses diese spaltung energie durch die haben wir in allen in themen bereichen unseres lebens und auch unserer gesellschaft einfach wirklich deutlich erfahren können was da alles passiert ist und das ist natürlich das alte prinzip divide et impera also teile und herrsche und das haben sie natürlich wieder mit bravour angewandt und wenn wir das so anschauen was ist alles gespaltet worden auch was jetzt die themenwelten betrifft steht natürlich ganz zuoberst angst versus liebe also die menschen die wirklich über in die angst eingestiegen sind die angst resonanz sozusagen nicht erkennen konnten in sich und voll in diese fiktion des c-theaters eingestiegen sind mit allen implikationen was dazu gehört auf der anderen seite all die menschen die einfach den liebesweg gehen und eben auf der suche sind natürlich dann auch in der spaltung lüge versus wahrheit weil liebe wahrheit gehört zusammen und natürlich angst und lüge gehört genauso zusammen also wir sind jetzt wirklich so was auch die zeitlinien betrifft natürlich er der 1 er der 2 da haben wir in der letzten sendung noch mal ausführlich darüber gesprochen welche kräfte welche eigenschaften und welche themen einfach welche welt dann letztlich erfüllen und da können wir gut sehen eben lüge wahrheit oder auch irrationalität versus logik das ganze thema was wir jetzt erlebt haben in diesem jahr außer vielleicht am anfang wo noch keine wirklich gewusst hat und keine informationen verfügbar waren aber es ging dann sehr schnell dass gerade in den alternativen medien so viele fakten präsentiert wurde dass das ganze theater sowas von unlogisch geworden ist und die widersprüche versus die klarheit eine geballte dynamik einen geballten konflikt generiert hat auch was unrecht und recht betrifft oder infektionsschutz gesetz und gewährsus grundrecht das sind alles so themen auch was immer mehr zugenommen hat und jetzt ganz deutlich sich zeigt ist die staatsgewalt versus dem eigentlichen bevölkerungsschutz also dass es auch überhaupt nicht in korrelation steht oder angebracht ist was jetzt eben die sogenannte staatsgewalt alles durchführt mit ihren zölter truppen der polizei und mit ihren ganzen restriktionen im gegensatz was wäre eigentlich ein echter bevölkerungsschutz wie würde das ausschauen dann haben wir natürlich auch eben staatsgewalt die täterschutz und opfer kriminalisierung das ist auch etwas was wir in diesem jahr erlebt haben das heißt die eigentlichen täter die schaden anrichten werden noch geschützt werden noch unterstützt mit allen möglichen auch rechtlichen maßnahmen aber die opfer selber sprich wir das volk wir werden kriminalisiert dann haben wir auch natürlich das thema gefangenschaft versus freiheit was auch ganz geballt natürlich in den menschen arbeitet aber auch auf unserer kollektiven bühne abgeht lebensunterdrückung versus lebenserhaltung dann haben wir natürlich auch die ganzen opfer retter spiele auf der einen seite da haben wir auch eine tolle sendung darüber gemacht versus schöpfer sein also auch hier all diese themen führen dann letztlich natürlich auf diese spaltung zwischen zeitlinien neue weltordnung versus zeitlinie in ein goldenes neues zeitalter aber das schlimmste eigentlich bei dem ganzen thema oder dass das 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 die tragweite die ist letztlich das mensch gegen mensch aufgebracht wird das heißt dieser konflikt dass jetzt die menschen aufeinander losgehen also es ist nicht mehr so wie das volk gegen die bösen diktatoren oder sonst was sondern dass der eigentliche kampf in den familien tobt in den freundschaften tobt nachbarschaften gemeinschaften die jetzt ganz klar in diese spaltung dynamik kommen es gibt keine diskussionen mehr es ist keine empathie mehr es ist kein treffen mehr zwischen ich bin mensch und ich bin mensch sondern wenn ich bin corona befürworter gegen corona leugner all diese diese spaltungen die ja dann auch wirklich mit sehr gezielten wort generierungen also sprich verschwörungstheoretiker aluhuträger und all diese geschichten eben oder schlafscharf und hypnotisierter massen mensch und 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 da eine ganz extreme spaltung erzeugt wurde in essentiellen lebensthemen und das können wir sagen das war für mich auch 2020 das ja zusammenzufassen ist gar nicht so einfach ich hatte das das kommt sozusagen in den nächsten tagen noch online auch versucht so in wenigen worten für mich zusammenzufassen was was war eigentlich 2020 für mich und es ist mir echt schwer gefallen da irgendwie so einen roten faden zu finden außer eben die vorgetrichterten themen und vorgefilterten themen die uns eben halt beschäftigen sollen und da ist mir auch klar geworden ja es soll uns beschäftigen es soll uns ja ablenken weil auch das c thema ist ja gar nicht das zentrale ding das da hast du gerade wunderbar angesprochen wir können mit klarheit logik mit herzen empfinden sehr schnell rausfinden da ist doch was faul an der sache da müssen wir theoretisch nicht mal eine riesenverschwörung aufmachen wenn wir bei dem thema korruption bleiben machtbestreben von politik und natürlich geld verdienen seitens großer großer industriezweige ja das hat es ja schon immer gegeben da müssen wir theoretisch nicht mal eine verschwörung aufmachen aber und das ist genau der punkt dahinter liegende agendas sind ja genau das worüber wir eigentlich sprechen sollten the great reset war so ein thema auch dieses jahr was haben sie denn eigentlich vor und wenn man das zusammenfasst merkt man ja diese spaltung dieses trennen aufeinander das ist ja eine grundvoraussetzung damit sie genau ihre ideologie verfolgen können weil es wäre ohne gar nicht möglich ja natürlich aber das ist auch ein kampf auf den geist also auch hier wieder es ist ja alles entscheidend weil alles entsteht im geist im bewusstsein in unseren weltbildern und identifikationen und erst dann hat es eine folgewirkung auf unser leben und auf unsere gesellschaft und da sieht man halt dass eben diese ideologische spaltung eigentlich das grundsätzliche ist und dass auch wir menschen so getriggert jetzt wurden oder auch programmiert werden den gegenüber als feind zu sehen das gefahr zu sehen also schon mal diese grundlegende spaltung zwischen den menschen und den dahinter liegenden themen weltbilder und ideologien und wahrheiten oder eben unwahrheiten und das ist eben diese tragweite also man gibt diese ganze pandemie und dieses ganze theater zielt wirklich in die isolation der menschheit also natürlich nicht nur auch durch die restriktionen des social distancings des fuck downs dass die ausgangssperren und 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 das sind dann einfach alles noch kleine puzzle teile oder kleine werkzeuge die dem ganzen eben im großen kontext der spaltung einfach dienen und es ist klar man wissen es alle eine vereinigte menschheit hat er ganz andere dynamik wenn hier eine kohärenz zustande käme was wir ja wissen jahrtausende lang sowieso auch nicht geklappt hat aber jetzt in diesem frontalangriff ich weiß nicht ob man es endkampf nennen soll aber wirklich wo stehen wir und wer sind wir auch natürlich als spezies als gemeinschaft als kollektiv als menschheit und da diese diese spaltungseffekte sind natürlich absolut extrem massiv und ich glaube das haben alle wirklich jeder egal ob er jetzt im c-theater befürworter ist oder eben das ganze durch schaut oder hinter die kulisse schaut trotzdem jeder ist dieser spaltung ausgesetzt gewesen wir selber auch also bei uns hat sich auch einiges geklärt ob das jetzt bekannte freunde sogar freunde oder auch natürlich in bei unseren kunden und so weiter also weil wir haben ja auch also wir haben ja nichts in dem jahr von ruhepause gehabt wir können uns mal zurücklegen und mal sondern das ist bei uns vollgas gewesen also dieses jahr ist abgange ohne ende das einzige wo wir ein bisschen ausgebremst wurden waren mit unseren reisen das hat schon märz angefangen wir wollten auf delphin reise gehen konnten dann nicht weil israel kurz vor abflug dicht gemacht hat wir mussten dann alles umorganisieren hat sich dann aber segen rausgestellt im endeffekt weil dann etwas passiert ist im dolphin rief wo wir gewesen wäre in der woche wo das ganze dolphin rief durch den südsturm zerlegt wurde ganze lat war dann sozusagen im ausnahmezustand also wir hätten sozusagen sowieso die reise gar nicht genießen können das war dann der vorteil aber ansonsten wir hatten ein super intensives seminar nicht nur wegen corona jetzt ja nicht nur wegen corona also ich meine wir haben natürlich extrem viele informationen verarbeitet recherchiert die ganzen sendungen ich weiß gar nicht ich habe sie nicht gezählt wie viele sendungen wir letztlich gemacht haben in diesem jahr sicher 15 bei euch hat es noch mal ganz anders ausgeschaut also was ihr da an sendungen produziert das war ja wirklich ein marathon höchstleistung also hut ab dafür patrick auch ans ganze team von euch aber wir haben es wirklich auch geschafft die seminare durchzuziehen also wir haben immer lösungen gefunden wie können wir die seminare durchführen wir hatten so tolle seminare mit so ich sage jetzt mal motivierten menschen weil durch die ganze drucksituation natürlich der innere entwicklungs dynamik extrem gesteigert wurde das heißt die teilnehmer bei unseren seminaren waren bereit wie nie zuvor in die tiefe zu gehen wirklich in ihre prozesse zu gehen wirklich die 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 kellerräume zu bereinigen und die die penthouse räume zu öffnen und da wirklich mit einem einsatz also das war wunderschön wir hatten sensationelle seminare das letzte jetzt erst im dezember und es war einfach ein traum und ich möchte hier an dieser gelegenheit auch allen teilnehmern danken die eben bei den seminaren dabei waren und einfach so toll mitgearbeitet haben und wieder ganz viel öffnung geschafft haben und natürlich auch als teil der menschheit hier wieder neue qualitäten und bereinigungen eben auch im namen der menschheit vollzogen haben auch wenn es primär natürlich um ihre eigene entwicklung ging dann beratungen noch und nöcher also ich war ja ausgebucht über monate ob das jetzt die meyer kosmogramme waren oder telefon beratungen channelings oder aura oder was auch immer also wir haben einen ansturm wir haben aktionen gemacht die natürlich dann auch entsprechende rück antworten gebracht haben also wir hatten dann auch einige angriffe zu verzeichnen auf unterschiedlicher ebene in diesem jahr die wir gott sei dank oder auch natürlich mit dem wissen was wir haben entsprechend abfedern konnten und dann wieder ausgleichen konnten aber es ist schon heftig wesen also nicht nur von seiten von kunden oder interessenten von uns sondern natürlich auch auf staatlicher seite oder übergeordneter seite wo wir dann unser fett wegkriegt haben weil ich meine wir machen ja das maul auf hier im auf youtube und sind nicht gesperrt und dann durch meine aktionen hat das sogar den staatsschutz wie ich auch mal kurz erzählt habe auf den plan gebracht und untersuchungen gegen uns und banning bei google und 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 aber das haben wir auch abfangen können aber das waren dann so neben schauplätze dann haben wir auch wieder ganz viele tolle neue sensationelle produkte in unserem leben begrüßen dürfen die einfach gekommen sind und sich angeboten haben ob das jetzt die baumessenzen sind oder die kolzhof platten oder 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 also es auch die mono elemente wie die unterstützen bei den menschen es ist einfach eine freude das natürlich eben verbreiten zu dürfen dann haben wir noch so nebenbei ein tiny house gebaut da haben wir ganz viel freude also wir haben wieder in bei uns im blaubewald auch noch für mehr mon möglichkeit gesorgt werden auch im nächsten jahr noch weitermachen und noch ein weiteres tiny house oder vielleicht sogar zwei noch installieren bei uns das ist auch eine wunderbare geschichte einfach eine eine lebensqualität auf nur 30 quadratmeter aber du hast alles drin und hoch qualitativ eine zimmerei bei uns in der nähe die sich darauf spezialisiert haben auch eine ganz tolle sache dann haben wir mit dem verein expandiert trotz kontaktverbot oder einschränkung also wir hatten jetzt auch wir sind mit dem verein mehr an die öffentlichkeit gegangen wir konnten in dem jahr so viele begeisterte besucher begrüßen wir haben auch natürlich örtlich bedingte regionale besucher die regelmäßig kommen und was dafür heilungen passieren im kontakt mit den tieren im aufenthalt hier im blaubewald weil der blaubewald selber auch einfach eine heilwesenheit ist die blaubewald de war und also wir haben so tolle feedbacks von den leuten die regelmäßig kommen und was bei denen sich im leben verändert da wo sie in der normalen gesellschaftlichen schiene einfach nur ab gekanzelt werden etikettiert und irgendwie medikamentös versorgt die blühen hier regelrecht auf und kehren zurück ins leben das ist natürlich auch eine ganz tolle geschichte dann haben wir auch uns einen lakowski multiwellengenerator gegönnt für den privaten gebrauch natürlich weil offiziell ist es ja nicht erlaubt aber da machen wir ganz tolle experimente mit der hochfrequent technologie von tesla und lakowski was da alles möglich ist also ich bezeichne dieses system als aufstiegsstuhl weil es einfach unglaublich ist was in dieser in diesem auf der elektrischen grundlage unseres elektrischen universums das sind zwölf hoch zwölf frequenzen drin also über fast neun billionen frequenzen die uns versorgen die unsere zellspannung erneuern wo sich unser ganzes system nicht nur der psycho energetik und unser bewusstsein extrem erhöhen kann und erweitern kann das ist faszinierend und da machen wir ganz tolle experimente damit und was wir so erleben persönlich oder eben bekannte freunde die wir da natürlich mit inkludieren und es ist sensationell und natürlich dabei haben wir auch unsere persönlichen prozesse durchlaufen dürfen wie das alle dürfen also wie gesagt wir sind im blaubewald zwar schon in einer schönen sphäre die wir über über 20 jahren aufgebaut haben aber wir sind nicht fern der welt wie das uns auch unterstellt wird ja ihr bei euch ihr habt euch isoliert lebt in eurer villa kunterbunt welt pipi langstrumpf und das stimmt nicht wir sind genauso verbunden mit dem kollektiven feld und all diese qualitäten die sowohl jetzt künstlich generiert werden aber eben auch astrophysikalisch die schumann frequenz das erdmagnetfeld die solaren flash und so weiter alles was da dazu kommt dem sind wir ja auch ausgesetzt und unsere persönlichen entwicklungswege und prozesse die müssen wir auch durchlaufen aber es geht halt mit einem anderen bewusstsein und da hatten wir auch viel zahl von prozessen selber durchlaufen dürfen und auch meistern dürfen und also ich kann nur sagen 2020 war für mich das intensivste jahr ever besetzt also wirklich wir haben es zwar schon in den vorhergehenden jahren gemerkt so seit wir im neuen zeitalter sind es nimmt dann intensität zu es nimmt dann alle möglichen auch an herausforderungen zu und so weiter aber jetzt 2020 war für jetzt wirklich ein höhepunkt und ich glaube bei dir patrick oder bei euch bei blaupausen bei eurer akademie war es nicht anders ja kann ich gleich noch mal darauf eingehen ich würde aber gerne noch ein paar takte dazu sagen weil du hast ein paar wichtige und interessante punkte angesprochen thema endgame ist ich würde das schon als als endgame bezeichnen allerdings immer mit dem unterbau oder überbau je nachdem wie man es sehen möchte dass wir uns hier auf dem marathon befinden und wir vielleicht erst ein paar hundert meter irgendwo mal reingeschnuppert haben wie sie wie fühlt sich so was an ich möchte einfach damit zum ausdruck bringen es ist nichts was uns so schnell wieder 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 voll abhanden kommen wird es ist ein wir müssen uns daran gewöhnen mit diesen herausforderungen jetzt umzugehen und eben uns darauf einzustellen im sinne dessen wie du das meiner anderen sendung schon gesagt hast was wählen wir für uns ja und so ein marathon da geht es nicht darum das würde jeder marathon jeder marathon läufer sagen es geht nicht darum das ding zu gewinnen es geht darum dabei zu sein durchzuhalten es geschafft zu haben und ich glaube ähnlich wie so marathon läufer sich darauf vorbereitet und das fühlen muss und da klar gibt es die ganz wenigen menschen die sagen nee ich will das ding gewinnen aber das sind es sind ja wirklich nicht die meisten das ist ähnlich wie bei den olympischen spielen mitmachen ist ja alles und sich selber bestätigen ich schaffe es und dafür ist viel training vorbereitung notwendig die richtige geistige ausrichtung der klar der körper muss stark sein und deswegen vergleiche ich das gerne auch mit so marathon weil genau das wird uns letzten endes vermutlich auch begegnen insofern denke ich schon ja es ist auf jeden fall ein endkampf ja aber wir sind am anfang dessen und es ist gut wir sind gut beraten wenn wir uns darauf vorbereiten was mich zu dem nächsten thema bringt was du gesagt hat das eine vollgas ja das war auf jeden fall ein vollgas ja und ich habe grundsätzlich nichts gegen vollgas allerdings sollte man immer darauf aufpassen bleiben wir mal in der analogie von einem motor so ein motor fühlt sich auf vollgas richtig wohl was er nicht abhaben kann ist wenn der drehzahlbegrenzer kommt ja und da und da müssen wir aufpassen alle miteinander auch die kollegen aus den freien medien aus den aus dem lager eben nicht zu überpacen eben nicht ständig in dem roten bereich im drehzahlbegrenzer zu laufen weil das wird uns nicht gut tun und gerade im hinblick auf den marathon wird es uns dann eher schwächen das heißt also kräfte wirklich einteilen ich glaube prioritäten setzen ist auch so ein wichtiger punkt und ich möchte dazu noch mal sagen weil du hattest es angesprochen wegen wir sind ja noch nicht gelöscht wurden ja oder oder angemosert wurden oder sonst irgendwas ja das ist schon gut dass da freuen wir uns natürlich drauf aber ich möchte dem zuschauer weil wir das auf anderen sendungen immer mal wieder hören gerade wie zum beispiel jetzt ganz aktuell wieder beim oliver ja nicht wo wir das video eben nicht bei youtube hochladen können oder das risiko nicht eingehen sondern über diverse andere möglichkeiten das regeln müssen und wir hören sofort dann immer ja ich will das sofort gucken oder das video ist zu groß kann man nicht downloaden mit dem handy und so weiter ich möchte den zuschauer darauf aufmerksam machen die zeiten in denen wir leicht informationen bekommen werden sind möglicherweise gezählt oder vielleicht sogar bald vorbei und ja das ist auf dem einen punkt natürlich nicht angenehm aber und das so sehe ich dass ich versuche das positive daraus mitzunehmen es überprüft auch dich lieber zuschauer wie wichtig ist dir diese information denn wenn sie dir wichtig ist dann bist du bereit ein paar mehr klicks aufzuwenden um dieses video am ende zu sehen denn es sind sie sind ja verfügbar vielleicht nicht ganz so leicht mehr wie bei youtube war es wird mir angezeigt jetzt gucke ich mir das an wunderbar das ist entertainment und das ist versuchen wir natürlich auch aber es ist nicht unsere aufgabe irgendwelche leute zu entertainen unten zu halten ja das heißt also es wird schwieriger werden gewisse informationen im internet zu finden es wird schwieriger werden gewisse informationen zu senden aber noch mal es überprüft dich lieber zuschauer wie wichtig ist dir diese 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 information kannst du auch im zweifelsfall wenn so ein server mal überlastet ist ein oder zwei tage drauf warten und sagen gut dann gucke ich sie mir halt später an muss es immer sofort sein muss es immer jetzt sein müssen wir immer diesen impuls folgen zu sagen ich brauche es sofort oder können wir uns auch da die kräfte einteilen und sagen okay das ist wahrscheinlich eine wichtige sendung sonst hätten sie sie nicht so hochgeladen ich habe auch noch zwei drei tage zeit und dann gucke ich mir an wir haben wenn also in dieser massenansturm auf die server vorbei ist dann schaue ich mir halt dann an und da möchte ich den zuschauer darauf aufmerksam machen dass das ein wichtiges thema sein wird in 2021 denn so leicht wie wir aktuell diese informationen bisher bekommen haben wird es vermutlich nicht mehr gehen dort ich möchte punkt dazu ja zwei sachen dazu erstens einmal was der marathon betrifft es geht natürlich auch darum dass wir im alltag uns unsere recharge zeiten unsere aufladzeiten bewusst einplanen tag für tag oder zumindest öfters in der woche weil es wird in ich sage jetzt mal von der intensität her nicht weniger werden und wir werden jetzt einfach da dahingehend forciert dass wir sagen okay ich habe jetzt vielleicht kein wochenende mehr oder jeden abend wo ich mich erholen kann und so weiter also muss ich mir gezielte aufladzeiten und räume schaffen wo ich aber beständig dran bleibe mein energetisches system also nicht nur körperlich das ist das eine aber wo wir eben ganz stark herausgefordert sind sind einfach im energetischen system und in der psycho welt die jetzt da einfach herrscht dass wir da ganz klare uns den raum nehmen die zeit nehmen die wir brauchen um uns aufzuladen weil wenn wir immer nur ständig im außen sind dann verbrennen wir uns das ist ja das burnout syndrom und da auch ganz klar acht drauf geben und sich diszipliniert auf eine längere zeit einzustellen wo ich ja auch immer schon gesagt habe 13 jahre dauert der umbau also auf jeden fall der magier zyklus von ende juli 2019 geht bis ende juli 2032 und da haben auch viele gesagt warum so lange wieso geht es nicht schneller ja das dauert halt wenn wir in jahrtausende alte fest installierte struktur eben verwandeln wollen und das nicht ganz kurz bitte hier noch darauf aufmerksam machen ich habe jetzt extra den alten weil der der neue ist grün und durch den green screen danke schreibt es euch doch wenn ihr wenn ihr wirklich pausen braucht ich mache es auch so es geht gar nicht mehr anders teilweise ich schreibe es mir auf diese nächsten zwei stunden drei stunden halbe stunde das ist zeit für mich wo ich was machen möchte für mich ich empfehle dann dabei auch wer 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 das noch intensivieren möchte auch diese zeit für sich wir haben neue ionetic tracks auch ionetic wird nächstes jahr 2021 einen deutlich höheren fokuspunkt bekommen wir haben aber jetzt noch mal in den weihnachtsfeiertagen neue tracks produziert elf stück an der zahl die wir auch wie immer natürlich bei youtube wieder kostenlos zur verfügung stellen zumindest die rohvarianten dann nutzt doch diese zeit aber es geht jetzt gar nicht um ionetic sondern schreibt euch einfach auf es ist wichtig weil sonst ich weiß doch selber wie es ist da kommt wieder das kommt wieder das kommt wieder das und schon ist die woche wieder rum und man hat nur wieder den fokus eigentlich auf die dinge gelegt wo man vermeintlich meint sie seien das wichtigste aber das allerwichtigste am tag ist einatmen ausatmen ja und auch mal fünfe gerade sein lassen können das ist glaube ich in dieser zeit ganz wichtig weil dann genau dann passiert das eben nicht dass wir uns ständig getriggert fühlen und ständig angedockt werden an themen die zwar natürlich uns irgendwie betreffen und auch angeguckt werden sollen aber doch bitte in dem tempo wie wir das auch verkraften und auch verarbeiten das hat natürlich auch viel das ist der zweite punkt worauf ich auch antworten wollte es hat viel mit dem inneren vertrauen zu tun dass ich die informationen die ich für mein leben und für das leben meiner lieben wirklich brauche die kommen in mein leben da muss ich nicht ständig am handy sein oder am laptop oder sonst was sondern diese informationen werden ihren weg in mein leben finden also ich kenne das seit seit ich auf dem weg bin seit über 30 jahren auch schon vorher aber seitdem ist es mir bewusst es kommt alles in mein leben was für mein leben wirklich wichtig ist oder für das leben eben meiner lieben und wo ich auch verantwortung trage und ich muss nicht jeden furz aus amerika oder was jetzt die brd gmbh geschäftsleitung wieder von sich gibt oder so ich muss nicht ständig auf dem laufenden sein und das wird auf jeden fall auch etwas der nächsten jahre sein das hat auch wieder etwas mit saturn pluto zu tun mit dem zyklus und auch jupiter blut saturn jetzt im wassermann diese welten weil draußen wird es in der gesellschaft immer extremer werden chaotischer die überfülle wird extrem da sein also ich bin nicht ganz deiner meinung dass die informationen schwieriger natürlich vielleicht nicht mehr so einfach zugänglich sind also die waren die echten informationen die oberfläche das oberflächliche gesülze wird uns noch mehr präsentiert werden und will noch mehr uns einfangen unsere aufmerksamkeit dass wir eben lebenszeit damit verlieren und umso wichtiger ist es dass wir für uns immer klarer und bewusster werden was ist mein weg was brauche ich für mein weg wo will ich eigentlich hin welche werkzeuge welches wissen was auch immer brauche ich und da diszipliniert und wirklich konsequent auf dem weg zu bleiben dass es verschiebt sich jetzt auch eine dynamik im astrologischen sinne von innen drin viel bla 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 und außen war es relativ ruhig und sparsam und aufs wesentliche ausgerichtet und das kippt jetzt das heißt im außen wird es jetzt eben eine überangebot noch extremer werden das heißt es wird von uns gefordert dass wir klar auf unserem weg sind dass wir wirklich auch wieder unsere tiefe haben dass wir diese verwurzelung haben wirklich auf unserem weg konzentriert sind nicht jetzt ignorieren der anderen wege ist ja klar wo wir in interaktion sind da ist empathie und natürlich die begegnung zwischen ich bin und ich bin ganz wichtig dass wir das auch als einheit sehen aber nicht mehr diesen fokus ich muss alles wissen und ich muss das neueste instagram post von wer weiß nicht wem haben oder 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 und bling 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 also auch diese ganzen neuronalen steuerungen diese suchtfaktoren über die dopamin steuerung und so weiter da wirklich auch klar zu sein es ist wesentlich gesünder das handy wegzulegen auf flugmodus oder ganz auszuschalten und sich immer wieder handy freie zeiten zu gönnen virtuelle freie zeiten zu gönnen um im wahren leben und das ist hier und jetzt und das hat viel mit unserem atmen zu tun und einfach diese diese natürliche realität und sphäre wieder zu spüren zu fühlen und zu interagieren wieder ein teil davon zu sein und uns nicht wie es eben vorgesehen ist auch wenn man die agenten betrachtet uns voll ins virtuelle zu ziehen und wirklich nur noch als informationsverarbeitungsmaschine zu missbrauchen im kontext von anderen interessengemeinschaften und das wird uns einfach noch länger beschäftigen aber ist da ist jeder selber gefragt nach eigener disziplinierung das ist genauso eben wieder wie der marathonläufer gesagt oh da kommt mcdonald's da kehre ich jetzt schnell ein und da ist eine hübsche frau mit der flirte ich jetzt ein bisschen und 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 da komme ich nie ans ziel du hast vollkommen recht natürlich wird der die die menge an informationen die informationsdichte die wird natürlich massiv zunehmen wahrscheinlich auch in den nächsten jahren sogar massiv zunehmen ich sprach allerdings tatsächlich von dem zugang zur information die zumindestens aus unserer sicht für sinnvoll ist wenn ich also eine gewisse analyse von irgendeinem bestellen menschen halt hören möchte ja ich sage möchte das angebot nutzen dann kann es durchaus sein dass ich drei vier klicks mehr brauche als das war und das ist wie gesagt für mich aber auch eine bestätigung wenn es dich wenn es dich wenn es dich interessiert wenn es dir wichtig ist dann wirst du diesen weg gehen also ich sehe da gar nicht so ein riesen problem wie andere da aufreißen alternative szene wird nicht mehr zu sehen sein und so weiter doch natürlich es wird immer lösungen geben aber die sind dann vielleicht nicht mehr ganz so komfortabel wie das bei youtube der fall war aber hey was soll bequemlichkeit das aber bei der bequemlichkeit und ach soll mir doch alles die trauben in den mund gelegt werden wir müssen auch unterscheiden es gibt genauso wie bei den normalen lebensmitteln junk food und gesundes essen und das ist im informellen bereich genauso es gibt junk infos und es gibt wirklich informationen die ich für mein leben im hier und jetzt wirklich verwerten kann und die mir helfen mein leben zu meistern und hier die unterscheidung einfach klarer draufzulegen was brauche ich wirklich muss ich noch mal einen post lesen muss ich das video noch mal gesehen haben oder was hat das eigentlich mit meinem leben wirklich zu tun und mit den themen die jetzt in meinem leben auch vor da sind das herausforderungen also lösungsorientiert zu sein und sich wirklich auch selber abzuholen wo man ist und nicht zu glauben okay wenn ich über alles bescheid weiß kann über alles reden und dann bin ich auch dabei bei der bei den patrioten oder bei der in der alten als tiefen szene das ist nicht das was es ausmacht sondern wirklich letztlich was lebe ich und da sagen wir wieder bei der multidimensionalität was denke ich den ganzen tag was fühle ich den ganzen tag was für wortenergien gebe ich raus in die welt und was für tat energien lasse ich wirklich auch sprechen für meine wahrheit oder für das leben und da werden wir einfach noch stärker geprüft werden aber lass uns doch bitte mal ein bisschen so in die historie eintauchen oder hast du gleich ja ich würde gerne noch deine frage beantworten weil du ja auch gefragt hat das wie wie ist eigentlich bei uns gelaufen so war für blaupause das jahr und so weiter und so fort ich möchte mal nicht auf auf blaupause münzen sondern eigentlich stand in diesem jahr für also in der planung ja das wissen wir ja so oft wir planen viele dinge das kommt völlig anders als eigentlich erwartet geplant war eigentlich für 2020 er den verein wieder nach vorne zu bringen den bekannter zu machen da mehr angebot zu machen mehr mehr in die interaktion zu gehen natürlich war es schön durch die neu genutzten medien so wie wir das jetzt auch machen auch mal sehr bequemen anführungsstrichen und schnell auch sendungen machen zu können über zoom und auch da viele bekanntschaften zu schließen das war gut keine frage aber wir wollten halt auch eigentlich eher diese analoge geschichte weiter nach vorne bringen begegnungsstätten schaffen und so weiter das werden wir jetzt versuchen in 2021 im verein wieder mehr nach vorne zu bringen und auch den mitgliedern hier auch der herzliche dank natürlich für alle menschen die mitglied bei uns geworden sind im verein denen auch wirklich noch mal mehr wert zu geben und nicht nur das gefühl dass sie mit ihrem beitrag natürlich unsere arbeit unterstützen ja das ist natürlich wichtig aber uns ist es eigentlich eher wichtig dass das das gefühl aufkommt hier sind gleichgesinnte auch auf einer analogen ebene nicht nur auf einer digitalen ebene sondern wirklich auch auf einer begegnungsstätte das halte ich für die nächsten jahre für sehr essentiell hier wieder gruppen aufzubauen bekanntschaften zu machen das war eigentlich in 2020 geplant und da kam uns das ganze thema natürlich irgendwie ein bisschen dazwischen wir wollten den fokus eigentlich wegnehmen von blaupause weil wir hatten das gefühl läuft eigentlich soweit auf klickzahlen das wissen die meisten zuschauer achten wir ehrlich gesagt gar nicht so drauf also wir versuchen jetzt nicht content zu produzieren der enorme klickzahlen produziert das könnten wir auch aber das ist nicht unser thema aber dann haben wir gemerkt natürlich im märz april ja wir müssen dieses momentum mitnehmen ja es war plötzlich riesige zugriffe auf die live streams da sehr viel input auf auf uns sozusagen na gut dann nimmt man es halt mit und dann ändert mal pläne und sagt na ja gut dann steht das jetzt halt an ja und das haben wir auch gemacht aber du weißt ja patrick man wir haben ja öfters darüber gesprochen auch das was jetzt generiert habt im virtuellen raum wird letztlich auch in den analogen raum kollabieren also das heißt das war auch noch mal eine dynamisierung eures wirkens und eurer reichweite die einfach wichtig ist für genau die pläne wo du sagst wie wollen die menschen auch wieder im realen im analogen zusammenbringen wir konnten ja genau deswegen auch trotz aller umstände wieder neue formate etablieren wieder neue netzmerkpartner die wurde eine sehr starke und enge zusammenarbeit sich etablieren wird zeigen wir haben ja wissensschätze neu rausgebracht jetzt kommt ja teki das neue format impulse auch noch mal mit der sandra weber eine sendung die wir dann online machen werden wir haben mit erich meider das ganze thema wasser endlich umsetzen können und sagen können wir bringen jetzt hier eine regelmäßige sendung und es sind natürlich die nächsten sachen sind schon wieder in planung ja also es ist nicht so dass wir ja aufhören da sind wir schon stolz darauf dass wir das trotz dieser umstände auch machen können muss aber und das möchte ich hier an der klaren stelle sagen es ist unseren zuschauern es ist unseren kunden es unseren mitgliedern zu verdanken dass wir auch auf dieser ebene weitermachen können denn ohne die einnahmen auch aus dem shop wäre es gar nicht denkbar es wäre nicht möglich das zu machen insofern entscheidet ja immer der kunde der zuschauer der geneigte unterstützer irgendwie auch mit seinem beitrag immer mit und das muss nicht immer ein geldbeitrag sein es kann auch einfach eine e mail sein mich haben dieses jahr unglaublich viele anrufe erreicht die eigentlich sich nur mal bedanken wollten und das nicht in form von einem einem post machen wollten sondern einfach ein hörer an der hand genommen haben gesagt haben jetzt rufe ich da mal an und sag mal dankeschön das sind ja dinge die geben doch echt kraft klar ist das schön wenn ich auf dem konto auszug gucke und sage okay unsere einnahmen sind so weit dass wir nächsten und übernächsten monat ist bezahlt wir können auch mieten zahlen wir können unsere angestellten bezahlen prima dankeschön aber was wirklich power gibt was wirklich kraft gibt ist doch dieser persönliche dialog hey das hat mir geholfen hey das fand ich toll genau das ist ja auch das was was wir ja ständig erleben ich meine auch wenn wir natürlich angegriffen worden sind aber ich sage jetzt mal über 90 prozent waren so positiv und so dankbar und ich meine ohne euch geht es ja sowieso nicht ich meine wir sind eine einheit also das heißt alle die zuschauen oder alle die jetzt mit uns in verbindung sind oder mit euch in verbindung sind wir sind eine community wir sind eine menschheits community und wir sind die vorreiter wir bilden die neuen pfade aus wer soll es denn sonst machen amerika hat zu tun mit ihren eigenen problemen die werden uns im moment überhaupt nicht zur unterstützung kommen wobei da gibt es auch noch ein paar überraschungen eventuell im nächsten jahr aber nichtsdestotrotz wir müssen es generieren oder gehören alle dazu und natürlich sind wir voller freude und das und und das geht in unser herz rein wenn wir natürlich hören was alles passiert ist ob das jetzt eben unsere sendungen sind oder unsere arbeit über die seminare beratungen oder auch was die menschen mit den mit den meditationen die ich online gestellt habe was die für erfahrungen machen und 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 also der nährboden ist da mehr denn je und das ist natürlich wunderbar und je mehr wir uns vernetzen auch als community umso stärker wird natürlich auch das impact den wir haben auf das kollektive feld und da sind wir natürlich noch in einer minderheit das ist einfach so aber bitte die welt wurde noch nie von der masse verändert die masse rennt immer hinterher aber das ist unser job dafür sind wir hier also auch wenn wir hier noch mal dran denken wir sind alle freiwillig hier jetzt hier wir wollten hier sein und wir wollten unseren beitrag leisten in diesem großen welten umbau sowohl für uns selber aber auch für die welt für das kollektiv und da sind wir jetzt halt voll drin genau bevor wir gleich weitermachen möchte ich das noch gerne ganz gerne ergänzen als wir blau pause gegründet haben war ja genau unser thema und unser ziel eigentlich eben nicht ein klassischer tv kanal zu sein so nach dem motto wir laden uns ein gast ein reden eine stunde mit dem und dann sehen wir den jahr lang wieder nicht sondern wir hatten von vornherein hat das konzept wenn wir interessante leute haben wenn wir interessante konzepte haben dann möchten wir regelmäßig was machen ständig das wiederholen ständig etwas neues dazu zu sagen regelmäßige formate mit diesen gästen machen bei uns beiden war das ja gar nicht viel anders ja so wir haben ja gesagt ich möchte gerne eine neue sendung ein neues format machen wo es genau um solche themen geht die wir ja jetzt besprechen dann hat das schicksal uns zusammengeführt und gesagt ja dann macht es doch bitte zusammen und da sind wir sehr stolz darauf dass wir das vorleben können dass wir eben genau diese gäste eben immer wieder dann auch einladen immer wieder wirkliche partnerschaften aufbauen wirkliche kooperationen aufbauen und dadurch entsteht natürlich unser netzwerk was mittlerweile ja auch sehr groß ist da sind wir riesig stolz dass dieses konzept aufgegangen ist das muss man auch mal sagen am ende von so einem jahr das ist ja nicht selbstverständlich aber wir ähnlich wie ihr das ja auch macht haben wir so gewisse visionen wo wir sagen da da wollen wir hin und egal wie die umstände sind wir geben unser bestes dahin zu kommen und oft genug gelingt uns das ja dann auch dass es genau so hinkommt und das ist das was mich sehr stolz macht hier und wo ich dem ganzen team danke den ganzen gästen den netzwerkern natürlich unseren ganzen netzwerk leuten danken möchte weil die füllen das ja mit leben also martin ich am ende sitze ja eigentlich bloß da und unterhalte mich mit diesen menschen mehr mache ich ja nicht ja und zeige okay und ich zeige das noch auch dann öffentlich aber mehr ist es nicht und es ist die menschen die das mit 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 seele fühlen es sind die menschen die das mit informationen füllen es sind diese menschen die die ihre erfahrungen weitergeben und das halte ich für ein wichtiges konzept und da sind wir froh in der tat froh dass wir das so umsetzen konnten und das war hat sich auch 2020 richtig rauskristallisiert wo müssen wir mehr machen wo wollen wir mehr machen und welche projekte sind nicht so wichtig welche oder haben nicht so eine hohe priorität vielleicht ja wo wir einfach sagen können da geht unser weg hin das leben bringt uns jetzt aufs wesentliche das ist natürlich ganz klar und da möchte ich einfach auch natürlich allen danken aber auch noch mal eine bitte rausbringen geht es bitte auf google gibt es blaubeerwald institut ein und gibt uns gute rezensionen in unserem rechts auf der rechten seite und geschäftseintrag weil wir sind immer noch am ausgleichen dieses google bannings und das hilft uns natürlich aber grundsätzlich klar unterstützung ist ein thema aber lass uns doch mal ein bisschen die historie betrachten wie es überhaupt 2020 so dermaßen über unsere einbrechen konnte diese tsunami diese diese welle und zwar haben wir ja schon eigentlich schon vor 40 jahren haben wir schon hinweise kriegt tatsächlich auf das was jetzt kommen wird ich habe mir nur ein paar stichpunkte aufgeschrieben was so indizien waren wo man sagen kann da war schon so ein hinweis weil wir wissen ja sie müssen uns alles erzählen und dann muss die stillschweigende einverständnis abgeholt werden wenn kein widerstand kommt dann dürfen sie es einfach machen da war also schon 1981 der roman roman von dean cones die augen der dunkelheit wo er schon sich eben auf das jahr 2020 auf wuhan und auf eine pandemie in seinem roman bezogen hat dann gab es auch im gleichen jahren asterix heft auf englisch wo ein wagenlenker beim erwarten beim wagen rennen auch der corona virus genannt wurde was ja auch ganz komisch ist warum 1981 kommt dieser begriff überhaupt dann ein sprung ich habe jetzt nicht wirklich so tief recherchiert aber was mir halt so in die hände gefallen ist es gab im jahr 2005 eine simpsons serie und da sieht man ärzte und krankenschwestern auf der bühne tanzen die krankenschwestern in hotpins ganz lasziv auf spritzen und eine hat noch auf ihrem arsch geschrieben cup pfizer das war im jahr 2005 und ich meine die simpsons serie ist ja bekannt dass die immer wieder so brocken raushauen das war schon beim 11 september so das war bei trump so und auch andere indizien ich meine da gibt es spezialisten die wirklich die die simpsons analysieren ich bin kein fan davon ich schaue mir das nicht das ist mir ja ist egal aber auch hier der hinweis 2005 was soll denn das und dann kam natürlich 2010 die berühmte rockefeller foundation das papier mit dem lockstep und mit wo eigentlich diese ganze pandemie schon mal vorgestellt wurde es ist auch offiziell einsehbar dieses schriftstück aus dem jahr 2010 dann haben wir ein internes comics heft der eu über pandemien aus dem jahr 2011 auch hier wo das ganze thema schon verarbeitet gleich kurze zeit darauf später auch ein internes papier der brd geschäftsleitung wo sich auch mit diesem thema beschäftigt hatte dann kam im jahr 2013 eine tv serie raus die hieß utopia da wird eins zu eins mehr oder weniger eins zu eins das ganze spektakel was jetzt abläuft durchgespielt in einer serie vor sieben jahren kam die raus konnte man sich ansehen auch mit der ganzen argumentation mit den ganzen strategien wie kriegt man das überhaupt gebacken dass die ganze welt runtergefahren wird in die angst versetzt wird hammer mäßig als auch hier war das schon vorbereitet dann kam natürlich auch in den letzten jahren die unagenten 20 21 beispielsweise 20 30 wo man ja auch schon sehr viel welt verändernde botschaften und informationen an agenten rausnehmen konnte dann hat auch die wao ihre definition einer pandemie auch verändert so dass auch hier als vorbereitung damit das ganze überhaupt so durchgezogen werden konnte mit hilfe der wao dann haben wir bill und melinda gates die ja zahlreiche aussagen und auch viele reisen unternommen haben in den letzten jahren wo eigentlich eben bill gates aber wo man weiß seit über 12 13 jahren man hat das eine eugenik und seine weltbevölkerungs reduktionsthemen die er da aufbereitet nicht zu vergessen natürlich auch die georgia stones aus dem jahr 1985 also auch hier haben wir ja schon letztlich eine uralte prophezeiung oder eine agenda die der welt veröffentlicht wurde dann ging es auch noch mal weiter wir hatten dann im juli 2009 10 diese synchronisierung des maier kalenders mit dem umbau unserer gesellschaft mit dem beginn des magierzyklus hatten dann auch im herbst den event 201 also hier war auch eben bill gates federführend da war das weltwirtschaftsforums und die john hopkins university das sind alles halt auch so schöne gruppierungen die in diesem elitären spiel federführend sind und plan und umsetzungsaufgaben haben also auch da war ja schon alles und gleichzeitig war ja auch im herbst die reise von der hillary merkel nach wuhan sie hat dort ja sogar den ersten patienten getroffen also das sind alles so eigenschaften da hätte man ja schon im endeffekt hellhörig werden können wenn man jetzt das all diese indizien zusammengezählt hat dann hat man im januar diese letzte saturn pluto konjunktion im steinbock die ja schon die jahre vorher immer wieder gelaufen ist und hat das ganze noch mal gefestigt dass er das thema staatsgewalt gesetze begrenzung führt uns in die tiefsten tiefen in unsere ängste in unser gefängnis in unserer inneren höllenräume oder eben kellerräume und das ist jetzt eben das was was abläuft und da kann mir dann kommt der erste lockdown im frühjahr wir haben ja auch eine sendung gemacht über diesen fahrplan wie extrem dass die diese plan demie synchronisiert ist mit dem meyer kalender also wie super das getaktet ist wirklich wie wenn die eben den zollkind kennen würden und diese 13 monate zyklen und was jetzt da ist dann die ganze zeit haben wir dann diese verwährungsspiele gehabt der politiker und der medien es wurden informationen verbreitet ganz klare lügen dann haben sie sich wieder revitiert und sagt nee nee das war alles falsch jetzt wo wir mehr wissen doch nicht und auch die ganzen versprechen nee nee das kommt nicht das kommt nicht das kommt nicht aber sie machen es dann trotzdem also wie sich das ganze aufbaut also es ist doch eigentlich glasklar was hier gespielt wird und es geht nicht um gesundheitsschutz oder schutz der gefährdeten bevölkerung sondern eben die agenda hat sich immer mehr offenbart man muss ja wirklich nur rechnen können eins plus eins zusammenzählen und wenn man diese ganzen puzzle teile die in den vorjahren und schon immer wieder präsentiert wurden aber natürlich nicht im zusammenhang erkannt werden konnten weil wir wussten damals ja nicht dass jetzt was 2020 passiert dann natürlich auch das league aus dem bundesinnenministerium war auch ein mitarbeiter das ganze untersucht hat in einem team und ganz klar festgestellt hat das ist alles ein fake diese pandemie ist nicht echt und 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 aber auch das wurde sofort gedeckelt aber die informationen waren draußen dann schon im sommer nachdem kurz der erste lockdown beendet wurde was ja auch prognostizierbar war im mai dass es wieder gelockert wird im elften mond hieß es dann schon die zweite welle die zweite welle die zweite welle also immer wenn schon auch nur die ersten unken rufe aus den elitären strukturen laut werden wissen wir schon dass wir passieren auch wenn immer gesagt wird nein das passiert nicht passiert nicht das kommt auf keinen fall und trotzdem und dann hatten wir natürlich über den sommer eine solche flut also früher schon begonnen aber auch über den sommer eine solche flut von unzähligen experten echten virologen echten medizinern echten wissenschaftlern das ging dann sogar so weit dass die uno und auch die wo gesagt habe hört doch auf es ist alles gar nicht nötig maskenball und fuck downs und so weiter das ist alles eigentlich kontraproduktiv das cdc hat eine kehrt wendung macht aber nee das rki hat schön weiter gemacht nach schema f wir sind zu weit fortgeschritten wir sind in diesem lügengebilde schon so verstrickt wir können nicht mehr zurück dann kam natürlich der maskenball und der zweite fuck down und dann hieß es natürlich auch zuerst wieder ja wir müssen weihnachten retten seid schön artig liebe kinder dann können wir weihnachten in freiheit genießen wenn es auch nur vielleicht eine woche ist mittlerweile sehen wir weihnachten ist mehr oder weniger abgesagt oder auch wieder eben ins stille kämmerlein mit ausgangssperren ab 21 uhr und 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 wo man sagen muss ein pustekuchen wir sind wieder wieder mal verarscht worden also man es war ja klar dass sie es nicht halten weil sie einfach wort und vertragsbrüchig in jeglicher hinsicht sind aber immer noch damit hoffen oder damit rechnen dass die menschen ein solch eine solche überforderung haben dass das langzeit gedächtnis völlig außer ausgesetzt wurde nur noch kurz zeit gedächtnis mit zwei tagen beschäftigt ist und sich erinnern kann und alles andere bereits vergessen aber wenn man da schaut die ganzen aussagen von sparen von vieler von trosten und so weiter von merkel also einfach dieses ganze inszenierte wir können einfach sagen okay wer einmal lügt dem glaubt man nicht auch wenn er dann die wahrheit spricht also hört es doch auf noch irgendwas zu glauben hört es aber hin wenn die irgendwas sagen oh wir befürchten aber wir werden nichts tun wisst ihr in die richtung geht es dann könnt ihr euch schon vorbereiten und dann ist mir gerade klar geworden wie sehr natürlich nicht nur wir sondern auch alle anderen kollegen da draußen wie sehr wir eigentlich mittlerweile geschichtsschreiber sind beziehungsweise historiker weil wir dieses diese dokumentation die wir ja alle verbreitet haben auf video aufgezeichnet haben öffentlich gestellt haben das wird ja irgendwann mal auch zur beweisaufnahme mit sicherheit zu rate gezogen werden weil wir dokumentieren im wahrsten sinne des wortes diese irrsinnige zeit das heißt wir sind dafür verantwortlich und deswegen ist es so wichtig dass das auch gemacht wird diese missstände aufzuklären und so weiter und ich überlege mir gerade menschen in ein paar jahren oder ein paar jahrzehnten vielleicht wie 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 denn die menschen gefragt werden ja habt ihr das nicht gewusst habt ihr das nicht mitbekommen was hier eigentlich abgelaufen ist und wir dann trotzdem sagen können naja es ist ja dokumentiert wir sind zeitzeugen wir haben es dokumentiert und wie wichtig dass mir jetzt mittlerweile erscheint als auch als höhere gestellten auftrag nicht nur eben entertainment und menschen information zu geben sondern auch diese zeit zu konservieren und auch zu zeigen und beweisen zu können doch es gab riesige bemühungen riesige bestrebungen riesige anstrengungen diesen unsinn letzten endes auch publik und öffentlich zu machen ist mir nur gerade noch so in den sinn gekommen wie wichtig wir das eigentlich wie wichtig das ist weil wir schreiben die zeit und das ist das gleiche thema wieder wie vor 90 jahren vor 90 jahren war ja auch es ist auch etwas dramatisches passiert oder sind eben kräfte hier in an die weltmacht gekommen oder in die in die umsetzung gekommen wo man dann im nachhinein gefragt hat wieso habt ihr nicht dagegen kämpft wieso habt ihr nichts gemacht ja wir wussten von nichts wir wussten von nichts aber das kann natürlich damals klar da gab es kein internet da gab es nicht diese vernetzung da kommt man noch besser in der roten in der blauen pille weiterpennen aber jetzt hat keiner mehr ausreden keiner die fakten sind da es ist alles dokumentiert nicht nur von uns sind ja so unzählige geschichtsschreiber chroniken menschen die unterwegs sind als aufklärer und 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 auch in den mainstream finden wir immer mehr menschen die ihr gewissen einfach nicht mehr länger unterdrücken können und merken also ich kann da nicht mehr mitmachen vielleicht traue ich mich noch nicht zu liegen oder wirklich mit mit informationen rauszugehen aber auch das kommt immer mehr und mehr weil einfach dieser aufwach prozess nicht verhinderbar ist und wir haben ja auch zum beispiel dieses liegt aus kanada von der kanadischen regierung was ja immer noch diskutiert wird ob das überhaupt echt ist aber wenn wir diesen fahrplan also da geht es auch wiederum was wird geplant jetzt in den nächsten monaten dieses liegt kam auch schon vor im september raus und wenn man das auch wieder vergleicht was dafür informationen drin sind das ist nicht das kann nicht erfunden sein jetzt in der form weil da wirklich eins zu eins die aktuelle agenda tatsächlich schon erklärt wird wie es weitergehen wird und das hat sich bestätigt und das ist natürlich wenn man dieses liegt dieses papier sieht was da noch alles geplant wird muss man sagen also es wird schon noch mal heiß und dann auch das thema natürlich der impfungen wo wir jetzt gerade momentan weltweit voll drin sind es wird geimpft die impfungen sind da ungeprüfte impfungen die massivst kritisiert werden von allen echten und vor allem menschlichen experten die das wohl der menschheit in ihrer motivation in ihrer gesinnung haben und eben nicht teil der agenda sind und was die darüber berichten also nicht nur einfach dass sie ungeprüft sind es gibt keine toxikologischen keine pharmazeutischen untersuchungen gar nichts es gibt mit diesen impfungen sogar versuche an frettchen die geimpft worden sind und eine kontrollgruppe nicht die wurden dann dem covid virus so wie er offiziell existiert ausgesetzt die ungeimpften haben dann einfach ich weiß nicht wie das bei frettchen ausschaut eine zweiwöchige grippe durchgemacht mit schnupfen husten und allem was dazu gehört und die die geimpften fraktion aufgepasst waren nach zwei tagen tot also auch hier man hat dann festgestellt dass die impfung unser immunsystem erst recht belastet weil ich meine was ist da alles drin wir haben ja schon eine impfung gemacht im letzten jahr oder anfang des jahres als dann die masern impfung ja reglementiert wurde da sind wir schon eingegangen was in impfungen alles drin ist gerade mit den ganzen quecksilber verbindungen formaldehyte etc pp was alles schädigend ist was alles krank machend ist aber was jetzt noch mehr dazu kommt sind einfach die gen veränderten mrna stoffe das heißt es wird unsere genetik verändert das ist wissenschaftlich belegt das ist ganz klar also einerseits sollen wir kein gen food essen es muss markiert sein in unseren nahrungsmitteln aber gleichzeitig werden wir geimpft mit gen veränderten stoffen die unsere genetik umschreiben und dann sind da noch in nanochips drin das ist auch mittlerweile schon von unabhängigen untersuchungen unter dem elektronen mikroskop und so weiter gefunden worden das sind metallbestandteile denn da ist 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 technik tatsächlich drin von der man nicht weiß was diese technik dazu suchen hat sogar in den tests hat man solche teilchen gefunden und letztlich dann auch eben luciferase also auch hier wieder das wort lucifer dass er biolumineszente enzyme die haben da drin eigentlich gar nicht zu suchen und auch noch zellen von abgetriebenen föden so genannten mrc fünf stoffe und ein wenn man dann wissenschaftlern zuhört die eben unabhängig sind was die uns erklären also man die überschrift ist ganz klar unkontrollierte experimente am menschen und man hat ja jetzt schon die impfungen man hat ja schon die ersten befreiten und die nebenwirkungen kommen schon massiv zum vorschein also es ist schon massiv was die ersten fälle nach kurzer zeit dieser impfungen was dann durch kommt durch das raster durch die filter durch die nachrichtensperre tatsächlich schon aufzeigen und ich möchte hier einfach ich weiß es ist ein schönes thema und wir werden auch gebeten darum bitte macht uns nicht angst das was ihr erzählt mit dieser ganzen agenda die dahinter steckt hinter der kulisse macht uns ja noch mehr angst wie das was in den mainstream medien kommt ja gut aber meine lieben man muss einfach aufwachen und wenn man einfach sieht dass ein löwe vor der türe steht dann mache ich nicht die türe auf beispielsweise ich muss mich dann halt damit beschäftigen auch wenn es angst macht ich muss durch meine ängste durch das müssen wir alle da ist keiner gefeit also wir müssen uns konfrontieren mit dem was wirklich abläuft und nicht einfach zu sagen ja aber dann muss man an sich arbeiten da muss man dafür sorgen dass man stark genug ist diese angst auszuhalten durch die ängste durchzugehen in die kraft zu kommen in die schöpferkraft zu kommen und all die dinge zu tun und da werden wir auch unseren schwerpunkt in den nächsten sendungen legen wie wir es schon versprochen hatten aber aufgrund der der ereignisse immer doch noch bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist aber martin lass mich das bitte ganz natürlich konkretisieren wir machen keine angst wir warnen vor einer gefahr das ist ein himmelweiter unterschied auch energetisch eine angst ist etwas die in der ersten linie mal gar nicht real ist weil sie wird im kopf erzeugt eine gefahr hingegen ist real wir hatten dieses thema oft genug auch in anderen zeitqualitäten immer wieder die reaktion die der zuschauer darauf gemerkt ist natürlich nicht gefahr sondern angst und das ist richtig wir müssen uns damit auseinandersetzen und einen weg finden mit dieser angst umzugehen aber wir müssen die gefahr erkennen und wenn wir dann erkennen dass wir auf die gefahr reagieren können dann ist möglicherweise das thema angst schon gar nicht mehr so so präsent dann müssen wir uns nicht in der angst rum rühren sondern wir machen uns klar okay die gefahr ist da habe ich eine Möglichkeit, der auszuweichen. Wie reagiere ich da drauf? Und über diese Prozesse dann natürlich auch in die Angstfreiheit zu gehen. Aber ich halte das für wirklich ausgemachten Blödsinn, wenn wir immer wieder hören, ja, wenn ihr darüber berichtet, dann macht ihr ja den Menschen Angst, ihr dient ja dann der dunklen Agenda. Nein, tun wir nicht. Wir warnen auf eine Gefahr. Und Gefahr ist in dem Fall Veränderung der DNA, Veränderung des Erbgutes, die Gefahr der Versklavung, die Gefahr natürlich der absolut dominanten Indoktrination, also sprich Diktatur, Überwachungsstaat, das sind doch keine Ängste, die wir da haben, das sind doch Gefahren, die wir aufzählen. Ja, und dann bitte köpft doch nicht denjenigen, der eine Gefahr erkennt und vermittelt, sondern überlegt doch, bevor man sowas als Kommentar dann schreibt, was das eigentlich mit einem selber macht. Das sind nämlich immer die eigenen Prozesse, in die wir dann in Resonanz gehen. Ja, und dann plötzlich, oh, ich habe Angst. Das bedeutet, die machen mir Angst. Nee, nicht wir machen die Angst, sondern das Thema. Und dann ist es wichtig, sich an dieses Thema heranzuwagen und zu sagen, ich habe den Mut und wir vermitteln ja auch zum Großteil das Wissen, wie man mit dieser Angst umgeht. Und nicht nur bei Zeitqualitäten, sondern mit jede Menge anderen Formaten, die wir machen, wo das Thema Angst immer wieder im Vordergrund ist. Und wir aus unterschiedlichsten Experten, beziehungsweise unterschiedlichsten Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigen, ihren Lösungsansatz ja auch zeigen. Wir sagen, wir sagen ja auch nicht, wir haben das Goldene eingefunden, sondern deswegen reden wir ja mit so vielen Leuten und sagen, wie gehst du mit der Angst? Und wie machst du das? Wie hast du das? Welche Technik hast du? Damit der Zuschauer am Ende einen Ansatz für sich findet, wo er sagt, ey, das fühlt sich für mich stimmig an. Da kann ich was mitnehmen. Vielleicht nähere ich mich jetzt diesem Thema und kann dann diese Angst aus seinem Leben endlich verbannen. Und schlussendlich, das müssen wir ja auch nochmal klar sagen, geht es am Ende bei den meisten Menschen um die Angst des Todes. Freunde, wir werden sterben. Heute, morgen, in zehn Jahren. Was spielt denn das bitte für eine Rolle? Es spielt nur dann eine Rolle, wenn du der Sache einen Sinn gibst. Und der Sinn des Lebens ist doch nicht, Angst zu haben, sondern das Leben zu leben. Und da versuchen wir doch auch immer wieder Aufklärung zu machen. Und deswegen, das ist mir ganz wichtig, dass wir dieses immer wieder rauskristallisieren und auch immer wieder ganz deutlich ansprechen. Und ja, wir werden weiterhin und noch viel verstärkter auf die Gefahren auch hinweisen, weil es geht gar nicht anders. Es ist aber nicht Angst, sondern Furcht. Also das eine eben, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Angst ist fiktiv, Furcht ist real. Und jeder, der trainiert ist und der halt die Arbeit gemacht hat, geht halt locker mit dieser ganzen Geschichte um und die, die jetzt halt frisch erwacht sind, die müssen halt nachholen oder die müssen jetzt ihr Training vollziehen. Geht aber heutzutage viel schneller. Ich wollte einfach noch mal auf das Thema zurück, nicht nur der Georgia Guide Stones mit ihren Prophezeiungen von 500 Millionen Menschen maximal als Weltbevölkerung, sondern auch noch mal auf die Diegel.com Seite gehen, weil das macht jetzt das Ganze, macht jetzt Sinn, weil bei den Impfungen geht es nicht nur darum, zu chippen, die DNS zu verändern, überwachbar zu werden, steuerbar, manipulierbarer zu werden, dann über 5G und das Internet der Dinge, wo dann der Mensch eben ein Teil dieses Internet der Dinge ist, sondern es geht auch um das Überleben, weil viele Menschen werden das, gerade die alten, schwachen, die man jetzt als erstes schützt, wie wollen die mit so einem Giftcocktail umgehen? Was passiert mit diesen Menschen? Ich bin überzeugt, auch hier eben das Frettchen-Experiment, wir zeigen, die werden erst recht sterben und der Knackpunkt ist einfach, wenn man die Diegel-Zahlen noch mal ins Gewissen ruft oder sich in Erinnerung ruft. England wird von, das wurde 2018, die aktuellen Zahlen, mit dem aktuellen Stand von 2018 und die Prognose auf 2025. Wie ist die Bevölkerungsveränderung? England minus 75% der Bevölkerung, Irland minus 70%, USA minus 69%, dann kommt schon Deutschland minus 65%, Israel minus 48%, Frankreich, Spanien minus 42%, Schweiz minus 37%, Dänemark minus 35%, Italien minus und Belgien und Schweden minus 30%. Also massive Rückgänge und man kann jetzt von Diegel-Komm halten, was man will, aber wie kommen die in ihren Berechnungen, die von 2015 bis 2018 immer wieder aktualisiert wurden, letztlich zu diesen Bevölkerungszahlen. Und das macht jetzt im Kontext der Zwangsimpfung, die ja nicht kommt, aber trotzdem schon da ist, ganz klar Sinn. Denn in allen Ländern dieser Welt wird jetzt die Öffnung im nächsten Jahr nur geschehen, wenn wir negative PCR-Tests haben, wenn wir Immunitätsnachweise bringen können oder den Impfnachweis. Das wird sonst zu einer sozialen Ausgrenzung, wie ich weiß, aus persönlichem Bereich von einer Bekannten, die Russin ist und im Kontakt ist mit Russland, da wird kräftig geimpft. Aber die Ungeimpften dürfen nicht mehr zum Arzt, jetzt schon, nicht zum Zahnarzt, dürfen am sozialen Leben nicht mehr teilhaben, etc. pp. Das gleiche auch in Australien. Australien ist momentan ganz massiv als Polizeistaat federführend. Da wird wirklich mit Polizeigewalt auch getestet. Die Impfungen, die Bußgelder, das sind Bußgelder bis zu 66.600 australischen Dollar, wenn du gegen die Restriktionen verstößt. Also hier ist sogar die Zahl 666 noch darin enthalten. Es sind in Australien hunderte von Journalisten und von Aufkläern verhaftet worden. Also Australien, was ich jetzt persönlich, ich war mal in Australien vor langer, langer Zeit, vor 30 Jahren und das hat für mich eigentlich sehr ein offenes System und eine lebensfreundliche Gesellschaft für mich als Eindruck gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass Australien so schnell zu einem restriktiven Polizeistaat geworden ist und auch sogar in Deutschland hat schon angefangen. Also auch mit diesen Begrenzungen ohne Negativtest, ohne Immunitätsnachweis und dann ohne Impfung. Da können die noch lange erzählen, es kommt kein Impfzwang. Natürlich, er ist bereits da. Und das sind natürlich massive Ereignisse, auf die, da müssen wir jetzt einfach agieren und wir dürfen nicht weiter pennen. Das heißt, nicht nur die Beschäftigung mit dem, was passiert, weil es ist jetzt eh schon klar, eben, sondern es geht jetzt um die Umsetzung. Das ist was ganz Wichtiges. Dann haben wir natürlich noch als Zahlen. Diese Zahlen sehr gut korrelieren mit dem, was ja auch die Regierung sagt. Das brauchen wir an Prozenten von Leuten, die impfbereit sind. Ich möchte das nur noch mal in den Kontext setzen, dass diese Zahlen nicht irgendwo her sind, sondern vergleich doch mal. Du hast gerade gesagt, UK 75%, Irland 70%, USA knappe 70%, Deutschland genau das Gleiche auch, 65 bis 70%. Das sind doch genau das, was uns auch heute wieder in den Mainstream-Medien erzählt wird. Wenn wir nicht mindestens 60, 70% impfen, also im Herdenimmunität herstellen, dann ist das alles für die Katz. Dann werden wir weiter Masken tragen, dann werden wir weiter mit Restriktionen, weiter Lockdown und, 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 und. Offensichtlicher kann man es ja nicht mehr haben. Und an einem Sahnehäubchen haben wir natürlich auch noch gehabt, oder auch noch aktuell, die getürkten US-Präsidentschaftswahlen und diese weltweiten Wahlbetrügereien, wo sich auch jetzt zwar immer noch hauptsächlich im alternativen Bereich, aber auch in den Mainstream-Medien, also online, immer mehr rauskommt, die Weltspinne Chinas. Also auch hier, wie China sich sozusagen um die Welt gelegt hat in den vergangenen Jahrzehnten und überall drin steckt mit ihren Agenten und mit ihren verschiedensten Vertretern, die sozusagen mehr oder weniger die ganze Weltwirtschaft und in allen Strukturen bereits drin sitzt und eben hier ihr Wirken hat. Und das ist so, ich sage jetzt mal, der Moment. Da sind wir jetzt. Das ist so das Thema. Okay? Das ist die Historie. Und wenn wir das eben betrachten, wenn wir das betrachten, wenn wir sagen, ja, wir hätten es wissen können. Aber natürlich hat niemand damit gerechnet, weil ein großes Thema ist, wie so etwas überhaupt möglich ist. Also nochmal, um auf der Zunge zerdrehen zu lassen, die ganze Welt wird eingesperrt. Das gab es noch nie. Also wir sind jetzt in einer Weltbevölkerung von fast acht Milliarden Menschen oder sind schon bei acht. Und also mindestens fünf Milliarden Menschen davon sind dem dramatisch ausgesetzt. Also natürlich gibt es noch Lücken, aber es wird immer mehr auch in den in allen Ländern ausgebreitet. Und man sieht da schon massivst, was sich da für eben eine Fiktion in der Realität durchsetzen kann. Und da fragt man sich natürlich auch, wie war das überhaupt möglich? Wie hat es dazu kommen können? Weil das sind ja auch die Fragen, die man immer noch zum Dritten Reich stellt. Immer noch mit damals. Immer noch beschäftigt sich. Ja, wie konnte das überhaupt passieren, dass Hitler und die NSDAP und und so weiter in diese Machtposition kommen konnten? Und diese Frage sollten wir uns so schnell auch verstehen, dass das ganz leicht ist. Die meisten Menschen können es deswegen nicht glauben, weil sie denken, es ist unfassbar kompliziert, acht Milliarden Menschen in die Mangel zu nehmen. Nein, es ist total einfach, wenn wir das verstehen, wenn wir das als Grundannahme erstmal in unseren Kopf reinkriegen. Es ist leicht. Es ist ganz einfach. Und wenn wir dann das erstmal im Kopf haben und dann verstehen, okay, jetzt gucken wir uns mal die Mechanismen an. Also Mainstream, natürlich Medien, also an sich Medien überhaupt. Wer hat das Meinungsmonopol? Wie ist unser Gesundheitssystem aufgebaut? Wie sind die Strukturen aufgebaut, in denen wir funktionieren sollen? Wie sind Bankensysteme aufgebaut? Dann sieht man doch, dass das total einfach ist, in Menschen seine Existenz zum Beispiel kaputt zu machen. Und somit ist er kontrollierbar. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Da ist nicht ein Riesenkomplomerat. Das gibt es natürlich auch. Aber das Prinzip ist total einfach. Und das ist das, wo die meisten die Hürde nicht nehmen, weil sie sagen, nein, das kann doch nicht so einfach sein, weil dann, also in der Vergangenheit zumindest war das ja immer ein Argument, nein, das kann ja nicht funktionieren, weil dann würden sie es ja machen. Wenn wir über Verschwörungen geredet haben oder so was, dann würden sie es ja tun. Jetzt tun sie es und jetzt heißt es auf einmal, das ist unglaublich kompliziert und da sind tausende Menschen, hunderttausende involviert. Nein. Ja, schon involviert. Das Netzwerk hat natürlich schon seine, also man kann sagen, also mindestens ein Prozent der Menschheit spielt da mit, bewusst mit. Natürlich immer im Prinzip need to know. Aber wir müssen beginnen, wo der eigentliche Ursache ist, warum das funktioniert, nämlich an einer Bevölkerung oder an Menschen, die jetzt in den letzten Jahrzehnten, also man könnte jetzt mal sagen, in den letzten 100 Jahren dermaßen gehirngewaschen worden, sind und zu einer uninformierten Masse verantwortungslos und bequem in ihrer mehr oder weniger feudalen Realität sitzen, in ihrer kleinen Welt und gewohnt sind, alles abzugeben an Verantwortung. Alle anderen machen es eben, die Politiker, der Chef, meine Frau, der Arzt etc., PP, die Lehrer und so weiter, kümmern sich um unsere Kinder. Also es wurde einfach nur noch abgegeben. Natürlich gibt es auch andere Länder, die mussten um ihr Leben kämpfen, die waren selbstständig, die mussten dafür sorgen. Ich meine, dieses Penthouse-Dasein, wie wir es hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum haben und in Europa, zum Teil auch in den USA, das haben natürlich die meisten Länder oder die meisten Menschen nicht. Aber nichtsdestotrotz, sie sind alle ferngesteuert, sie sind alle fremdinformiert. Das Weltbild, die Überzeugungen und alles ist von außen indoktriniert worden, auch in den Drittweltländern. Und das hat natürlich mal zuerst für die Grundlage im Kollektiv gesorgt. Und wie du sagst, ja, das können sie doch nicht tun, nee, das machen sie doch nicht. Nee, so böse sind die bestimmt nicht. Und dann immer mit diesem Schlagargument Verschwörungstheorie und so weiter. Und wir wissen es doch, ich meine, sie haben es uns auch alle gesagt, wie der Jean-Claude Juncker, also der Chefalkoholiker der EU, der ehemalige. Wir führen zuerst etwas ein, wir warten ein bisschen, wie die Reaktion ist. Und wenn es kein lautes Geschrei gibt, dann machen wir einfach weiter. Und so funktioniert es. Das ist ja eben dieses stillschweigendes Einverständnis, aus welchen Gründen auch immer. Das kann Angst sein, das kann Ignoranz sein, das kann Faulheit sein, das kann, ich habe ganz andere Dinge zu tun, als mich mit dem zu beschäftigen und, 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 und. Also es gibt ja da zahlreiche Gründe für jeden persönlich. Aber im Endeffekt ist es jetzt bei uns angekommen. Das heißt, wir stehen jetzt vor den Resultaten unserer eigenen Untätigkeit. Weil nochmal, wir haben noch darüber... Das funktioniert doch nicht, Martin. Das funktioniert doch nicht. Ist doch immer wieder das Argument, das funktioniert doch nicht. Nein, tut es nicht. Aha. Tiaretten werden so angehoben, die Preise. Bei den Spritpreisen macht man das genauso. Man erklärt ja auch seit Jahrzehnten, du kannst auch mit 380 Euro überleben im Monat. Das heißt nicht, dass du am Sozialleben teilnimmst, aber überleben wirst du in unserem großartigen Sozialstaat. Haben wir nicht die Leute da dran gewöhnt? Ja, ich möchte nur noch mal ein paar Argumente für die, die vielleicht zufällig jetzt hier einschalten und sagen, was sind das für zwei Spinner? Ja, also, du weißt, wie ich das meine, ja. Aber das ist doch genau das. Ja, genau so wird es gemacht. Das sind ganz simple Prinzipien. Gewöhne die Menschen ganz langsam an neue Umstände und sie werden irgendwann, das hast du vorhin gesagt, aufgrund ihres nicht vorhandenen Langzeitgedächtnisses, aufgrund der hohen Dichte der Informationen und Falschinformationen. Die wissen doch nicht mal, was gestern war. Dann wissen sie doch schon gar nicht mehr, was vor zwei Monaten war. Und dann lullen wir die so lange ein, bis das funktioniert und bis die Leute sagen, hey, da kannst du ja nichts machen. Das ist doch alternativlos. Wir müssen ja. Genau so funktioniert es. Ich meine, das Erste, was wir ja dann sehen als Gegenüber, sind ja die ganzen Politiker, die Mainstream-Medien, die sogenannten Experten, die gekauften Korrupten. Und das ist ja mal das Erste. Mit dem, da bleiben ja die meisten dann hängen. Ja, der ist halt so oder die sind halt korrupt oder die mauscheln halt und die sind halt nur für ihren eigenen Lebensabend, wo sie weiß nicht, wie viel Rente dann kriegen wollen und so weiter. Das ist es nicht. Also man muss dann, wenn man da drin gefangen ist, kommst du nirgendwo hin. Und irgendwann kommt der Schritt dahinter in den Hintergrund, also hinter den Vorhang zu sagen, okay, aber wer steuert denn die? Wer finanziert denn diese Organisationen? Was sind das überhaupt für Organisationen? Und man stellt fest, alles NGOs, nicht Government Organisations, alles Vereine, die irgendwann gegründet wurden. Wenn man da anschaut, okay, warum wurden die eigentlich gegründet? Woher kriegen denn die ihre Gelder? Ob das auch die Antifa, Black Lives Matter und so weiter betrifft? Dann sieht man halt immer mehr diese Strukturen, die dann zu bestimmten Menschen führen, die natürlich auch trotzdem noch Marionetten da sind. Ob das jetzt Soros ist, ob das Gates ist, ob das die Rockefeller sind oder die Rothschilds, also die, die man an der Öffentlichkeit sieht. Das sind nicht die Machthaber, aber man kann immer besser erkennen und das machen ja auch viele, sogar im Mainstream. Wenn ich anschaue, die Kabare-Sendung, die Anstalt, wie die gewisse Strukturen aufbereiten und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeigen, wie viel Dreck da untereinander gemauschelt wird. Also ich finde, die machen wirklich klasse Sendungen. Die gehen natürlich auch nicht über einen bestimmten Punkt, aber sie zeigen zumindest innerhalb des Systems, wie korrupt die Politik, die Lobbyisten, die Wirtschaft und diese ganzen Machenschaften eben verstrickt sind. Und das sind keine Verschwörungstheoretiker, das sind Fakten. Die sind wirklich journalistisch hochbrillant aus zugänglichen Daten recherchiert und aufbereitet worden. Und ich meine, da sieht man ja schon, okay, Verschwörung ist Usus. Es gibt eine elitäre Gruppe, egal wie man sie nennt, egal wie weit, dass man rausgeht. Natürlich muss man vorsichtig sein in dem Moment, wo man dann von Außerirdischen spricht, von Dämonen, von Reptiloiden und von solchen Geschichten, weil da drehen dann wirklich spätestens die meisten ab und sagen, okay, jetzt wird es gar gar. Aber wenn man es vorher bleibt, auch was jetzt die Themen betrifft, das Wissen, was jetzt nochmal massiv hochgekommen ist, was ja nicht unbedingt neu ist, über Rituale, über Menschenhandel, über Kinderpädophilie bis zu satanischen Ritualen von Erwachsenen und Kindern bis in den Bereich Adrenochrom, Zucht, Menschenzucht, Menschenhandel und so weiter. Da muss man sich ja nicht unbedingt dann wirklich mit den Kräften jenseits dieser irdischen Welt beschäftigen, sondern aber man kann einfach erkennen, diese Kulte sind auch Jahrtausende alt. Das ist Usus und man kriegt genügend Beweise. Auch die ganzen Kirchenstatuen, wo man draußen an den Kirchen die Pfaffen sieht mit Kindern, die ihren Kopf im Schritt ausgerechnet auf Schritthöhe haben, der Mund so richtig passend. Und solche Dinge, sie zeigen es uns ja. Sie zeigen uns auch an den Kirchen, die ganzen Gargoyles, die ganzen Dämonen, die sie außen platziert haben und so weiter. Also die Botschaften waren immer klar. Es ist auch hörbar, dass der Vatikan seit den 60er Jahren offiziell Luzifer intronisiert hat und dass Kyrien gesungen werden, wo Luzifer angerufen wird. Wenn man die Architektur des Vatikans betrachtet, auch hier sieht man die Schlange, auch hier sieht man Luzifer und und und. Also man kann es wirklich überall erkennen. Und wer halt wirklich ignorant bleiben will, so nach dem Motto, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts. Ja, der muss es dann halt für sich ausbaden. Aber eben, es geht nicht mehr. Viel zu stark sind die Weckrufe, viel zu massiv. Das heißt eben, die rote Pille wird jetzt initiiert. Spirituell, energetisch gesehen ist die rote Pille in jedem Menschen angekommen, auch bei denen, die in diesen Strukturen tätig sind und die wissen, was sie tun. Auch da erwachen ganz viel. Darum werden wir ja auch eingeladen. Kommt, wechselt die Seiten. Ihr kriegt einen Schutz von uns, auch wenn ihr schlimme Dinge gemacht habt. Aber jeder Insider, der rauskommt mit wichtigem, wertvollem Wissen über diese Deep State Strukturen und so weiter, ist bei uns willkommen. Und wir werden ihn wirklich auch, ich sage jetzt mal, begnadigen im Kontext. Natürlich kann man nicht alles einfach unter den Teppich kehren, aber sie werden eingeladen. Und diese Dinge, wo du gesagt hast, eben, das ist ja ganz einfach. Ich meine, die Psychologie der Massen wird schon seit Jahrzehnten untersucht oder eigentlich seit dem Jahrhundert. Die globale Propagandathemen, wie kann man Propaganda machen? Das wird ja schon spätestens seit dem Ersten Weltkrieg, beispielsweise, wenn man zurückgeht in den Jahrhunderten vorher, wurde immer Propaganda gemacht. Bis zu dem Römischen Reich zurück. Das war immer Byzantinisches Reich. Bis zurück nach Babylon, Sumer. Es war immer Propaganda, wie man die Masse entsprechend steuern kann. Das sind alte Techniken, die, wie du schon sagst, sehr einfach sind. Und das geht dann halt jetzt in der Moderne in den Bereich Hypnose und Mind Control. Auch mit technischen Möglichkeiten, mit Frequenzmöglichkeiten, mit Fernsehgeräten und, und, und. Es ist, ich meine, für jeden, der zu dieser Elite gehört, ist es natürlich ein Freudenfest, was für Möglichkeiten denen heutzutage zur Verfügung stehen im Verhältnis vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren. Aber es sind immer die gleichen Geschichten. Und wenn, ja. Martin, das ist, ich finde das so immer wieder absurd eigentlich, ja, oder sowas. Weil das sind ja ganz simple Fragen, die wir uns eigentlich stellen müssen. Gibt es Korruption? Gab es in der Vergangenheit Korruption? Ich sag mal jetzt weltweit. Da kann doch wohl kaum ein Mensch, der noch bei Verstand ist, sagen, nee, gibt es nicht. Hat es immer gegeben. Hat es denn Faschismus gegeben? Und Faschismus als Wort, nicht als Staatsfassung. Faschismus als Wort bedeutet Konzentration, Bestrebung von Macht, also Machtkonzentration. Hat es sowas gegeben? Gibt es sowas? Ja. Aber ja doch, gibt es. Gibt es Menschen, die sagen, wir haben so viel Macht und die üben wir jetzt auch aus, auch wenn wir damit andere Menschen möglicherweise nichts Gutes tun? Das nennt man Verschwörung. Ja? Gibt es sowas? Ja, gibt es. Also wie kann man dann, und wer das nicht begreift, der ist wirklich ein Leugner. Der leugnet aber sich selbst, weil er nicht bereit ist, genau diese Pille zu schlucken und zu sagen, da müsste ich ja mein ganzes bequemes Leben aufgeben. Da müsste ich ja alles, was ich vermeintlich gelernt habe, aufgeben. Ich verrate mal ein Geheimnis. Die Welt funktioniert deswegen so gut, weil im Mainstream keine Frage offen bleibt. Es wird dir wie im Kindergarten als kleines Kind alles schön erklärt, wie du die Dinge zu sehen hast und wie die Dinge sind. Und wenn du davon abweichst, bist du ein Abweichter, bist du ein Verschwörungstheoretiker, ein Aluhutträger, ein Rechter, ein Populist, ein was weiß ich nicht alles. Man findet also Kampfbegriffe. Wer diese Mechanismus nicht versteht oder nicht verstehen kann, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Der hat auch dann vermutlich nicht diese Aufgabe, in dieser Welt etwas zum Guten zu tun, auch wenn er das vielleicht innerhalb der Familie versucht. Ja, das kann ja sein, das rechne ich jedem hoch an. Aber er wird diese Welt mit dieser Einsicht nicht verändern, nicht verbessern. Er wird kommen, er wird gehen und das war's. Mehr wird nicht sein dazwischen. Ist das der Sinn des Lebens, den du, wenn wir jetzt wieder einen Kritiker ansprechen würden, ist das der Sinn des Lebens, den du dem Leben geben möchtest? Oder suchst du etwas, wo du auch eine Wahrhaftigkeit findest? Und das ganze System funktioniert durch Mitmachen und weil keine Fragen offen bleiben. Es wird wie in der Kinderwelt dir erklärt, 1 und 1 ist nun mal 3. Das musst du begreifen. Nicht 2, 3. Das ist so. Wir erklären dir das jetzt einfach so. Orwell lässt grüßen. Wir kennen doch die ganzen Mechanismen, Framing und so weiter und so fort. Genau. Und die widersprüchlichen Aussagen, weil wir reden ja natürlich auch mit Menschen, die jetzt, ich sage jetzt mal, von unserer Welt nicht viel am Hut haben oder beschäftigt haben und trotzdem die verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, was soll ich denn glauben? Eben, es ist ja auch gezielt eine Flut von widersprüchlichen Aussagen von beiden Seiten, auch dieses Hin und Her der Politiker, der korrupten Experten und so weiter. Mal auf der Seite dann wieder Kontra, dann wieder dies und jenes, dann wieder mal ein bisschen nach dem Mund geredet der Bevölkerung, weil das Geschrei lauter wird und dann sind die wieder befriedigt und dann können sie trotzdem wieder ihre Agenda fahren. Das ist Beschäftigungstherapie, nicht mehr. Ja, klar. Und die falschen Informationen, die falschen Zahlen, die getürten Statistiken oder eben aus den Zusammenhang gerissenen Statistiken, weil wir haben jedes Jahr, haben wir Notstand in den Intensivstationen, bei jeder Grippewelle, jedes Jahr, gleiches Thema. Ich habe jetzt erst gestern wieder die ganzen Berichte gesehen von 2015. Wir sind am Anschlag von 2015. Ja, wir können das nicht mehr. Panik, 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 Panik. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Aber jetzt mit Corona ist es natürlich viel schlimmer. Und nochmal, die Menschen, also was ich der Meinung bin, die Menschen haben nicht Angst vor dem Tod. Die Menschen haben Angst vor Schmerz und Leid. Das ist eigentlich, das ist die eigentliche Angst. Und da das Leben halt auch schmerzhaft sein kann, haben sie im Endeffekt Angst vor dem Leben. Angst vor sich selber, was ich tun würde, wenn ich meine Konditionierung loslasse, was passiert, wenn mein Kartenhaus, mein Weltbild zusammenstürzt, meine Gutgläubigkeit, alle meine Illusionen und so weiter. Was werde ich dann leben? Was werde ich dann sein? Was wird dann passieren? Wow. Also im Endeffekt haben die Menschen Angst vor sich selber. Das ist der größte Feind. Also sprich, ihr Ego hat Angst vor ihnen als seelische, göttliche Wesen. Und das ist natürlich begründet, weil das Ego weiß, wenn die Seele kommt, habe ich nichts mehr zu sagen. Dann bin ich ausgelutscht. Dann bin ich nicht mehr diese, ach so wichtige Rolle auf der Weltbühne, sondern dann kommt der göttliche Schauspieler und der übernimmt mich dann. Und der hat dann das Sagen. Und das verhindert natürlich auch ganz viele Egos. Dann haben wir auch diese ganze, ich meine, die PCR-Tests, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, was das für ein Schwachsinn ist. Und obwohl eben auch hier die ganzen Zahlen da sind, wir gehen halt zum Testen, wir müssen halt oder sonst was. Ich gehe nicht zum Testen, ich gehe nicht zum Impfen, ich verweigere das, ich trage keine Maske, nach wie vor nicht. Ich gehe immer noch raus. Und das, auch wenn ich natürlich auch ein Stück weit merke, meine Batterien nach diesem Marathon, ja, ich habe keine Lust mehr auf Auseinandersetzungen, da muss ich mich auch motivieren und sagen, nee, meine Wahrheit ist mir wichtiger, die Authentizität, meine Seins und mich wieder, da muss ich mich halt in meiner Souveränität wieder stärken und dann gehe ich halt wieder raus und lebe meine Wahrheit und so weiter. Das ist einfach, das gehört dazu. Und dann darf man auch nicht vergessen, die ganzen finanziellen Anreize, die geschaffen worden sind. Sowohl für Kliniken, Ärzte, sogar für die hinterbliebenen Familien, die haben sogar noch Bonusgeld gekriegt, wenn im Totenschein C-Tot stand. Also muss man sich mal vorstellen und natürlich der große, der globale Lapsus vom IWF und von der Weltbank Ländern Geld anzubieten für die Lockdowns, was ja auch immer mehr rausgekommen ist. Und das ist doch auch hier, das sind ja offizielle Informationen, die muss man ja gar nicht bei den Verschwörern suchen, die kann man in, wenn man wirklich sich die Mühe nimmt, wie du schon gesagt hast und etwas recherchiert und Zeit investiert, wenn man es wirklich wissen will, damit man in die Klarheit kommt, damit man wirklich genügend Informationen hat, damit man sich wirklich entscheiden kann fürs Leben und nicht gegen das Leben, dann muss man sich halt diese Mühe machen, aber man findet diese Informationen. Und das ist wichtig, Martin, genau eine Entscheidung zu treffen. Das ist das Entscheidende im wahrsten Sinne, wie viele Menschen kenne ich doch selber, die gesagt haben, ey, wir wissen das alles, aber wir wollen es nicht wissen. Wir wollen so weiterleben wie bisher, weil das so schön ist und weil das wir uns schön in unsere Kuscheldecke einwickeln und das Leben so schön einfach ist. Klaus Kleber erklärt mir am Abend, was ich am nächsten Tag zu denken habe. Dann ist mein Chef beruhigt, wenn ich genau das Gleiche wiederkäufe. Ich bekomme am Monatsende mein Solea. Damit kann ich ja gerade so leben. Wunderbar. In Urlaub kann ich auch noch fliegen und für ein bisschen Spielzeug reicht es vielleicht auch noch und so weiter und so fort. Das ist das. Wir treffen nicht die Entscheidung zu sagen, was machen wir mit dem Wissen? Genau, aber auch Gruppen, wenn man sagt, aber ich alleine. Es sind ja genügend Gruppen da und wenn die halt erst auch nur virtuell verfügbar sind, immerhin und aus dem Virtuellen kann man immer den Sprung ins Analoge machen, wenn man es wirklich will. Also die Geschichte. Dann ist natürlich auch klar, es findet ja auch keine objektive Diskussion in der Öffentlichkeit statt, jenseits der alternativen Medien. Es findet keine wirklich tiefgründige Untersuchung statt des Ganzen. Also das wird ja immer gleich gedeckelt, gedeckelt, gedeckelt. Und auch das ist nochmal etwas, wo diese Hörigkeit, diese Konditionierte, ich muss mich nach den Mainstream-Medien, nach den Politikern, nach denen richten, nach den Ärzteverbänden, nach dem RKI und so weiter. Ich meine, die, die das so drin haben und denen wirklich glauben, die sind natürlich verratzt, weil sie auch eben gar keine alternativen Informationen kriegen, wo überhaupt das Denken mal etwas in Gang kommen könnte. Also es ist nicht nur Denkfaulheit und Bequemlichkeit oder Angst, sondern es ist natürlich auch, wenn ich in der Kiste lebe, dann habe ich ja, auch wenn die Gelegenheit da wäre, die Kiste natürlich zu verlassen. Aber trotzdem, gehen wir mal von dem Hardcore-Menschen aus, der einfach diese Kiste aus der einzigen Welt betrachtet und wie er halt konditioniert worden ist, von klein auf und seiner Eltern schon und seiner Großeltern schon und einfach dieses Massenkollektiv, diese Fiktion, wie die Realität ist, wie das Leben funktioniert, was er für ein Lebewesen ist und so, einfach nicht verlassen kann und da auch nicht mal an den Rand kommt des Studios wie bei Truman Show. Also nicht mal eben merkt, oh okay, der Himmel dahinter ist eigentlich nur eine Wand, die bemalt ist, sondern eben noch weit weg ist von dieser Wand und sich immer noch im Studio rumirrt. Da kommen ja auch keine Informationspakete durch und das ist ja klar, wie ich schon gesagt habe, das Leben bringt mir immer die Informationen, die ich brauche, ist aber abhängig davon, dass ich diese Informationen auch verlange, dass ich überhaupt mal Prozesse in meinem Bewusstsein durchlaufe, wo ich merke, ah, da ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen, ich hätte da gerne Antworten. Diese Menschen kommen gar nicht auf diese Fragen, dass das Leben ihnen die entsprechenden Antworten und Informationen bringen kann und das ist natürlich dann schon sehr verratzt und das sind diejenigen, die natürlich voll im C-Theater drin sind, die auch gerne sich impfen lassen und hoffnungsvoll sagen, ja und dann sind wir befreit und dürfen endlich wieder leben, Pusterkuchen. Aber gut. Das sind genau die Menschen, die mir vorwerfen, ich bin dafür verantwortlich, dass wir Lockdown haben, weil ich keine Maske trage, weil ich wage nach 21 Uhr rauszugehen, weil ich auf einen Meter rangehe auf die Menschen, weil ich ja ein fühlendes und interaktives Wesen bin, ja, wir werden also zu Gefährdern erklärt und diesen Menschen ist nicht zu helfen. Ich kann diesen Menschen nur energetisch mit auf den Weg gehen, weil sie werden mich ja auch nicht hören, weil das sind ja Menschen, die diese Sendung nicht mal anklicken würden, nicht mal im Geringsten anklicken würden. Ich kann das aber nur auf der energetischen Ebene mitteilen. Die Quittung dafür wird kommen und ich bin froh, dass ich sie nicht tragen muss. Ich bin auch froh, dass ich es nicht entscheiden muss, welche Quittung diese Menschen bekommen. Ja, das wird von höherer Instanz dann gelöst und so weiter. Das ist auch in Ordnung für mich, ja. Aber anders kann ich damit nicht mehr umgehen, weil diesen Menschen ist nicht zu helfen. Wir müssen uns auf die konzentrieren, die kapiert haben, okay, es gibt einen Kaninchenbau. Und ja, wir tauchen natürlich in den Zeitqualitäten extremst manchmal tief ab in diesen Kaninchenbau. Warum? Weil es uns auch interessiert. Ich bin ein Mensch, den interessiert das einfach. Ich will mich damit beschäftigen. Ich will das rauskriegen, wo das herkommt. Aber die Masse da draußen muss doch nur verstehen, okay, es gibt überhaupt einen. Also ja, Korruption gibt es. Es gibt Politiker, die nichts Gutes für uns wollen. Es gibt Politiker, die ihre eigenes Machtbestreben viel wichtiger ist. Ja, guck doch in die Vergangenheit. Lernst doch endlich aus der Geschichte. Hat es doch alles schon gegeben. Und das ist es. Denen ist noch einigermaßen zu helfen. Und diejenigen, die verstehen, okay, hier kommt was auf uns zu. Also die, die Gefahr sehen, den kann ich aber sagen, Leute, es gibt genügend Technologien, es gibt genügend Formen von Möglichkeiten, von nicht nur Therapien und Gesprächen und sonst irgendwas. Ey, ihr kommt da wieder raus. Das ist eigentlich, ich wollte es mir eigentlich aufheben für zum Schluss, aber hier passt es jetzt wunderbar rein. Wir kommen aus dieser Nummer wieder raus. Wir kommen auch in ein Zeitalter, wo wir wieder Menschen sein dürfen. Ob die Welt dann noch so aussieht wie jetzt, verabschieden wir uns doch mal von dem Gedanken. Und wenn nicht, ist doch nicht schlimm. Wann bauen wir etwas Neues auf? Auch das haben wir doch in der Vergangenheit gelernt und auch bewiesen, dass wir das können. Und den Menschen möchte ich mit auf den Weg geben. Verzweifelt nicht, bleibt im Mut, bleibt in der Hoffnung. Genau diese Dinge sind doch wichtig. Und eure Informationsbeschaffungsquelle ist doch auch mitentscheidend. Denn es ist ja immer nur, das, was ich weiß, kann ich umsetzen. Nicht, was ich glaube, was ich weiß. Was kann ich verifizieren? Ich sage, ja, okay, so ist es. Und danach zu handeln, so gut es eben geht. Auch wir haben doch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und auch wir latschen in Fettnäpfchen rein. Auch wir haben Fake News, die wir mal verbreitet haben, weil wir nicht die Zeit hatten, es zu kontrollieren. Aber ich glaube doch, in der Gesamtkonstellation können wir doch sagen, wir versuchen die Information nach draußen zu bringen, wo man doch adaptieren kann, hey, wenn du die Information hast, wenn du sie verstanden hast, wie sie funktioniert, dann hast du doch in der Regel noch in derselben Sendung oder auf dem gleichen YouTube-Kanal doch zehn Angebote, mindestens, wie du das Problem auch zu lösen bekommst. Weil uns nützt es ja gar nichts, über Probleme zu sprechen und über Gefahren zu sprechen, wenn wir nicht auch eine Lösung mit anbieten können. Und das können wir. Und denen möchte ich Mut geben. Such die Lösung. Und das ist genau, was du gerade ja gesagt hast. Deswegen passt das so rein. Wenn ich bereit bin für die Information, wenn ich danach bitte, diese Information, diese Lösung zu bekommen, wird mir früher oder später sie ganz offenkundig präsentiert werden. Und dann muss ich doch nur noch zugreifen. Immer schneller. Es geht ja mittlerweile so, weil auch die ganze Frequenzerhöhung, also ich meine, der Umbau unserer Welt, also auch im astrophysikalischen Sinne, im spirituellen Sinne und so weiter, beschleunigt ja diese Instant-Manifestation. Etwas gedacht und dann passiert es oder eben eine Frage rausgeschickt ans Leben und die Antwort kommt eben nicht mehr nach einem Monat, sondern nach einem Tag bereits. Aber wenn die Menschen sich natürlich nach wie vor wie Kinder verhalten. Wir haben eine schöne Sendung gemacht über die Befreiung des göttlichen Kindes. Wie Kinder verhalten und keine Verantwortung überleben wollen. Und halt eben Papa, Mama, Staat. Und ich meine, wir sehen ja, wie sie auftreten. Wir sehen ja, wie diese ganzen Politikerheinis auftreten. Ja, wir machen ja nur, was nötig ist, weil ihr so ungezogene Kinder seid. Da müssen wir ja auch so hohe Bußgelder. Wir müssen euch ja zwingen zu eurem Glück. Und das ist natürlich höchste Arroganz, weil sie ja uns wirklich vernichten wollen. Das ist wirklich diese Absicht, die dahinter ist. Also nochmal die Reduzierung der Menschheit auf 500 Millionen. Das ist nicht einfach nur ein paar Steine, die in Georgia stehen, in Amerika. Einfach für nichts, weil irgendein Idiot gehört hat, ich habe zu viel Geld und lasse die gravieren und lasse die hinstellen, weil das hat einen Haufen Kohle kostet und so weiter. Sondern es war ein Loschen-Arbeitsprojekt der Rosenkreuzer in Verbindung mit der Freimauer, was da hingestellt worden ist. Als Verkündung, was kommen wird. Aber wer eben halt trotzdem Kind bleiben will, weil es halt so bequem ist und meine, ich will halt weiter gefüttert werden und ich will nicht selber essen und ich will nicht erwachsen werden, erwachen, dann kann man halt denen nicht helfen. Aber das ist aber auch so eben diese Arroganz, die mittlerweile die Politiker an sich legen. Es ist einfach dieses, ja, wir müssen euch jetzt noch mehr einsperren, wir müssen euch noch mehr quälen, aber eben, wir machen das ja alles nur zu eurem Wohle, weil ihr so deppert seid, weil ihr so ungezogen seid. Pui, 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 ihr bösen Kinder. Und das führt dann auch eben zu Psychoterror, zu Staatsterror. Denunzianten werden erschaffen, die Spaltung wird noch mehr genährt, die Umlenkung, auch der Wut und der Frust, auch von denjenigen, die im C-Theater ja drin sind und dran glauben, auch der ihr Wut und Frust, die ja entsteht, weil sie ja innerlich jeder Mensch innen drin spürt, das ist Quatsch. Irgendwas stimmt da nicht. Also ich habe so viele Gespräche eben mit ganz normalen Menschen, die alle sagen, ja, stimmt was nicht, aber... Und die wird dann umgelenkt auf die Bösen, auf die Menschheitsgefährder, auf die, die ohne Masken rumrennen, auf die Querdenker, auf die weiß nicht was alles. Da, die werden dann sozusagen als Zielscheibe dargelegt und gesagt, schützt doch auf die, weil wir wollen ja nur euer Bestes, aber wir helfen euch ja zu überleben, aber die, das sind die Bösen. Und das ist natürlich der Wahnsinn, wer dann darauf reinfällt. Und da muss man sich natürlich nicht fragen mit der ganzen Zensur und die ganzen Unterwerfungsmaßnahmen bis zu Angriffe, Verhaftungen und sogar eben Entkörperungen. Also Kritiker, die wirklich eine gewisse Macht haben, Aufklärer, die wirklich zu hohe Wellen schlagen jetzt in diesem Ganzen, die werden dann einfach tot aufgefunden oder versterben. Überraschend. Das ist jetzt auch schon genügend vorgekommen. Das ist auch Usus-Praxis. Wenn die Diffamierung nicht klappt oder das Lächerlichmachen nicht klappt, dann irgendwann und derjenige wirklich auch ein, ich sage mal, ein Zahnrädchen im System ist, wo das System dann trotzdem echt leidet drunter, wenn der jetzt nicht mehr konform funktioniert und Sand ins Getriebe stüttet, tschack und tschüss. Überraschend gestorben. Haben wir ja ein paar jetzt schon gehabt. Ich kann da nur für mich sprechen. Das ist eine ganz reine persönliche Einstellung dazu. Erstens, ich habe damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich fühle mich da auch nicht angegriffen. Ich bin seit über 20 Jahren, warte, dann blende ich mich mal ein. Dann machen wir es ein bisschen anders, lieber Zuschauer. Ich kann damit umgehen. Seit über 20 Jahren mache ich ja nun Aufklärung. Ich kenne also genau diese Beschimpfungen und so weiter und so fort. Ich bin das mehr oder weniger also gewöhnt. Ich habe da ein dickes Fell. Es stört mich nicht. Was ich aber sagen kann für mich, und das ist eine Sache, die kann sich jeder nur für sich selber ausmachen. Ich habe kein Problem damit, auch für meine Überzeugungen zu leben, respektive natürlich auch dann dementsprechend so abzutreten. Und das muss man erst mal sitzen lassen. Das muss man vermutlich auch erst mal wirken lassen, weil das ist nicht so einfach für den einen oder anderen, das vielleicht nachzuvollziehen. Was will er jetzt mir da eigentlich damit zu erzählen? Aber es geht darum. Ich möchte nicht als Märtyrer sterben oder sowas. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich habe eine gewisse Überzeugung in meinem Leben. Man könnte auch sagen, einen gewissen Auftrag, den ich empfinde, bei den Dingen, die ich halt tue. Und ich bin bereit, weil mir dessen bewusst ist, die Konsequenzen, und zwar alle Konsequenzen, die das mit sich trägt, auch zu tragen. Natürlich wird das in den nächsten Jahren vermutlich nicht einfacher, nicht komfortabler werden. Die Repressalien den Aufklärern gegenüber oder Menschen, die den Mut haben, sich zu zeigen und auch ihre Meinung zu sagen, sicherlich auch nicht. Da ist er wieder, der Martin. Martin, ich spreche gerade noch mal zu dem Zuschauer, wie ich persönlich damit umgehe und dass jeder für sich entscheiden muss, ob er diese Repressalien auch bereit ist zu tragen, die kommen werden oder bereits schon da sind. Und ich war gerade dabei zu erklären, dass ich für mich im Leben einen Sinn versuche zu sehen, in dem auch in dem, was ich natürlich tue, in dem, was ich vorlebe und auch bereit bin, im schlimmsten Fall die Konsequenzen dafür zu tragen. Also mich eben nicht einseifen zu lassen und dann zu sagen, naja gut, dann spielen wir jetzt alle NWO. Wenn das System also auf die dumme Idee kommen sollte, zu sagen, dann müssen wir diese Menschen wegräumen, dann werde ich das aufrecht, und das ist mir ganz wichtig, dass das begriffen wird, dann werde ich das aufrecht akzeptieren, in dem Sinne, wenn ich es nicht mehr verhindern kann. Und das ist etwas, was jeder einzelne Mensch für sich, der in diesem Bereich jetzt arbeitet, tätig ist oder versucht, Aufklärung und Arbeit zu leisten, sollte sich bewusst sein, genau über dieses Spiel. Und wir können aus diesem Spiel nur austreten, wenn wir eben die nächst höheren Ebenen zumindest energetisch betreten, indem wir uns klar machen darüber, darüber, dass eben der Tod nicht das Ende ist, sondern nur ein weiterer Übergang in eine nächste Qualität, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Oder wie auch immer du das sehen magst. Und das ist für mich weitaus wichtiger, aufrecht zu sein. Aufrecht. Der Mensch ist aufrecht produziert, beziehungsweise gebaut, möchte ich es jetzt, und ich möchte auch einfach dabei bleiben, bei diesem Beispiel, ja, erschaffen worden, manifestiert worden. Nicht als kriechendes Wesen, nicht auf allen Vieren. Und bitte, liebe Zuschauer, macht euch darüber im Klaren, wie möchtet ihr vielleicht, das ist jetzt ein schwieriges Thema, aber wie möchtet ihr vielleicht irgendwann mal gehen? Wollt ihr das aufrecht tun? Wollt ihr das mit Überzeugung machen? Vielleicht sogar, das kann ich mir bei mir vorstellen, mit einer gewissen Freude und auch Genugtuung, die Dinge im Leben, die man gemacht haben wollte, auch wirklich gemacht zu haben, unabhängig der Konsequenzen, die das mit sich führt. Denn am Ende, die Konsequenz ist immer der Tod. Es ist immer das Entkörpern aus dieser gemachten Realität. Ja, und die Strafe ist eigentlich, wenn wir das Leben nicht gelebt haben. Das ist das Schlimmste für uns als Seelen. Wenn wir unseren Seelenplan nicht erfüllt haben, wenn wir unsere Absichten, wenn wir als Feigheit oder aus welchem Grund auch immer, dem Leben ausgewichen sind. Das ist das, was uns dann auf dem Sterbebett beispielsweise im Übergang und in der Verarbeitung unseres Lebens am meisten auffällt. Also nicht die Fehler, die wir gemacht haben, sondern das Nichtgeliebte. Und das ist eigentlich das Große. Ich meine, wenn wir uns anschauen, was bewirkt diese ganze Pandemie und dieses ganze Theater eigentlich überhaupt, geht es im spirituellen Kontext ganz klar um die Schulung. Das heisst, wenn wir als Menschheit uns nicht bewegen, wenn wir nicht uns eben ins Leben stürzen und in unserer Multidimensionalität, eben, du hast gesagt, ja, irgendwann dürfen wir wieder Mensch sein. Wir sind jetzt Mensch. Das heisst, wir können jetzt schon Mensch sein. Wir geben uns den Status. Nicht die da draußen. Kein Richter, kein Politiker, kein Arzt, kein Partner, niemand. Wir geben uns alles selbst. Wir geben uns auch den Status. Das heisst, wenn ich mich sehe als Wurm, ja gut, aber dann muss ich mich nicht beklagen, weil ich bringe mich selber zum Kriechen. Wenn ich mich sehe aber als göttlicher Schöpfer, als multidimensionales Wesen, dann mag das natürlich am Anfang als Wurm sagen, jetzt habe ich einen an der Klatsche, ich bilde mir was ein oder ich eben belüge mich jetzt gerade. Aber wenn ich das sukzessive, konstant, und da sind wir wieder bei der Ernsthaftigkeit, bei der Disziplin und bei der Langatmigkeit, wenn wir das wirklich leben, Konsequenz, wenn wir einfach mal sagen, okay, ich spiele jetzt mal Schöpfer. Ich lasse mich jetzt mal aufs Risiko ein. Ich habe mich jetzt 40 Jahre lang als Loser gefühlt, als Blatt im Wind, als Opfer oder weiß nicht was. Jetzt mache ich mal ein anderes Spiel, einfach einen anderen Film und ich gebe mir in meiner irdischen Rolle einen anderen Status und fange an, wirklich das zu leben. Dann habe ich natürlich eine völlig andere Grundlage und es beginnt sich Schritt für Schritt, am Anfang vielleicht noch subtil, aber immer mehr mein Leben zu verändern. Und das Leben ist ja interaktiv, weil wir sind das Leben. Das heißt, auch wenn ich ja scheinbar getrennt bin, trotzdem bin ich eine Zelle dieses planetaren, solaren, galaktischen Organismus. Und wir sind in Interaktion. Das heißt, wenn ich dem Leben neue Impulse gebe, wir haben oft auch das Beispiel verwendet, Holodeck, ich programmiere meine Matrix. Wenn ich dann neue Programme reingebe, ja, dann wird das auf dem Bildschirm auch sich verändern. Auch wenn am Anfang die alten, unbewussten Programme, die noch stark geladen sind, natürlich noch die Vergangenheit zeigen. Aber es wird immer mehr dieses neue Bild, was ich halt im Hier und Jetzt ständig aufrechterhalten muss, was ich nähren muss mit meiner Lebenskraft, mit meiner Freude, mit meiner Liebe, mit meiner Überzeugung und vielleicht auch mit meiner Sturheit und auch mit meinem heiligen Zorn, dass ich dann eben dieses Neue immer mehr erleben werde. Und das ist ein Zweck dieser ganzen Pandemie. Wir werden einfach aufgrund dessen, dass wir jetzt seit sieben Jahren im neuen Zeitalter sind, also was 2013 begonnen hat, und wir einen Zyklus durchleben bis 2025, wo jetzt eben dieses neue Bewusstsein in uns erwachen soll. Und das ist sieben Jahre lang gegangen, dieser innere Prozess. Und dann kam auf der äußeren Ebene, so, und jetzt beginnt es schon umzusetzen, was ihr schon wisst. Die Reifung, die ihr schon erlebt habt, dieser 13-jährige, 13-Monde-Zyklus unter dem weißen Magier, der bis 2032 geht. Das heißt, wir sollen jetzt schon, obwohl wir noch gar nicht fertig sind mit unserer inneren Reifung für das neue Zeitalter, weil das dauert ja bis 2025, sollen wir jetzt schon beginnen, witzigerweise im siebten Jahr, das umzusetzen und eben unsere Welt, unsere Realität, unsere Gesellschaft umzubauen. Und das ist natürlich massiv. Das heißt, wir würden weiterhin pennen, auch wenn wir schon lange sagen, es muss sich was verändern in unserer Gesellschaft. Wir können nicht so weitermorden, wir können nicht so weiter ausbeuten, wir können nicht so weiterverschwenden, wir können, wir können, wir können nicht mehr. Wir müssen, 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 müssen. Aber keiner hat es letztlich gemacht, weil die federführende Elite, und man weiß, wie gesagt, dass wenige Familien, wenige Menschen auf dieser Welt die ganze auch Wirtschaftsstruktur besitzt, über ihre Aktien, über ihre Finanzverbindungen und Netzwerke, über Stiftungen und weiß nicht, was alles. Auch das ist schon prima recherchiert, die Daten sind da. Dass die das natürlich nicht tun werden. Die wollen weiterhin die Machthaber sein, die wollen weiterhin auf diesem Kurs fahren und die wollen es einfach sich bequemer machen. Wenn nicht mehr so viele Schöpfer da sind, nur noch 500 Millionen, dann ist es noch wesentlich einfacher, die ganzen eben entsprechend zu manipulieren und auf Kurs zu halten und der Rest macht unsere künstliche Intelligenz und unsere Robotics und dann machen wir noch ein bisschen Transhumanismus und wir vermischen das Ganze und so weiter. Also seid euch bewusst, diese Plandemie und dieses ganze Thema ist unsere Entwicklungshilfe. Es ist nichts für uns zum Schaden, sondern es heißt einfach, okay, wer schon unterwegs war, wer diese Winde der Zeit in sich schon gefühlt hat und die entsprechende Arbeit schon begonnen hat. Das hat ja schon, wie ich schon öfters gesagt habe, Anfang der 90er Jahre begonnen mit dem letzten Cartoon, mit AHU 13 bis 2012, wo die Pioniere schon unterwegs waren, die schon an sich gearbeitet haben, die schon die Entwicklungsprozesse durchlebt haben. Die stehen natürlich jetzt ganz anders da. Und jetzt ist es halt einfach vom Fahrplan der Zeit so, wo es heißt, okay, die Umstände verändern sich jetzt. Jetzt wird es Zeit. Jetzt kommt dieses Programm. Das geht auch um die astrophysikalische Bewegung unseres Sonnensystems im Kontext zum galaktischen Zentrum und, und, und. Also das sind schon komplexe Strukturen, die jetzt zusammenfallen, aber es ist einfach Zeit dafür. Und ist klar, derjenige, der im Bett liegen geblieben ist, obwohl der Wecker geläutet hat, obwohl er wusste, eigentlich müsste ich aufstehen oder es wäre eigentlich besser, wenn ich aufstehen würde, es wäre eigentlich besser, wenn ich gewisse Dinge tue. Ach nee, ich schiebe es noch später. Die werden jetzt natürlich voll präsentiert und konfrontiert mit der ganzen Geschichte. Und das ist aber auch keine Bestrafung. Es ist ein eigenes Versäumnis. Das heißt, wir werden einfach, und das habe ich auch schon gesagt, die karmischen Kammern oder die karmischen Feedback-Schlaufen sind jetzt voll geöffnet. Die kommen auf uns selber alle zurück. Wir werden in die Selbstverantwortung zurückgestoßen, aber auch mit unserer eigenen Macht, Ohnmacht-Thematik konfrontiert. Wir haben jetzt sehr viel Gelegenheit, eben aufzuwachen, spirituell zu reifen, was man ja auch sieht, unsere Enttäuschungen loszulassen, uns eben wirklich konkret in den Kaninchenbau zu begeben. Denn wir haben ja als Lichtwesen das Licht mit uns, also wir müssen keine Angst vor der Dunkelheit haben, weil wir sind das Licht. Wir sind diese Liebe und wir sind diese göttliche Macht. Also wir müssen vor niemandem zurückschrecken. Aber eben, es ist jetzt natürlich schon Prüfungszeit. Ich meine, Endschlacht ist ein großes Wort. Ob das für alle Zeit und Ewigkeit jetzt erledigt ist auf der Erde, das kann niemand sagen. Aber es ist jetzt wirklich Prüfungszeit. Und diese Prüfung, die Resultate wird jeder für sich abholen dürfen vom Leben. Analog natürlich, entsprechend seiner eigenen Leistung und seinem eigenen Einsatz, was er halt eben gebracht hat. Und darum, stürzt euch ins Leben und nicht, arrangiert euch nicht mit dem Tod. Wir, auch eben diese Aussage, irgendwann dürfen wir wieder Menschen sein. Hallo, ich war immer Mensch, jetzt auch in der ganzen Zeit. Wir hatten Publikumsverkehr, wir haben sämtliche gebrochen. Wir sind nach wie vor sehr kontaktfreudig, sehr willkommen heißend für die Menschen, die in den Blaubewald kommen und so weiter und so fort. Wir suchen immer die Lösung. Wir gehen immer den Weg, den Spalt durch die fiktive, künstliche, destruktive Matrix zu finden und da uns durchzutunneln, wie es die Photonen halt auch machen, als Welle und nicht das Teilchen. Wir sind halt Bewusstseinswellen, und dann finden wir auch immer Lösungen und dann kommt uns das Leben entgegen und dann wird auch dieser ganze Schrecken seine Macht verlieren und wir werden immer mehr aus uns selber schöpfen können und das einfach auch unterstützt, unter anderem durch die Zeit. Du hast vollkommen recht. Ich habe es auch im Kontext eher gemeint, so nach dem Motto, als Mensch sich zu fühlen und nicht mehr als Person zu leben. Für diejenigen, die ein bisschen weiter jetzt schon sind, wissen ganz genau, was ich damit meine und wer es noch nicht weiß, bitte beschäftige dich mit diesem Thema Person und Mensch. Auch da haben wir schon diverse Dinge dazu gesagt und zumindest die, die man öffentlich dazu auch sagen kann. Und so habe ich das eigentlich gemeint, dass wir uns wieder als Mensch auch verstehen und als Mensch auch leben. Und ich möchte denjenigen, die jetzt vielleicht auch noch neu eingestiegen sind oder noch am Anfang zu glauben, sie befinden sich am Anfang eines solches Prozesses und dann immer wieder die Argumentation, aber wir haben ja keine Zeit mehr, wir sind ja schon mittendrin. Freunde, ich kann euch eins sagen, es war noch nie so einfach und es ging noch nie so schnell, ein gewisses Grad an Information zu bekommen, aus diesem Grad der Information eine Handlung für sich selber abzuleiten und auch diese Handlung und dieses Wissen zu integrieren in sein Leben und damit einen neuen Pfad zu beschreiten oder eine neue Richtung einzuschlagen. Wir brauchen dafür keine 10, 20 Jahre mehr, wie das in der Vergangenheit vielleicht der Fall war. Ich habe Leute dieses Jahr kennengelernt, was mich echt hoffnungsvoll stimmt, die in Bruchteilen von Wochen manchmal bloß gewisse Dinge so adaptiert haben und integriert haben, manchmal auch mit Stützrädern, also gewissen Technologien, die ihm dabei geholfen haben oder sei es drum, es einfach den Impuls gespürt haben und es getan haben, also das Tun, es Machen ist das Entscheidende dabei. Wenn ihr euch auf diesem Pfad begebt, es tun und zu machen, dann geht das so schnell heutzutage in einer und das in einer brillanten und das kann man nur göttlich erklären, in einer brillanten Art und Weise, wie diese Information dann zu einem finden. Da kann ich nicht schon, da muss ich von Magie reden, da muss ich von göttlicher Gnade reden, anders ist das nicht zu erklären. Und diesen Mut möchte ich den Menschen machen, weil viele bleiben, glaube ich, auf ihrem Stuhl kleben, weil sie sagen, 10 Jahre jetzt nochmal ins Studium gehen, nochmal die Lehrbank drücken. Ja, nein, auch nach der Lehre ist es entscheidend, das Gelernte anzuwenden. Denn der Meister, den kannst du ja verbrieft bekommen, aber ein echter Meister wirst du, indem du Erfahrungen sammelst, indem du es tust, indem du andere dabei unterstützt, es dir gleich zu tun und besser zu werden. Das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu erklären. Die Bürde des Meisters, um das mal auf der Ebene zu betrachten, ist die am Ende, dass der Schüler sich über den Meister erhebt. Das ist, glaube ich, eine Analogie aus Star Wars, wenn ich mich recht entsinne, aber er kann auch falsch sein, ist mir auch egal jetzt. Aber das ist die Bürde des Meisters, das ist die Aufgabe des Meisters, am Ende zu erkennen, wenn er seinen Job richtig gemacht hat, ist der Schüler besser als der Meister. Denn er trägt das Wissen weiter, ergänzt das und adaptiert es durch seine eigene Qualität, baut es zu etwas Neuem um und gibt es an die nächste Generation weiter. Das bedeutet wahre Meisterschaft. Das ist ja die Philosophie. Ein echter Meister ist nicht der, der am meisten Schüler hat, sondern der am meisten Meister hervorbringt. Und das war ja auch der Spruch von Jesus, der gesagt hat, all die Dinge, die ich getan habe, werde die auch tun und noch größeres. Also es geht einfach darum, auch zu verstehen, wir haben es letztlich in der Hand und wenn wir irgendjemanden einen Arschtritt verpassen wollen, dann uns selbst. Geht auch mit der Ferse. Kann man machen. Okay, aber lass uns doch mal jetzt ein bisschen mehr in die Zukunft zu kommen. Also Zukunft für uns zum Teil noch Zukunft. Für euch, liebe Zuschauer, ist es auch noch ein bisschen Vergangenheit mit dabei, weil wir haben heute 19.12. Heute ging Jupiter in den Wassermann. Wir haben ja schon Saturn seit zwei Tagen im Wassermann und in zwei Tagen, am Montag, ist ja diese große königliche Konjunktion, die das letzte Mal im Luftzeichen vor 600 Jahren war, in dieser Nähe sogar noch länger zurück und man geht davon aus, das war sozusagen die Konstellation der Stern von Bethlehem, weil die beiden größten Entitäten in unserem Sonnensystem so nah sind, dass sie wie ein Stern zusammenkommen und erscheinen. Und da haben wir auf der einen Seite natürlich Saturn, der auch gerne mit Satan und mit dem Negativen, mit den negativen Kräften in Verbindung gebracht wird, aber nicht nur ist er Hüter der Zeit, er ist derjenige, der die Gesetze macht, der die Vormacht, der Hüter der Schwelle, er prüft uns natürlich auch. Er hat natürlich Eigenschaften, die wir als unendliche, ewige Wesen gar nicht mögen, aber trotzdem suchen und darum sind wir ja in dieser auch saturnischen Sphäre inkarniert. Und auf der anderen Seite Jupiter, der gerne dann mit Christus in Verbindung setzt wird, mit dem großen Expansiven, mit dem, der das Leben eben unterstützt, noch mehr Leidenschaft bringt, noch mehr Expansion, noch mehr Freiheit, noch mehr Schönes, aber auch natürlich seine Seite hat, wie Völlerei und Gier und über die Stränge schlagen und so weiter. Aber diese zwei kommen jetzt gerade auf dem Boden des Wassermanns zusammen. Viele glauben, das ist die Geburt des Wassermanns seit all das jetzt, das Indikator dafür, dass jetzt eben das Ganze in die Freiheit führt, weil der Boden des Wassermanns ist natürlich Freiheit, Brüderlichkeit, Einheit, neue Innovationen, neues Denken, Grenzen sprengen, den höheren Flug, den geistigen Flug, der Adler, der eben den großen Überblick hat, der Kontakt, der hat in die geistigen Welten, der neue Innovationen bringt, aber hat natürlich auch in Bezug zur Technik, auch zur Überwachung, technologische Überwachung, wie es in China ist, da trifft sich sozusagen Saturn mit Uranus und im destruktiven Sinne, also in der Dominanz und in der Kontrolle, aber das gehört auch, Internet, das heißt, die Verschiebung in den virtuellen Raum, das wird auf jeden Fall stattfinden, weil diese Luft-Ära, die jetzt Saturn und Jupiter beginnen, dauert 200 Jahre, die treffen sich also die nächsten immer alle 20 Jahre in einem Luftzeichen, das heißt, es wird sehr volantiv, es wird sehr chaotisch, aber auch sehr viele tolle neue Möglichkeiten, die Grenzen werden aufgehen, wobei wir hier schon noch diesen Konflikt haben zwischen Saturn und Jupiter und Uranus, das heißt, Uranus, der Befreier, der Rebell, der Genie, der wirklich auch spontan Blitze, Veränderungen bringt, die unvorhersehbar waren, steht auch im Quadrat zu diesen Zweien, aus dem Stier und der Stier ist der Boden sozusagen unserer Sicherheit, unserer Existenz, unseres Besitzes, wo wir uns wohlfühlen, wo wir, wo unseres Geldes und unseres Zuhauses und unseres Körpers und all den Dingen und auch das Schöne, Ästhetische und der Genuss und all die Geschichten und da ist Uranus natürlich sehr grenzensprengend und bringt das auf den Prüfstand, wo sind unsere Werte, stehen unsere Werte wirklich nur drin, Hauptsache es geht so weiter, ich habe meinen Besitz, ich habe das, was ich habe, ich bleibe so, wie ich bin und ich muss mich nicht verändern und Uranus sagt, Pustekuchen, das überall, wo wir uns jetzt festhalten und identifizieren an vergänglichem Besitz oder vergänglichen Eigenschaften, Beruf, Status, all diese Geschichten, die werden jetzt vom Uranus gesprengt und diese Quadratur, die Uranus dann im Januar auch auf diese zwei Jupiter-Saturn reinpfeffert, Januar und Februar geht der exakte Quadrate ein, der wird hier natürlich auch nochmal den Konflikt mit der Staatsgewalt, mit der Staatsmacht, mit der Kontrolle, mit diesem totalitären Regime aufheizen, aber gleichzeitig auch das Expansive von Jupiter, also ich bin sehr gespannt, aber jetzt haben wir zuerst mal in zwei Tagen diese große Konjunktion, die schon auch geschichtsträchtig ist und die schon massive Veränderungen im Außen einleiten. Für euch, liebe Zuschauer, ist das schon Vergangenheit, also ihr habt das jetzt schon seit über zehn, zwölf Tagen ungefähr hinter, oder 13 Tagen sogar, bis die Sendung erscheint am 3. Januar, hinter euch und dann aber haben wir nochmal eine Konstellation am 23. Dezember, gerade über die Weihnachtstage, da ist nämlich der Mars in seinem eigenen Zeichen, was sehr feurig ist im Wetter, in Konjunktion mit dem Mond, das heißt, es werden hier gewaltige emotionelle Kräfte, aber auch das Volk, weil der Mond auch repräsentativ steht für das Volk, kommen zusammen in Quadrat, in einem Spannungsverhältnis zu Pluto im Steinbock, was auch hochexplosiv sein kann, also in welcher Form auch immer, also es können auch kriegerische Kampfaktivitäten sein, jetzt nicht unbedingt bei uns schon Bürgerkrieg, wobei das sich ja auch so langsam immer mehr andeutet, sondern es wird vielleicht im Weltgeschehen, weil man sieht ja auch hier in den USA, auch Grund der Spannungsverhältnisse mit China und der Biden hat sich ja an die UN gewandt mit der Bitte, bitte räumt den Trump endlich von seinem White House, Platz, dass das Feld frei ist für den Deep State und da werden auch schon Vorbereitungen seit Anfang Dezember in Amerika getätigt, dass Truppenverschiebungen im massivsten Bereich sind, gerade über die Nellys Airbase in Nevada, also in der Nähe von Las Vegas, die USA hat sowohl die Ostküste als auch die Westküste mit drei Flugzeugträgerverbänden, das sind in der Regel mindestens 13 Schiffe, gesichert, die neuralen Punkte an der West- und an der Ostküste, sie sind stationiert im Indischen Ozean, in der Nähe von Indien, sie sind auch bei Taiwan und im südchinesischen Meer sind sie stationiert, weil da wirklich Insider-Informationen hochgeploppt sind, aber die sind sehr spärlich, also ich habe da nicht viel bis jetzt gefunden, aber seit Anfang Dezember sind hier massive Truppenbewegungen, wir sehen auch in Deutschland in den letzten Tagen wieder US-Helikopterstaffeln rumfliegen, wir haben wieder massive Erdbeben, komischerweise eben nicht natürliche Erdbeben, die sich aufbauen und wieder abflachen, sondern so Boom-Erdbeben, die eben Hinweise sind für Sprengungen und von unterirdischen Bereichen wieder verstärkt jetzt im Dezember, also es scheint hier wirklich Großes im Gange zu sein, in Amerika hat das White House frei, die Staff of the White House, also die Mitarbeiter des Weißen Hauses haben frei bekommen, also alle, die auch vom Stab von Trump, die nicht wirklich wichtig sind, für die Aufrecherhaltung der öffentlichen Ordnung, durften in den Urlaub, wurden in den Urlaub geschickt, für euch eben geschickt, für uns werden geschickt und sollen, wenn möglich, auch Washington D.C. verlassen. Das sind alles so Hinweise, wo man merkt, wow, wenn ich ins Feld reingehe, merke ich, wow, da ist wirklich, also diese Pluto-Mars-Quadratur hat es in sich, also nicht nur die Befreiung zur Wintersonnenwende, das ist ja auch noch eine so exakte Positionierung von Saturn, Jupiter im Wassermann auf Null Grad, ausgerechnet noch zur Wintersonnenwende, was ja auch für diejenigen, die sich damit beschäftigen, auch wissen, das ist ein Reset, Jahresreset-Zeit von Wintersonnenwende bis dann wieder Heiligabend, Weihnachten, wo die Sonne, das Licht dann wieder erst erwacht und sich erhöht, das geht dann weiter bis zum 6. Januar, da haben wir ja auch schon eine Sendung gemacht über die Rauhnächte und über diese Zeit, diese dunkle, scheinbar dunkle Jahreszeit auf der Nordhalbkugel. Aber dass man einfach versteht, hey, da kommen jetzt ganz viele Faktoren zusammen, also sowohl Insider-Informationen, politische Informationen, warum wird jetzt auch der Lockdown knallhart über Weihnachten in allen Ländern durchgezogen, obwohl allen versprochen wurde, hey, damit wir ein bisschen schöne Weihnachten haben, seid schön artig, seid schön brav und dann dürft ihr ein bisschen Freiheit genießen über diese heiligen Tage, dass da jetzt wirklich trotzdem der Hardcore-Lockdown weitergezogen wird, ist schon merkwürdig. Also ich kann nur sagen, es passiert ganz viel Dynamik, auch wenn in der Oberfläche eigentlich nicht viel abläuft, außer Lockdown und wir impfen jetzt. Aber im Hintergrund passiert ganz viel hinter der Kulisse und ich bin gespannt, wie ihr, liebe Zuschauer, was ihr erlebt habt, wenn denn die Sendung draußen ist, weil es geht natürlich weiter, auch im astrologischen Sinne. Wir haben dann erstens mal numerologisch das neue Jahr, das hat die Quersumme sieben, also eins plus eins plus zwei plus zwei plus eins gibt die Quersumme sieben, das ist im Tarot der Wagen, also ein Aufbruch, ein Neubeginn, ein Aufbruch zu neuen Ufern. Wie diese neuen Ufern ausschauen, diese neue Normalität, da haben wir schon oft darüber gesprochen in den Sendungen, das agieren wir mit, das erschaffen wir mit, es hängt von uns ab. Wir sind diejenigen, die das letztlich aufbereiten, wenn wir mitspielen, dann ist es Fakt und die Frage ist einfach, bei welchem Spiel spielen wir denn am liebsten mit? Und das ist einfach auch etwas, was für ein Neujahr, für euch, auch hier nochmal so eine Botschaft ist, überlegt euch wirklich und auch dein Aufruf, Patrick, finde ich klasse, seid ihr bereit, euer Leben zu geben, damit meine ich jetzt nicht endgültig, ich lasse mich als Märtyrer umbringen, sondern was ich damit meine, eure Lebensenergie, eure Lebenszeit, eure Lebenszeit, eure Intelligenz, eure Emotionalität, eure Schaffenskraft, euer wirkenden Impact, den jeder von uns hat, auf das Globale, auf diese Bühne, wie viel seid ihr bereit, davon zu geben, eurer Berufung nachzugeben, euren Dienst zu erfüllen, an der Menschheit und am Leben grundsätzlich, weil die Tiere, klar, die Tiere haben jetzt in diesem Lockdown natürlich Vorteile gehabt, die Natur hat sich ein Stück weit wieder ausbreiten können, da, wo der Mensch zu restriktiv war, aber eben, es ist nicht nur das, es geht darum, wirklich jetzt aufzustehen, souverän zu sein, wie wir immer sagen, das göttliche Souverän zu leben und einfach kompromisslos und radikal für das Leben einzustehen und euch auch innerlich immer wieder zu vernetzen, fühlt doch bitte, wie viele Menschen bereits am Erwachen sind, wie viele Schmetterlingszellen bereits da sind und wie viele vernetzen sich schon zu stärkeren Organsystemen des Schmetterlings als Imagozellen, damit sie nicht mehr von den Raupen bekämpft oder getötet werden können und in dieser Phase sind wir jetzt, wir sind jetzt in dieser Gruppenbildung, wir sind also schon die dritte Generation, mehr oder weniger, diese neuen Imagozellen, diese Schmetterlingszellen, die die neue Menschheit oder die neue Gesellschaft letztlich eben gebärt und verwirklicht und da ist eben schon ganz viel da, ihr müsst euch einfach bewegen und dann haben wir im Januar und im Februar auch nochmal Quadrate aus dem Stier raus in den Wassermann von Uranus wie von Mars, beide pfeffern hier auch nochmal rein mit ihren Energien, das heißt, es ist extrem viel Wandlungsdruck, es ist extrem viel, auch wenn nötig, genügend Feuer und genügend Dynamik da, weil dafür sorgt Mars, dass wir jetzt wirklich auch kompromisslos uns hinstehen, dass wir das spirituelle Kriegertum ernst nehmen und dass wir gehen und nicht nur an der Playstation halt ausdrücken und ausspielen, sondern wirklich im realen Leben in diesem Theater. Also da haben wir schon mal ganz viel Input, die Astrologie, das sind auch wieder Kräfte, die machen, die zwingen letztlich nichts, die machen geneigt, aber da eben gerade die ganzen kollektiven Kräfte oder Planeten beteiligt sind, also Pluto, auch Neptun, von den Konstellationen habe ich jetzt nicht so gesagt, der kommt dann auch noch ins Spiel später im Jahr, aber dann eben Uranus, Saturn und Jupiter und dazwischen der kleine Mars, der immer wieder seine Pfeile, seine Feuerpfeile dazwischen haut, damit da eben das Feuer am Lodern bleibt, beispielsweise sich noch mehr ausdehnt und das ist natürlich eine super spannende Zeit und wenn wir es vom Mayer-Kalender her betrachten, erinnert euch einfach auch wieder, 13 Jahre seit Ende Juli 2019 wird es dauern, bis wir wirklich diese, diesen ersten Umbau, ist ja nur ein erster Umbau, der erste Umbau unserer globalen Weltgesellschaft hinter uns haben, wenn wünschenswert die Befreiung von all den Schwarzmagiern, von all den satanischen, raubenden Strukturen, das Erwachen der Weissmagier, was natürlich immer bedingt, dass wir unser Herzchakra zum Chef machen, dass wir unsere Göttlichkeit in dieser heiligen Sphäre unseres Herzchakras auch wirklich als oberste und wichtigste Priorität sehen, dann wird nämlich in unserem System ganz viel aktiviert werden, unsere Zirbeldrüse schaltet sich automatisch ein, unsere Kraftzentrale kann sich dann auch wirklich mit den Kraftbatterien von Mutter Erde oder von dem Leben selbst diese freien Energie des Nullpunktfeldes verbinden und dann wird alles möglich, dann werden wir zu Wundertätern, dann werden wir wirklich zu Menschen, die die Realität biegen können und das ist natürlich schon ein Prozess, aber wir haben die Möglichkeit dazu, wir kriegen jetzt 13 Jahre des Umbaus. Ich suche nochmal die Sendungsnummer nochmal raus, damit wir den Hinweis nochmal geben, welche Sendung das war, wo wir darüber gesprochen haben, lass mich schnell noch ergänzen, weil ich jetzt einmal am Drücker bin. Sorry. Na, alles gut, alles gut. Mir ist es wichtig, dass verstanden wird, was meine ich denn eigentlich mit diesem Rückgrat? Ich meine jetzt nicht auf der materiellen Ebene die Missgabel in die Hand zu nehmen, auch wenn ich mir durchaus bewusst bin, dass das auch möglicherweise kommen kann. Ich meine das viel mehr und das ist ganz wichtig zu verstehen, das sagst du ja letzten Endes auch, wie trete ich denn das für das Leben ein? Mache ich das mit Rückgrat, was aus Stahl gebaut ist, möchte ich jetzt mal als Analogie sagen, oder trete ich dem Leben mit einem Rückgrat weich wie eine Nudel gekocht entgegen? Und das meine ich damit. Und das ist ja erstmal eine geistige Ausrichtung. Da habe ich noch gar keine Handlung vollzogen im Sinne, ich rebelliere für etwas oder gegen etwas oder ich beschäftige mich mit dem Thema oder probe eine Revolte oder sowas, sondern es geht erstmal um eine geistige Ausrichtung. Stehe ich zu dem, was ich bin? Stehe ich zu dem, was ich weiß? Stehe ich für dem, was ich als Wahrheit empfinde? Habe ich den Mut dazu, das zu äußern oder klappe ich beim ersten Windhauch sofort zusammen, ducke mich weg und sage, nee, nee, Klaus Kleber hat schon recht, was er da verzapft jeden Tag. Sondern das meine ich damit. Also dieses Sinnbild eben Rückgrat zu haben, in die Wahrhaftigkeit einzutreten und zu sagen, ich bin am Ende bereit dafür zu leben eigentlich. Es ist ja nicht, viele sagen ja, ich bin bereit dafür zu sterben. Das müssen wir doch gar nicht, sondern wir müssen bereit sein, dafür zu leben. Dann kommt die Veränderung ja auch mehr oder weniger durch die Blume durch. Und es beginnt auch so einfach, wenn ich diesen geistigen Prozess, das Rückgrat quasi gebildet habe als geistiger Prozess, dann fällt es mir viel, viel leichter, nein zu sagen zu den Dingen, die ich nicht möchte und ja zu sagen zu den Dingen, die ich möchte. Ja, so empfinde ich das. Aber es ist schon ein Sterben, wenn man es jetzt metaphorisch, mystisch sieht. Es geht um den Mysterientod. Es geht um den Tod des Egos, was eben fremdprogrammiert ist, was eben in falschen Wahrheiten drin ist, also die Überprüfung der eigenen Wahrheit oder das Zusammenbrechen dieses Lügengebildes, diese künstlich induzierten Matrix, die eben schon seit Generationen der Bevölkerung eingetrichtert und einprogrammiert wird, die muss fallen. Also die rote Pille muss geschluckt werden, da kommt keine durch. Nur das Erwachen ist halt nicht in einem alten Schrott-U-Boot, wo ich nur noch Hafergrütze zu fressen habe und ständig von Maschinen gejagt werde. Da will ja auch keiner hin, da kann ich Cypher sehr gut verstehen, wenn er sagt, ich will wieder zurück in die Matrix und mein virtuelles Steak fressen. Nein, sondern es geht darum, in unserer Göttlichkeit zu erwachen. Und solange wir natürlich die Wand des Egos so stark unterstützen und bestätigen und ständig aufrechterhalten, kann das Göttliche ja gar nicht in das Gefäß kommen, weil das Gefäß ist versiegelt. Also das Gefäß muss aufbrechen, es muss fähig werden und das ist dieser Mysterientod. Das heißt, sind wir wirklich bereit zu sterben, um zu leben? Das ist eigentlich der Knackpunkt, um universell, multidimensional, das wahrhaftige Leben leben zu können, zumindest, wenn es sich um die natürliche Matrix und Schöpfung bezieht, die ja auch wieder erschaffen ist und nicht die Ewigkeit und die absolute Wahrheit symbolisiert, sondern auch wieder eine Theaterbühne ist. Aber wenn man jetzt noch mal eine Frage hat, wir hatten über dieses Maya-Neujahr, das war der 13-jährige Mondzyklus. Genau, das ist das. Genau, da haben wir drüber gesprochen. Dann ist es diejenigen, die sich das nochmal anschauen wollen, das ist die Zeitqualität Nummer 4, veröffentlicht am 26.07.2019 mit dem Titel Maya-Neujahr, der neue 13-jährige Mondzyklus des Weißen Magios und 5G-Technomagie. Der Knackpunkt ist einfach, schaut euch alle Sendungen nochmal an oder schaut euch die Sendungen an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Es ist so viel drin, also wir haben so viele Themen besprochen. Wir haben eigentlich im Prinzip mehrheitlich die großen Baustellen schon alle angesprochen und sind auch gegangen und eben. Und es hilft nichts, es wird euch niemand retten, es muss auch euch niemand retten, aber ihr könnt entscheiden, wie euer Schauspiel weitergeht auf diesem Planeten. Der siebte Mond, der jetzt beginnt, also nochmal, wir sind in diesem 13-jährigen Zyklus, also 13 Jahre Marathon. Dann sind wir jetzt im zweiten Jahr. Das zweite Jahr ist immer die herausforderndeste Zeit, wo wir für uns klar erkennen können, was müssen wir dafür tun, was müssen wir leisten. Und da sind wir in der Sturmenergie. Und die ist natürlich auch heftig, weil sie nimmt uns nochmal alle Fehlidentifikationen, nochmal alle Täuschungen. Der Sturm ist gnadenlos, er verbrennt alles und verwandelt es aber, er bringt es höher, er veredelt es. Es ist nicht ein zerstörerisches Feuer, sondern ein veredelndes Feuer. Ich bringe da immer gern das Beispiel von Kohle zu Diamant zu werden. Ist schon schwer genug zum Rohdiamant, aber die eigentliche Arbeit beginnt, wenn man sich als Rohdiamant erwacht und merkt, ich bin ja ein Rohdiamant, jetzt muss ich mich schleifen. Und das ist die heftige Arbeit. Das ist nochmal sehr intensiv, weil da muss ich jetzt alle meine Ego-Illusionen loslassen. Und da hilft uns der Sturm dabei wunderbar, der dauert noch bis Ende Juli. Am 10. Januar, wir sind jetzt noch aktuell im 6. Mond, am 10. Januar bis zum 6. Februar ist dann der 7. Mond. Der 7. Mond ist immer so die Mitte des Jahresgeschehens von 13 Monden, die dann insgesamt 365 Tage ergeben. Und der 7. Mond ist immer die emotionelle Resonanz und Verbindung zu unserem Seelenbewusstsein. Das heißt, im 7. Mond flutet sozusagen das Höhere, die Form, die inkarnierte, verdichtete, materielle Form. Das heißt, es wird sehr viel Input geben im Januar in diesen 28 Tagen, regiert durch die Kraft des blauen magnetischen Händchens, Manik 1. Und das symbolisiert die Hände Gottes. Das heißt, die Fähigkeit, dank auch ganz real, dank unseren Händen, das sind unsere wichtigsten oder eines unserer wichtigsten Werkzeuge letztlich, um in dieser Welt tätig zu sein. Natürlich, das Wichtigste ist das Denken, das Bewusstsein und dann die Emotionen und die Gefühle und dann die Energetik und dann das konkrete Handeln. Und hier mit unseren Händen sind wir jetzt gefordert in diesem 7. Mond. Tut endlich! Wir sollen endlich umsetzen! Wir sind die Hände Gottes und nicht jemand anders. Nicht Trump und die Patrioten, die haben selber zu tun in den USA, jetzt mal ihre Transformation zu durchleben. Aber wir hier müssen jetzt das Notwendige tun. In meinem Leben muss ich sowieso diese Selbstverantwortlichkeit leben. Und dann ist natürlich abhängig, ob ich mich als gutes Werkzeug betrachte und identifiziere, ob ich als lernfähiges Werkzeug bin. Das heißt, was ich nicht weiß, kann ich lernen. Die Informationen, die mir fehlen, die kann man das Leben bringen. Die finde ich schon, die kriege ich schon, die kapiere ich auch. Ich bin intelligent genug, ich bin kreativ genug, ich bin stark genug, ich bin liebevoll genug, ich bin bewusst genug, was auch immer die Eigenschaften sind, die ich brauche. Das heißt, der siebte Mond fordert uns jetzt, okay, seid jetzt die Seelen auf der Erde. Was heißt es denn, ihr seid göttliche Souveräne? Wie schaut das aus? Wir müssen tun. Das ist die erste Welle. Diese erste Welle dauert dann innerhalb dieses siebten Mondes vom 10. bis zum 22. Januar, folgt dann, gefolgt von der Sonnenwelle. Aha! Und das ist eine brillante Zeit der Erleuchtung. Das sind 13 Tage, wo wir mit unserem Schöpferbewusstsein in Kontakt treten oder geflutet werden oder wo man sagen kann, die Verbindungen, die Portale, die Online-Connection ist jetzt freigeschaltet. 13 Tage lang sei göttliches Ich-Bin zu erleben, sei Göttlichkeit zu erfahren, das Christusbewusstsein als grundlegendstes, ewigstes, unendlichsten Anteil meines Seins wirklich zu erfahren und mehr zu integrieren. Das bedeutet auch meine Schöpferkraft. Dieses kosmische Feuer, was jetzt sehr stark in den letzten Jahrzehnten und gerade in den letzten Jahren in unserem Sonnensystem angekommen ist und hier für diese Erhöhung sorgt, dass wir jetzt gekocht werden vom kosmischen Feuer, um eine neue Lebensebene zu erreichen, gerade auch im Irdischen, was sich dann eben zeigt durch all die, den Wahnsinn, durch all die Kriege, durch die, sogar durch den Klimawandel ist alles von dem bedingt. All diese Themen und auch, dass die Menschen immer mehr durchknallen oder immer mehr krank werden, weil einfach das Leben jetzt hochgefeuert wird und wir können uns nicht mehr wehren. Wir müssen uns jetzt endlich darauf allein lassen, auf das Leben und vor allem auch auf unsere eigene Schöpfung. und AHAO zeigt uns, hey, wir sind die Schöpfer. Ich bin. Und was AHAO auch noch bringt, ist dieses Einheitsbewusstsein, weil wir alle das gleiche Ich bin verwenden. Ich bin ist das gleiche, den Martin benutzt, wie Patrick, wie du zu Hause. Wir sind eine Einheit. Wir sind alle Splitter oder Strahlen der gleichen Lebensquelle, die sich in den Worten und in den Gedanken ausdrücken. Ich bin ausdrückt. Und wenn wir da mal wirklich in Tuchfühlung gehen und wenn wir in diese Umarmung gehen und wenn wir mal erleben, dass dieses Ich-Bin-Feld, manche nennen es auch das United Field oder das göttliche Feld oder wie auch immer, das Quantenfeld, wenn wir uns mal bewusst werden, hey, das durchdringt uns, diese liebende Intelligenz und diese intelligente Liebe durchdringt uns, umgibt uns, ist überall da. Das ist eigentlich, es gibt gar nichts anderes und das kristallisiert sich aufgrund der ganzen psychischen, gedanklichen Energie und Emotionen in verschiedensten Formen. Aber es ist das gleiche Wesen, es ist das gleiche Bewusstsein. Ich bin diese Gegenwart. Und wenn wir das mal mehr verinnerlichen und mehr mal wirklich in uns fühlen und erfahren und dann beginnen anzuwenden durch klare Gebote, dass wir nicht mehr Bittsteller sind, sondern wir gebieten, weil das ist unser göttliches Recht, unser Ich-Bin zu verwenden, weil das machen wir sowieso, aber es bewusst zu verwenden zum Wohle des Lebens, jenseits unseres Egos, jenseits einfach unseres irdischen Festhaltens und unserer Identifikation, bloß nicht leiden, bloß nicht sterben und all diese Geschichten, sondern im größeren Kontext, dann kommen wir erst mal in diese Souveränität rein. Und da hilft uns der siebte Mond. Nochmal, der siebte Mond ist immer ganz wichtig, weil hier auch viel korrigiert wird, weil hier die Kommunikation zwischen der göttlichen Ebene und der irdischen Ebene, also man könnte sagen, der göttliche Schauspieler kann endlich mit seiner Rolle, mit seiner irdischen Rolle sprechen und sich absprechen und sich neu positionieren und gegebenenfalls korrigieren, aber auch erfüllen und dann eben durch diese Kräfte Manik, die Handwelle, wir müssen es jetzt tun und aha, wer sind wir wirklich? Ich bin und was erschaffe ich aus diesem Schöpfungsraum raus für ein Wesen, das ich dann im Spiegel sehe und mit all den Möglichkeiten, wie ich eben diesen Weltenwandel unterstützen kann. Und das sind natürlich super tolle Qualitäten, gerade in dieser Zeit. Und wir werden aber auch feststellen, ja, das nächste Jahr, wenn wir den Ausblick 2021 machen und so diesen Aufhänger nehmen, das Jahr des Aufbruchs in ein neues Zeitalter. Da haben wir wieder. Ja, lass uns ruhig mal die Glaskugel ruhig rausholen. Also ich halte das für ganz wichtig. Ich meine, viele Themen hast du ja schon angesprochen, jetzt gerade, also gerade von den energetischen Strömungen, wie wir sie wieder nutzen können. Ich halte, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, um das kurz zu fassen, die Erinnerung zurück oder auch das tatsächliche Erleben des wahren Selbstes, die Rückanbindung an das Selbst. Was bedeutet das denn eigentlich? Dann sich mit der Frage auseinandersetzen, das Selbst, sind das jetzt wir? Du hast es ja eigentlich gerade schon auch aufgeschlüsselt. Es sind alle wir, alle du's, alle ich's, vereinheitlicht, mehr oder weniger, könnte man sagen. Deine Augen sehen aus dem Gleichen selbst heraus wie meine Augen, nur haben wir uns individuell, weil wir andere Erfahrungen machen, abgespaltet, um das mal so zu sagen, oder aufgespaltet, wäre vielleicht das bessere Wort. und das sind die Dinge, an die wir uns wieder erinnern dürfen, weil da liegt ja auch nicht nur eine mysteriöse oder eine mystische oder eine esoterische Lösung drinne der Dinge, sondern auch einen echt gehbaren Weg. Ja, weil aus dieser inneren Erkenntnis heraus entsteht ja genau, was du ja immer auch wieder sagst, was wir so oft sagen, diese Souveränität. Und mit dieser Souveränität kommt das Rückgrat und dann kommt der Impuls, Nein zu sagen, wenn es wichtig wird oder Ja zu sagen, wenn ich das Empfinden habe, was möchte ich eigentlich, also überhaupt sich darüber klar zu werden, was mache ich denn eigentlich hier, bin ich wirklich da zum, es gibt diesen Ausdruck, ja, jetzt wäre ich mal pfleglich, Fress und Arbeit und Scheißmaschinen, mehr sind wir ja am Ende nicht. Aber ist das wirklich der Sinn, zu kommen, für irgendjemanden meistens zu arbeiten, sich zu versklaven, mit dem Bewusstsein hängen zu bleiben, wie ein Zwölfjähriger, sich wie Kinder behandeln zu lassen und das ist ja überdeutlich im Augenblick, ja, und dann am Ende zu gehen mit nichts auf der Hand und damit meine ich nicht materielle Dinge, sondern im Bewusstsein eigentlich, ja, sondern es geht doch um diese Erfahrung wirklich zu nutzen und einen sinnvollen Weg zu gehen, jeder für sich und daraus entsteht eine Kraft, eine große Kraft, weil wir dann erkennen, hey, wir sind nicht allein, wir sind nicht allein, wir machen es zusammen und das ist doch etwas, was wichtig wird und auch die 21 ist ja in der Fibonacci-Reihe die neue 1, könnte man sagen, also wo die Spirale wieder von vorne anfängt und einen größeren Bogen schlägt, um es jetzt mal einfach auszudrücken und genau das ist das, was du sagst, ja, man könnte auch sagen, es ist jetzt der Rückmarsch, der Rückmarsch hin zu uns selbst wieder, zu dem selbst, zu dem ich bin und das ist ein Weg, den geben wir alle gemeinschaftlich und wenn wir das verstehen, dass das zwar eine individuelle Leistung ist, die wir hier erbringen, jeder für sich und dann aber mehr oder weniger automatisch ins Kollektiv eingespeist wird und eben dann nicht nur ich Nein sage, auch nicht aus dem energetischen Sinn, sondern wenn ich das ausdrücke, dieses Nein, auch alle mit mir verbundenen, ja, dasselbe, denselben Impuls empfinden, plötzlich zu sagen, nee, mache ich vielleicht lieber nicht, ja, diese Verantwortung wieder in sich zu spüren, das bedeutet das Ja, ich sage für mich Nein, aber ich bin mir darüber bewusst, dass dieses Nein ins Kollektiv geht und allerhöchstwahrscheinlich andere Menschen dazu, den Impuls verleitet, vielleicht darüber nachzudenken, ob sie Ja oder Nein sagen möchten und das ist die Verantwortung. Und vor allem auch nicht nur Nein zu sagen, zu denen ihren Spielen sagen, nee, danke für das Angebot, sondern dann sich voll auf Seins zu konzentrieren, also auch hier nochmal, und wenn halt der andere immer wieder kommt und mir einen Tritt an den Schienbein gibt, dann schütze ich meinen heiligen Raum, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich projiziere seine destruktive Energie mit meiner göttlichen Energie auf ihn zurück, das heißt, ich greife ihn nicht an, sondern ich reflektiere einfach seine eigene Destruktivität auf ihn zurück, indem ich aber in der Liebe bleibe, in meiner Göttlichkeit bleibe und sage, okay, ich biete dir den Liebestanz an, du bietest mir den Zerstörungstanz an, nein, danke, ich will den Störungstanz nicht, wenn du weitermachst, kriegst du einfach dein eigenes Fett zurück. Das ist eigentlich die eleganteste Art und Weise. Eben, ich muss nicht kämpfen dafür, dass du dein Spiel aufhörst, dein Negatives, sondern ich spiele mein konstruktives Spiel. Und das darf ich tun und ich muss jetzt auch klar diese Abgrenzung vollziehen. Das ist einfach so, weil ich meine, der Lockdown, der wird noch ein paar Monate gehen, also der wird nicht aufhören. Anfang Januar, ah, okay, die Inzidenzzahlen, also eben das ganz Gefakte, bricht in sich zusammen und wir dürfen jetzt wieder leben. Pustekuchen. Das wird noch lange dauern, wie Sie es ja auch prognostiziert haben. Und wir befinden uns jetzt auch im fraktalen Zyklus von diesen 13 Jahren, zwischen 2013 und 2025. Innerhalb dessen wir unseren inneren Reifungsprozess durchlaufen, damit wir eben in der Frequenz des neuen Zeitalters uns auch innerlich befinden. Das ist ja der erste Schritt. Befinden wir uns auf dem neuner solaren Mond, also der solare rote Mond, das habe ich ja in der letzten Sendung erklärt. Jetzt geht es auch darum, wirklich auch nochmal feurig zu sein und wirklich diese Intensität des Lebens durch uns fließen zu lassen. Es ist ja nicht so, dass ich als Martin das tun muss, weil wenn ich auf meine eigenen Batterien, meine begrenzten, scheinbar getrennten Batterien zurückgreife und sage, ich schöpfe jetzt nur aus dem Martin, dann bin ich irgendwann exhausted, ich bin irgendwann eben ausgebrannt im Burnout. Wenn ich aber mich einklinke in diesen universellen Strom, den ich in Wahrheit das Bewusstsein bin, vom Herzen des Himmels bis zum Herzen von Mutter Erde und zurück und dazwischen steht halt so ein Körper und dazwischen gibt es ganz viele feinstoffliche Ebenen und Chakrenebenen, die ich halt nicht mit meinen fünf Sinnen wahrnehmen kann, aber die auch existieren und die zu meinem multidimensionalen Sein gehören. Wenn ich mich wirklich immer wieder in das reinbegebe und immer mehr dem Raum gebe, also immer mehr zur Energie werde, immer mehr zum Feld werde und immer weniger vom Körper, von der Materie bin und eben das Sein, was eben multidimensional ist, immer mehr auf das zugreifen kann, dann ist es klar, dann habe ich ganz andere Reserven, dann habe ich ganz andere Kräfte, dann habe ich ganz anderes Selbstgefühl. Und diese Arbeit wird jetzt auch durch die Zeit getriggert. Das ist ja wunderbar, das heißt, wir kriegen ja alle Unterstützung für die Prozesse und auch die astrologischen Qualitäten, die ich vorhin genannt habe. Das sind ja Unterstützungen, die einfach neue Qualitäten einläuten und diese alten Qualitäten müssen einfach natürlich kollabieren. Und dazu gehört genauso die US-Präsidentschaftswahl. Ich sehe nach wie vor Trump im Feld als Sieger. Biden ist im Prinzip verschwunden, der ist eh nicht vorhanden, die Harris blinkt, das kleiner Stecknadelkopf, die Kamala und der Rest ist eigentlich weg. Aber wie der Weg dahin sein wird, wir werden es auf jeden Fall mehr wissen, wenn ihr die Sendung schaut am 3. Januar, beispielsweise am 20. Januar, wenn dann wirklich der Vollzug gemacht wird, des neuen Präsidenten oder des neuen alten Präsidenten. Wir werden sehen, aber auch dieser ganze Konflikt, ich meine, was wir jetzt auch jetzt schon an Informationen kriegen, was im Hintergrund eigentlich für Schweinereien laufen, auch im Cyber-War-mäßig, also was jetzt diese Wahlen betrifft, die ganzen Dominion und die Solar die Programme, die Software, die da verwendet wird, die in allen Ländern dieser Welt mittlerweile verwendet werden, dass dieser Wahlbetrug, der jetzt Amerika gerade dabei ist, bewiesen und belegt zu werden mit konkreten Fakten, so wie es auch der Chef der 17 Geheimdienste, der Red Cliff, schon gesagt hat. Also die Belege sind klar für russische und iranische Einflussnahme, die chinesische Einflussnahme wird gerade noch geprüft, die ist noch nicht definitiv bestätigt, aber es schaut so aus und wie das Kreise ziehen wird, dass eben sich offenbart, was für eine Krake im Hintergrund unserer ganzen globalen Gesellschaft installiert waren, wie viel getürkt und gelogen und eben gefakt war, auch in den ganzen Wahlsystemen und so weiter. Das kommt dann natürlich schon massiv raus und das wird extreme Implikationen haben, vor allem wenn dann die Namen genannt werden, wenn dann die ganzen Fakten hochkommen. Die Frage ist einfach jetzt noch in dem Kontext, wird Trump das Kriegsrecht ausrufen? Wird er die Wahlen wiederholen lassen unter Militäraufsicht? Das wäre sozusagen einer der letzten Trümpfe, die er machen könnte. Das wiederum hat wieder die Folge, dass es tatsächlich zu einem bewaffneten Konflikt zwischen China, Russland gegen Amerika kommt, wie eben die Vorbereitungen schon da sind, beispielsweise die Schutzvorbereitungen in den USA. Aber auch in diesem Kontext müssen wir uns fragen, wo sind eigentlich die ganzen Cheftruppen? Wo sind eigentlich die ganzen US-Truppen, die nach Europa gekommen sind, parallel, gut synchronisiert mit dem Beginn der Pandemie und die sich einfach verteilt haben und irgendwie verschwunden sind? Die sind aber auch nicht zurück nach Amerika. Wo sind denn die alle? Auch das sollte man sich ein bisschen im Hinterkopf behalten hinsichtlich eines bewaffneten Konfliktes zwischen Russland, China und Amerika. Er hat übrigens noch mehrere Optionen. Ja, ja, ich weiß. Die Option kommt ja auf jeden Fall vorher raus, deswegen können wir diese Option auch noch ansprechen. Okay. Wenn bewiesen wird, dass ausländischer Wahlbetrug stattgefunden hat, kann er die Wahl für ungültig erklären. Da muss er auch keine Neuwahl ansetzen, sondern es gibt seit 2018 ein Gesetz, was ganz klar sagt, dass er dann einfach Präsident für die nächsten vier Jahre bleibt. Punkt. Da muss gar nicht viel diskutiert werden. Ja, Kriegsrecht wäre auch noch eine Option. Die ist ja auch reell, die ist ja da, die Gefahr, ja, für die Bevölkerung. Also Notstandsgesetze wäre vielleicht das bessere Wort dafür, weil das impliziert eben nicht nur eine kriegerische Auseinandersetzung, sondern wir haben einen Notstand. Marshall Law. Genau. Marshall Law. Und das wurde sogar in einem Video hörbar schon in Washington am Flughafen durchgesagt. also eben, es gibt da viele Indizien auch, dass tatsächlich wirklich davon gebraucht wird, Notstand, Kriegsrechen für die freie Handhabe. Und wichtig ist noch, wenn er nachweisen kann, weil kein Präsident, das gibt es auch im Gesetz, kein Präsident, der mit anderen Ländern zusammengearbeitet hat im Sinne einer Korruption, im Sinne einer anti-amerikanischen Haltung, was ja bei beiden absolut beweisbar ist, ja, also ich erinnere noch mal, vier Milliarden, vier Milliarden US-Dollar hat die Familie Biden veruntreut, sowohl im Iran, glaube ich war es, oder Irak-Affäre und in China. Also da ist jede Menge, man kann das beweisen. Und in dem Moment, wenn er das beweisen könnte, wäre auch vorbei. Dann muss auch nicht neu gewählt werden, weil dann ist im Prinzip der alte Kandidat als unfähig entlarvt und er bleibt quasi wieder vier Jahre im Amt. Und meine Prophezeiung, unabhängig, was ich von Trump halte, ich möchte das nicht wiederkeuen heute, ich prophezeie das auch, er bleibt im Amt. Der Knackpunkt ist einfach eben, jede dieser Schachzüge hat natürlich seine Folgen, auch was die Bevölkerung betrifft, beispielsweise das Aufheizen, auch hier die Spaltung in Amerika ist natürlich auch immens. Und wenn natürlich Trump jetzt da nicht wirklich ganz stichhaltige Beweise, Belege, Fakten, die dann rechtlich auch umgesetzt werden, also klar nach Verfassung, das ist ja auch Trump wichtig, dann wird es natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs, weil dann wird Antifa, Black Lives Matter, dann wird der Deep State alles aufbringen, um hier radikal loszugehen. Und das ist ja auch das, was er nicht will, weil ich meine, man hört es ja eben gut, er will das Wohle von allen. Er will, dass alle glücklich sind in seinem Land, im verantworteten Land oder Gebiet oder Verein, können wir ja Verein nennen. Genau, eben und von dem her gesehen will er natürlich auch, dass auch die Demokraten und den Guti, der will ja nur eben den Sumpf ausheben, also die, die wirklich eben absolut unwiderruflich und unbekehrbar destruktiv und satanisch sind und das soll gereinigt werden. Wie es dann eben bei uns ablaufen wird, ich meine, da haben wir natürlich auch so ein bisschen, wenn wir es nach dieser kanadischen Agenda gehen, die geleakt wurde, Internierungslager, okay, Australien, Kanada ist schon so weit, Internierungslager in Deutschland, kommt ein tödlicherer Virus, also das heißt, das ist ja auch geplant und klar prognostiziert und zwar fürs erste Quartal 2021, wenn die Bevölkerung nicht mitmacht, wenn zu wenig, zu wenig Hingabe der Kinder ist, sich impfen zu lassen und sich an die Vorgaben zu halten, dass hier dann ein tödlicherer Virus versprüht wird, der dann bei den Infizierten bis zu einem Drittel zu Todesfällen führt, also ganz andere Zahlen wie die, die wir jetzt gehabt haben mit der ersten Pandemie und das ist natürlich dann schon massiv, es kommen jetzt bereit erste Meldungen von mutierten Viren, Coronaviren raus, es gibt zwar noch nicht erhöhte Todeszahlen, also auch das, diese ganze Propagandaschiene, die gefahren wird, das ist jetzt nicht das Thema, eben wegen unserer, wir sind jetzt am Grenzen unserer Intensivstationen und Intensivbetten, das ist also jedes Jahr Usus und das hat auch eine Ärztin klar erklärt, hallo, wir sind ein Krankenhaus, wir arbeiten wirtschaftlich, wir müssen unsere Betten füllen, wir müssen profitieren, wirtschaftlich auch Geld verdienen und das ist ganz normal, jedes Jahr das Gleiche, aber jetzt wird es halt propagiert, früher hat es keinen interessiert, aber eben das ist etwas, wo ich noch, wo ich weiß, dass der Deep State nicht davor zurückschreckt, wirklich einen tödlicheren Kampfstoff auszuführen, was ja Covid sowieso ist, Covid ist ja nacherwiesenermaßen, eine Züchtung, auch mit HIV-Bestandteilen und eben dieser tödlichere Kampfstoff, der dann rausgebracht wird, um die Menschen dann gefügig zu halten, das Bedingung, das universelle Grundeinkommen, was ja schon propagiert wird im Kontext des großen Resets, des Weltwirtschaftsforums, aber auch immer mehr Politiker reden davon, vom Reset und auch eben vom universellen Grundeinkommen, nur die Voraussetzung da ist natürlich, du musst deinen ganzen Besitz abgeben, also dein ganzes Eigentum musst du abgeben, du musst geimpft sein, du musst den Gesundheitspass haben und du musst natürlich dich eingliedern in diese, was wir schon in China ja schon existiert, eben dieses Rating-System der Bürger, die eben total überwacht sind und entsprechend eben sofort korrigiert werden können in ihrer Freiheit, in ihrem Geld, in was auch immer, wenn sie eben nicht brave, liebe Kinder sind. Und es wird ja auch, ich meine, das Weltwirtschaftsforum hat ja im letzten Sommer schon auch von einer ganz anderen Pandemie gesprochen, nämlich von einer Cyber-Pandemie, also diese Angriffe, diese Cyber-Attacken, Cyber-Viren, in dem Raum, da gab es ja auch wieder eine Simulation, da muss man immer aufhorchen, immer wenn es so ein Event ist, da muss man immer, ah, die planen schon das, was sie einführen. Weltwirtschaftsforum, da waren die ganzen Big Banks daran beteiligt und natürlich die Big Data und Big Tech-Firmen waren da beteiligt an dieser Simulation des Weltwirtschaftsforums, wenn es um diese Cyber-Attacken geht und spannenderweise hören wir in den Medien immer mehr von Cyber-Angriffen. Ist auch hier spannend, wobei für mich, ich nehme das eher so wahr, dass diese jetzt im Dezember diese Cyber-Attacken auf amerikanische Behörden oder andere Behörden oder auch in die Datenbanken der Impffirmen und so weiter, dass das eher eine patriotische Informationssammlungsaktion ist, wo die wirklich in die Daten reingehen und sich eben die ganzen Beweise zusammenholen, die sie brauchen, wenn es denn so sein soll, weil davon wird ja immer noch gesprochen, von den versiegelten Akten, mittlerweile über 160.000 mit bis zu 40 Personen pro Fall involviert. Also hier geht es in die Millionenzahl von Verhaftungen, dass es jetzt dann endlich losgeht. Es ist auch William Barr in Amerika als Justizminister, darf ja jetzt in seinen wohlverdienten Urlaub gehen, kann Weihnachten mit der Familie feiern. Das sind immer so Ausdrücke, das sind immer so kurze Sätze oder Hinweise in den ganzen Posts, ob das jetzt von Trump ist oder von Q oder sonst wo, die immer bei mir so anklingeln. Also ich bin jetzt nicht so explizit in diesem Bereich drin und erforsche oder verfolge jeden Q-Post oder was jetzt Trump postet oder so, aber es sind so Sachen, die kommen eben in mein Leben, wo man kling, wo ich hellhörig werde und das für mich abspeichere. Ah, okay, spannend. Also hier wird auch ganz viel auf Militärjustiz umgestellt, noch in den letzten Tagen der Trump-Administration, was auch spannend ist, weil es da ja dann letztlich auch um Militärgerichtsverhandlungen geht gegen diese ganzen Hochverräter und so weiter und nicht zivilrechtliche Geschichten. Also auch das ist wichtig, wenn man sieht, welche Leute, dass er jetzt noch zu Ende seiner ersten Lamszeit positioniert und auswechselt, sind es auch nochmal Hinweise. Dann darf man natürlich auch nicht vergessen, wie schaut es aus mit 5G, was jetzt eigentlich fast überall eingeschaltet ist, aktiv ist. Diese ganze Geschichte, das wird uns auch nochmal mal beschäftigen im nächsten Jahr. Das wird zwar alles jetzt momentan durch das C-Theater gedeckelt, aber trotzdem, es ist ja da und es läuft schon. Also auch hier werden wir sicherlich im 2021 noch klare Entscheidungen treffen und klare Handlungen vollziehen müssen, auch in diesem Kontext, wobei man den Widerstand schon klar sehen kann und wie das auch immer mehr auch in Ländern oder in Städten halt wirklich 5G verweigert wird. Also auch da sieht man, die Aufklärung zieht Früchte, auch wenn es noch einzelne, auch hier immer im Bild der erwachenden Schmetterlingszellen in der Raupe aufploppen, einzelne kleine Gruppierungen sind, aber das ist der Beginn des Überlebens des Schmetterlings im Kampf gegen die Raupe. Beispielsweise die Kaupe kämpft gegen den Schmetterling, aber der Schmetterling kämpft nicht gegen die Raupe. Der Schmetterling entfaltet einfach sein Leben, diese Zellen gruppieren sich, vernetzen sich und beginnen im sterbenden Raupenkörper bereits den Schmetterling zu entstehen zu lassen und zu verwirklichen. Und genau so sehe ich auch diese ganze Aktion eben oder diese ganze Vernetzung bei uns. Wir müssen nicht gegen die Raupe kämpfen, die stirbt sowieso, auch im Kontext, im höheren Kontext der astrophysikalischen und spirituellen Veränderungen und dieser Zeitalter, dieser Zeitzyklen, sondern wir können uns wirklich voll darauf konzentrieren, unseren neuen Schmetterlingsgesellschafts Auftrag zu erfüllen und natürlich trotzdem zu schützen vor Angriffen, wenn die Raupe halt angreift. Und da sind wir halt in der Vernetzung und in der Gruppierung trotzdem klar stärker. Was auch noch spannend ist, ist ein ganz anderes Thema, Thema nochmal Außerirdische, Cosmic Disclosure, das heißt diese ganze Offenbarung und Enthüllungen über diese Verbindungen zu außerirdischen Zivilisationen, wie lange die Menschheit schon damit verbunden ist, was gibt es für außerirdische Technologie oder eben für freie Technologie und, 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 und. Da war jetzt auch vor kurzem interessant, dass der israelische Ex-General, der 30 Jahre lang das israelische Weltraumprogramm geleitet hat, offiziell in einem Interview gesagt hat, ja, es gibt Außerirdische, ja, wir sind in Kontakt mit einer sogenannten Galaktischen Föderation, aber die zeigen sich noch nicht offiziell, also wirklich mit diesem offiziellen Kontaktaufnahme, weil wir noch nicht so weit sind. Und das deckt sich einfach mit den Aussagen von ganz vielen Ufologen und Insidern, die in den letzten Jahrzehnten das immer wieder vorgebracht haben und immer wieder natürlich eben als Aluhutträger und so weiter verschrien wurden, aber das ist ein Ex-General, Ex-General des israelischen Militärs, der das Weltraumprogramm geleitet hat und er hat auch noch gesagt, Trump weiß es, Trump hätte das fast auch gesagt, wir können uns vielleicht ein bisschen erinnern, Trump hat vor kurzem, vor ein paar Wochen oder Monaten mal auch diese Themen gehabt von wegen Roosevelt und war das richtig und was weisst du über UFOs und bla 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 und über diese neuen Videos, die die US Navy rausgebracht hat, wo man ja Foo Fighters sieht, also wo man ja wirklich klar UFOs verfolgt und diese Bilder auch sieht und dass Trump fast das offenbart hätte, wurde aber dann gebeten, es doch nicht zu tun, weil die Menschheit doch nicht so weit ist. Also, diese Aussage, wir sind noch nicht so weit, kann ich absolut verstehen. Ich habe am Anfang der Pandemie mal gesagt, wenn die Außerirdischen uns beobachten, dann werden sie sich den Buckel voll lachen, wie wir Menschen uns hier knechten lassen. Sie werden sich angucken, schallend lachen und sagen, komm, wir fliegen weiter, wir finden hier kein intelligentes Leben. Also, das war eigentlich damit gemeint, wir müssen zuerst unsere Hausaufgaben machen, wir müssen zuerst unseren eigenen Scheiß aufräumen, unabhängig davon, ob jetzt die negativen Außerirdischen besiegt wurden im letzten Jahr oder jetzt auch in diesem Ablauf, die ganzen Schlachten, auch unabhängig davon, ob der Deep State keine Unterstützung mehr hat von diesen außerirdischen negativen Kräften und auch von der dämonischen Seite her. Die kämpft natürlich noch, weil die ist interdimensional, aber auch die kommt nicht mehr so durch. Also auch wenn der Deep State oder die Köpfe des Deep States oder die Struktur des Deep States nicht mehr versorgt wird mit dem, was sie brauchen, um da wirklich durchzugehen und darum auch wie ein am Sterben befindliches Raubtier einfach noch alles durchziehen und durchmachen, ohne auf Fehler zu achten oder Widersprüche. Es ist ihnen jetzt scheißegal, sie wollen die Kiste noch schnell zumachen, die Kiste genannt Herrschaft über die Welt. Trotzdem, wir müssen unsere Hausaufgaben tun. Wir müssen draußen wirklich jetzt unser Souverän stehen und leben. Egal, ob jetzt die alle Recht haben und irgendwo gibt es eine außerirdische Flotte, die kommen uns dann zu Hilfe, wenn es wirklich hart auf hart geht. Wir müssen unsere Aufgabe tun. Das hat etwas mit selbst, mit Erwachsensein zu tun. Und es gibt verschiedene Ebenen von Zivilisationen. Zivilisationen, die in ihrer Entwicklung irgendwann eben über das eigene Sein, wir sind die einzigen im ganzen Universum, drüber hinaus kommen und mal Kontakt beginnen mit anderen Zivilisationen und, und, und und dann sich in eine solare Zivilisation entwickeln, in eine galaktische Zivilisation und darüber hinaus. Da gibt es verschiedene Stufen. Und wir sind noch nicht mal auf der ersten. Das heißt, wir haben ja nicht mal wirklich die Herrschaft, vielleicht das falsche Wort, aber trotzdem die Herrschaft über unseren Planeten. Wir haben das ja nicht mal. Das heißt, das müssen wir zuerst erreichen, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir zum Souverän werden, zu einem globalen Souverän auf diesem Planeten. Erst dann wird es zur offiziellen Kontaktaufnahme kommen mit anderen Zivilisationen, weil was wollen die mit einem Haufen von verwöhnten oder faulen Kindern, die noch so dermaßen in ihrem Sandkasten beschäftigt sind, wenn es darum geht, hey, okay, lasst uns jetzt mal interstellare oder intergalaktische Themen miteinander angehen. Ganz einfach. Also, sehr gute Szenarien. Ich möchte, zwei möchte ich noch ergänzen. Ich bin auch dankbar dafür, dass du jetzt so mal ein bisschen den reellen Raum in den fantastischen Raum, weil dann kann ich nämlich wunderbar anschließen. Denn ich möchte noch dazu sagen, also wie bekommt man, du hast es ja gesprochen, wie bekomme ich denn globale Herrschaft? Wie kann ich denn eine Agenda umsetzen, dass mir alle Menschen folgen, dass sich alle Menschen vereinigen unter einer Regierung? Ja, schauen wir doch mal nach Hollywood. Was erzählen die uns denn, wie das in der Regel funktioniert? Da gäbe es zum Beispiel eine gefakte Alien-Invasion. Das wäre eine Option. Oder genau das Gegenteil. Es kommen gute Aliens, die uns weiter beschäftigen wollen, die aber dann sagen, na, wir machen das nur für alle Menschen und nicht nur für eine Regierung. Also, ich wäre da immer vorsichtig. Also, ich rede von skeptisch. Nichts zu sagen, wenn sowas jetzt am Himmel auftaucht, zu sagen, es ist alles Quatsch, alles gefakt. Das muss es nicht sein, möchte ich klar sagen. Aber wieder das Herz zur Rate ziehen und prüfen, was könnte das sein? Also, auch das ist noch eine Option, die kommen kann, um die Menschen sozusagen dann unter eine Herrschaft zu bekommen. Eine andere ist ein globaler Killer, also sprich, ein Meteorit oder Asteroid, der kommt. Auch das ließe sich heute relativ simpel faken. Das will man zwar nicht glauben, ist aber so. Wir sehen es ja auch bei 9-11, wir sehen es bei der Fake-Pandemie. Also, überall sieht man, wie das durch Nachrichten verbreiten und Bilder erzeugen reicht heutzutage. Das haben Sie ja mit Corona ganz klar bewiesen, dass das langt, um einen Menschen davon zu überzeugen, an etwas zu glauben, was gar nicht real existiert. Wobei ich jetzt nicht sage, dass der Coronavirus nicht real existiert. Ja, das mag ja sein. Es gibt da auch Fälle, keine Frage. Aber es wäre ja ein leichtes, es gibt zum Beispiel Meldungen, die sind vor Jahren mal aufgetaucht, dass in sehr vielen Großstädten vermutlich sowohl amerikanische als auch russische, selbst chinesische, also die großen Mächte Sprengstoffbomben schon lange platziert haben, die jederzeit drücken können den Knopf und dann geht die Stadt in Flammen auf. Das würde also bedeuten, man faked sozusagen in den Nachrichten einen Asteroid, den man da zeigt, um zu beweisen, dass das Ding wirklich oder Fraktale davon runtergefallen sind, sprengt man sozusagen gewisse Städte in die Luft. Hollywood hat erst, glaube ich, erst vor ganz kurzem wieder einen Film rausgebracht, da geht genau dieses Szenario wieder, also typischer Katastrophenfilm, wir werden alle sterben, wir müssen in Bunkern und so weiter und wir müssen uns vereinigen. Also auch das wäre noch eine Option und das hast du auch noch nicht drinnen gehabt, das war das ganze Thema natürlich der globale Shutdown, also im Sinne dessen, man lässt im Prinzip die gesamte globale Wirtschaft völlig abbrauchen. Um ehrlich zu sein, erwarte ich das eigentlich erst in 2023, also in der Drehung, aber es wäre natürlich auch denkbar, dass das schon nächstes Jahr passiert, dass man also einen wirtschaftlichen Kollaps sozusagen künstlich herbeiführt und auch dann werden die Menschen wieder schreien, bitte lieber Staat, hilf uns und der liebe Staat wird sagen, klar, machen wir, müssen wir aber uns alle vereinigen. Wir brauchen eine Regierung, wir brauchen eine Währung, weil das kriegen wir sonst alles nicht zusammenadiert, und so weiter und so fort. Also soviel zu diesen Zukunftsszenarien und möglichen Gefahren, die auch in 2021 wieder auf uns lauern könnten. Dazu, wie gesagt, nochmal ganz wichtiger Punkt, befragt immer euer Herz. die innere Wahrheit ist hier im Prinzip das, was leuchtet. Das, was der Sache Ausdruck vorleihen kann, so nach dem Motto, ist vielleicht möglicherweise was dran oder nein, ist vielleicht nichts dran. Und ich möchte, ich fand das auch interessant mit diesem Ex-Militär, der das tatsächlich gesagt hat, ich habe das also auch nochmal geprüft, also es war keine Fake News oder sowas, der hat das wirklich gesagt und er ist ja nicht der Erste. Er ist ja bei Weitem nicht der Erste, der da schon mal gesagt hat, ja, da sind Kämpfe und bis zu einem gewissen Punkt sind die auch gewonnen. Das ist real, das möchte ich auch noch sagen, auch wenn wir darüber nicht viel reden in der Regel und das ist auch gar nicht so unser trendales Thema ist, aber diese Ebene, auf der, ich nenne das ist die energetische Ebene, auf der natürlich auch dieser Kampf stattfindet, weil auch in 3D, also in der materiellen Welt, das ja oft nur Ausdruck dessen ist, was in der geistigen Welt passiert, ist es also sehr wahrscheinlich, dass dieser Kampf, den wir hier spüren und erleben, natürlich, dass der auch dort schon wahrscheinlich weit fortgeschrittener ist beziehungsweise vielleicht sogar schon verloren oder gewonnen, das mag ich nicht zu bezweifeln, beurteilen, aber es ist auch mal interessant, wer möchte sich mal mit diesen Dingen zu beschäftigen, denn da birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, ein gewisses Risiko, aber auch ein Stück weit natürlich das Bewusstsein zu erweitern, im Sinne dessen, wir sind nicht allein, ja, also wir müssen es nicht alleine schaffen, diese Dinge, wir sind erstmal als Menschen vereint, sowieso, aber es gibt auch noch die hellen Kräfte, möchte ich es jetzt mal nennen, die uns hier durchaus wohlgesonnen sind und auch eine wichtige Arbeit leisten, den Menschen wieder zu dem zu befreien, was er ja eigentlich ist und hauptsächlich dessen, den freien Willen, als schöpferisches Urprinzip wieder gesetzt werden zu lassen, ja, das, so empfinde ich das zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so würde ich das interpretieren, dass es denen gar nicht so darum geht, nur um den Menschen zu befreien, sondern generell wieder die, die Abläufe im schöpferischen Universum wieder dahin zu korrigieren, dass sie wieder vernünftig funktionieren, das bedeutet ja nicht, dass Korruption und Manipulation aufhört, sondern dass die Menschen wieder in der Lage sind, sie zu erkennen. Ja, aufwachen halt, also ich bin ja ein Vertreter, schon seit 30 Jahren, was das Thema Aufstieg betrifft, also Aufstieg, egal wie man sich das jetzt vorstellt, lassen wir mal weg, wie dieser Aufstieg konkret ist, aber ich bin, es geht um Evolution und Evolution will immer eine Verbesserung und sogar der Abstieg war im Kontext, in meiner Wahrheit, in meinem Mosaik-Weltbild, war ein evolutiver Prozess, dieser Abstieg, den manche auch sagen, das war ein Fall, das war eigentlich, weil Sophia sich was angemasst hat oder Luzifer und Satan, sein Sohn und so weiter, aber ich sehe das trotzdem letztlich im universellen Kontext betrachtet als Evolution, Entwicklung, 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 neue Erlebnisse zu machen, alles zu erleben, was möglich ist, alle sämtliche Szenarien, was der göttliche Geist, was die göttliche Schöpfung hergibt, zu durchleben, zu durchwandern und natürlich wieder aufzulösen, also erschaffen, erhalten und wieder Auflösung und das ist jetzt einfach der Punkt, wo wir uns jetzt befinden und diese Erhöhung ist ja wirklich tatsächlich wahrnehmbar, sogar physikalisch messbar, diese Frequenzerhöhung, diese Temperaturerhöhung, diese Lichterhöhung, diese Erhöhung des kosmischen Feuers, diese Erhöhung der Schumann-Frequenzen in allen Planeten und so weiter. Das heißt, ich bin überzeugt, wir erhöhen uns, wie der Prozess des Ablegens der Kristallisation als Materie, der Dunkelheit, des Vergessens, der Trennung, all dieser Illusionen und Lügen, wie dieser Prozess vonstatten geht, das ist natürlich sehr fraglich, weil auf den können wir einwirken, sowohl natürlich ganz massiv in unserer Selbstverantwortlichkeit, unser eigener Prozess, aber auch im globalen Kontext. Aber dass wir interdimensional sind, das erleben immer mehr Menschen, also dass wir telepathische Wesen sind, dass wir sowieso jeden Menschen lesen können in seiner Allumfassendheit, weil es ist ja im Feld gespeichert, das ist einfach ein gewisses Training, wir haben die Sinne dafür, der sechste, siebte Sinn, das ist ja das, was wir auch unter anderem in den Seminaren trainieren und den Teilnehmern lehren, wie können sie diese Sinne nutzen und das ist dann natürlich absolut verblüffend für jemanden, der gar keine Erfahrung damit hat, was da alles in uns steckt und was für Möglichkeiten unser Bewusstsein besitzt, wenn es mal die Fesseln ablegen darf und eben wieder frei wird in diesem multidimensionalen Raum. Das heißt Meditation, Meditation, Meditation ist einfach zwingend, immer wieder in diesen Zustand zu gehen, die Energie zu sein und nicht der Körper, nicht der Mensch zu sein, sondern die Seele. Immer wieder in dieses Einheitsfeld zu gehen, immer wieder das zu praktizieren, immer stärker, wo eben die ganzen Möglichkeiten da sind. Also Menschen, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen ganz verblüfft sind, ich schaue sie an und wir reden so ganz normal Smalltalk und ich sage ihnen einfach ein paar Dinge, die ich da wahrnehme, nicht aus dem Ego raus, sondern einfach, weil ich das wahrnehme und ich weiß, okay, wenn es mir gegeben wird, das Wahrnehmung, soll ich das kommunizieren und dass ich das einfach weiß und dabei ist es so normal, weil es ist ja da, es ist ja im Feld, es ist ja im Menschen, um den Menschen rum in seinem energetischen Feld, alles gespeichert, jede Sekunde, jeder Augenblick seines Lebens ist da und sogar eben die Verbindungen auch zu anderen Inkarnationen und so weiter und das ist jetzt nichts Spektakuläres, das ist etwas, was ganz normal werden wird, aber man muss es halt trainieren, man muss sich die Arbeit machen und die Prozesse und wie du sagst, das Herz ist einfach federführend, da haben wir ja schon viel drüber geredet, als Wahrheitsorgan, aber auch als Schöpfungsorgan, als Sitz unserer Ich-Bin-Gegenwart in uns als Menschen, nicht von ungefähr die Mitte der sieben Chakren, dass da einfach ganz viel auf uns wartet, wieder in Besitz genommen zu werden und dann können wir auch unserer Ich-Bin-Gegenwart bewusst sein, also nicht nur, ah, das ist meine Ich-Bin-Gegenwart, sondern ich bin die Ich-Bin-Gegenwart und aus dem heraus zu schöpfen und diesen Schöpfungsakt immer wieder ganz bewusst in Aktion zu versetzen, das Faszinierende ist ja, dass wir als Ich-Bin nur darauf warten, dass wir als Menschen es verwenden und wir verwenden es ja die ganze Zeit unbewusst, wir denken ständig unbewusst, wir erzeugen ständig Emotionen und Gefühle in uns und wir sprechen Worte unbewusst und das Ganze ist ja schon getragen von dieser Schöpferkraft, die eben alles erschaffen hat, das Ich-Bin hat alles erschaffen, diese ganze Schöpfungstheater und das ist ja das Spannende daran, dass wir eh schon Zugriff haben, aber je bewusster wir das tun und natürlich je mehr wir das im Einklang mit allem Ich-Bin-S-Leben umso mächtiger wird es, umso liebevoller wird es, umso freudiger, umso positiver und das ist jetzt einfach diese Phase, in der wir drin sind, wir müssen dies vollziehen, ob wir das wollen oder nicht, wenn wir es nicht wollen, natürlich können wir über den Tod gehen und natürlich können wir, wenn wir sagen, nee, 3D-Dichte ist das, was ich noch nicht genug gelebt habe. Da werden sich Ersatzwelten dafür finden, weil ich bin auch überzeugt, dass das, was sogenannt eine Mininova oder ein Solar Flash genannt wird, was jetzt eben prophezeit wurde vor seit Jahrhunderten, in Dutzenden von Kulturen dieser Welt, dass das eintreffen wird, dass das die nächsten Jahre irgendwann sein wird, dass tatsächlich so ein Impuls unserer Sonne passiert. Ich meine, wir hatten jetzt, während der Sonnenfinsternis, hatten wir auch einige sehr intensive Sonnenstürme in dieser Zeit, also Mitte Dezember. Es werden weitere erwartet und irgendwann wird dieser Boom, 360 Grad kommen, dieser Wuff, der alle Planeten, alles Leben auf eine andere Ebene hebt. Und diejenigen, die halt hier trainiert sind, die können es halt schaffen, wirklich ihren physischen Körper wieder auf eine höhere Frequenz zu bringen und aus der 3D-materiellen Kristallisation zu befreien. Und die anderen gehen halt über das, was wir tot nennen oder werden vielleicht auch evakuiert, auch diese Possibilität, also diese Möglichkeit besteht, weil das auch Usus ist, mehr oder weniger, also dass man eben nicht ganze Weltbevölkerungen vernichten, vernichtet werden lässt, sondern dass man da eben auch rettende, wie auch immer, Aktionen startet, wo die Menschen evakuiert werden, entweder auf andere Planeten, andere 3D-Bühnen gebracht werden und die, die eben 4D oder 5D sogar oder 6D gar fähig sind, dass die dann wieder auf die Erde zurückgebracht werden, weil 3D nicht mehr für längere Zeit nicht mehr zur Verfügung steht. Kann man sich vorstellen, wenn es so ein Solar Flash ist, die Wissenschaftler sagen, ja, da rechnen wir so mit 6000 Grad Celsius auf der Erdoberfläche, da wird nicht viel 3D bleiben. Vielleicht in den Dumps, vielleicht in den Deep Underground Cities und Städten, das ist auch mit ein Grund, warum das die angeblich gebaut wurden, dass die dort, die Elite dort überleben kann, mit Ausgewählten, aber ich glaube es nicht, weil es geht hier nicht nur um Teilchen, sondern es geht auch um Strahlung und Strahlung geht da durch. Also hier geht es um Gamma-Strahlung, Neutrinostrahlung, alles Mögliche, was von der Sonne dann kommt und die gehen durch die dicksten Betonbunkerwände oder sonst was. Da müssen wir dann, wenn dann überhaupt energetische Schutzschilde aufbauen. Vielleicht haben es die ja auch, weil die Technik im okkulten Bereich ja sehr vorgeschritten ist und auch diese Möglichkeit bietet. Aber wir müssen uns einfach vernetzen, wir müssen uns mit uns selbst, mit unserem göttlichen Selbst immer mehr stärken und verbinden und das dann natürlich im Alltag praktizieren, mit Gleichgesinnten vernetzen, virtuell wie physisch unterstützen, aber natürlich auch auf der rein irdischen Ebene von Gruppierungen, die hier halt neue Systeme und neue Strukturen schon bauen. Man darf natürlich aber auch diejenigen unterstützen, die gegen den Deep State auf rechtliche Art und Weise zum Beispiel vorgehen, wie eben der Corona-Untersuchungsausschuss und der Rechtsanwalt Füllmich, der jetzt eben die internationale Klage in Amerika eingereicht hat gegen die PCR-Tests, der auch eine Schadensersatz-Klage gegen Drosten eingeleitet hat. Es gibt die sogenannte World Freedom Alliance, aber ich habe das nicht überprüft, die internationale Klagen gegen die C-Gang in Gang setzen. Dann gibt es jetzt auch in Österreich den außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss, also Corona-Untersuchungsausschuss. Untersuchungsausschuss. Es gibt die Aktion, die Abberufung des Bayerischen Landtages. Was mir auch als Frage sich stellt ist, haben wir nicht schon das Widerstandsrecht nach § 20 Absatz 4 im Grundgesetz, sind wir nicht schon als Bevölkerung jetzt verpflichtet, für den Schutz des Grundgesetzes einzutreten, auch wenn das Grundgesetz nur ein Besatzungsrechtskonstrukt ist. Aber es geht ja auch darum, um den Schutz unserer Ordnung. Und der § 20 Absatz 4 sagt ja, wenn keine Instanzen mehr da sind oder die Instanzen, die da sind, nur noch gegen die Verfassung, die wir ja nicht haben, aber nehmen wir es mal so, verstoßen, dass das Volk nicht nur das Recht hat, sondern sogar die Pflicht, die Rechtsordnung zu schützen und eben die entsprechende Legislative, Judikative und sogar die Exekutive außer Kraft zu setzen. Also auch die Söldner-Truppen der Polizei. Hier noch zum Schluss, zum Abschluss ein Aufruf. Es gibt übrigens Anwälte, die das genau auch schon juristisch zumindestens mal sagen, dass dieser Fall durchaus eine Berechtigung hätte. Für mich hat er... Wir sind auch keine Richter, ja, aber ja, wenn diese Frage unter Juristen schon diskutiert wird, dann hat das auf jeden Fall mal eine Wirkung. Also für mich ist dieser Fall schon eingetreten, eigentlich schon, nicht nur seit dem 18. November, wo jetzt sozusagen das dritte Infektions- oder eben das Ermächtigungsgesetz beschlossen wurde, sondern dieser Fall ist schon vorher eingetreten. Ich bin auch kein Jurist. Ich kann das nur aufgrund meiner Wahrnehmung sagen, dass das vom Rechtsgrund her eigentlich schon der Fall ist. Das würde aber auch bedeuten, für mich ganz klar, keine Steuern mehr zu bezahlen, die Masken zu verweigern, die Abstandsregelungen zu verweigern, die Geschäfte zu öffnen, die Veranstaltungen durchzuführen, um die Gesetzesleitung einfach abzusetzen. Das heißt einfach wirklich, das normale, das gesunde, für das Leben ausgerichteten Alltagsleben wieder in Kraft zu setzen, per sofort und alles, was da an diese Verbrecherbande geht, sofort zu stoppen, wenn eben, aber da braucht man natürlich auch, ist auch schwierig, in einem rechtsfreien Raum, hier für Recht zu sorgen. Also auch europäischer Gerichtshof oder der Gerichtshof der Menschenrechte, Völkerrecht und so weiter, das ist halt alles Struktur. Also ist halt sehr schwierig. Das heißt, wir können uns nicht auf den Rechtsrahmen innerhalb des Systems verlassen, weil dieser Rechtsrahmen geschaffen wurde, um das System zu erhalten. Also wird das jetzt immer dem Systemlingen zugeführt werden und den Strippen ziehen und nicht dem Leben selbst. Aber das ist eine Prüfung oder das ist eine vorübergehende Phase unserer Evolution und die ist jetzt beendet. Ich bin auch absolut konform, dass die Dunkelkräfte schon verloren haben, dass die Verträge schon aufgelöst wurden, dass die Erde wieder in das Besitztum der Menschheit zurückgegeben wird, um wirklich zu erwachsenen Status zu erlangen, um dann wirklich in der kosmischen Gemeinschaft auch ihren Platz wieder einzunehmen. Aber dafür muss noch viel passieren. Und wenn das den Druck einfach bedingt, eines wie auch immer gearteten Neue-Welt-Ordnung-Szenarios, dann ist es halt so. Also ich kann nur sagen, ich brauche es nicht, weil wir leben schon, diese neue Welt, soweit es für uns möglich ist. Und ich kenne viele, die das schon leben. Und ich bin schon aber auch der Ansicht, dass es eine Vereinigung geben wird der Menschheit. Also die neue Staatsform, wenn man das so will, oder die Weltregierungsform der Menschheit wird meines Erachtens ganz klar dahingehend sein, dass es keine Politiker mehr geben wird. Es wird keine Länder per se Regierungen mehr geben, sondern es wird nur noch Verwaltungsorgane geben, wobei die Hauptverwaltungsmacht bei den Gemeinden liegen wird, beispielsweise zuerst mal bei den einzelnen Menschen, dann bei den Familien, dann bei den Gemeinden oder bei den Gruppierungen, der Menschengruppierungen, die im örtlichen Raum zusammenleben. Dann natürlich, wenn es darum geht, über kollektive oder kollektive Dinge zu regulieren, dass es einfach Regulationsinstanzen geben wird, die sich auf Landkreis, was man heute noch sagt, oder Bundesland oder National oder Kontinent oder sogar Weltebene mit unterschiedlichen Strukturverwaltungsebenen geben wird, dass es sicherlich so etwas geben wird wie einen Ältestenrat oder einen Rat der Weisen im globalen Kontext, wenn es wirklich um globale oder eben um solare und intergalaktische Themen gibt. Das wird sicherlich der Fall sein. Es wird sicherlich eine Aufhebung der Rassentrennung geben, aber es wird keine kulturelle Verwaschung geben. Also ich bin der Überzeugung, weil die kulturellen Schätze kommen ja nicht aus den Ländern, sondern aus den Regionen. Das heißt, die kulturellen Blüten, die die Menschheit entfalten hat, hat etwas zu tun mit dem regionalen Gebiet von Mutter Erde. Das sind ja Eigenschaften, die eigentlich in Mutter Erde stecken. Die Samen kommen aus Mutter Erde und wir als Menschen lassen es als Bevölkerung, als kultureller Kreis, wie groß das da auch immer ist, man kann ihm eben auch den Namen geben, Land, aber das ist irreführend, entfaltet sich dort und diese regionale Entfaltung von unterschiedlichen Kulturen wird immer stattfinden im Kontext von Mutter Erde, weil Mutter Erde einfach so reich ist und in der Gemeinschaft mit der Menschheit immer wieder neue Kulturen zum Erblühen bringen wird. Also wir müssen keine Angst haben, dass es so, wie es halt eben in der neuen Weltordnung sein wird, nur noch eine breite, hellbraune Masse von kulturlosen, wurzellosen Menschen, aber eben, es wird für mich schon eine Einheitsebenen geben, wo es dann nicht mehr diese einzelnen Regierungen geben wird, sondern wirklich schon auch im Kontext einer Weltregierungsstruktur, die aber nicht die Macht hat, sondern einfach nur strukturelle und organisatorische Aufgaben trägt, die einfach auf der Ebene für globale Themen oder für eben über auch intersolare, intergalaktische Themen einfach zuständig ist. Das muss ja nicht auf der Gemeindeebene dann geregelt werden, wäre ja Blödsinn. Das heißt, es wird eine Hierarchie geben, aber in Form der Funktionalität der Gesellschaft und nicht der Machtverteilung. Genau. Und so sehe ich eigentlich die Zukunft. Dafür müssen wir alle wieder in die Selbstverantwortung zurück. Wir müssen wieder zurück in das göttliche Souverän. Wir müssen also diese ganzen alten Kleider, alten Ideologien, alten Qualitäten ablegen und wirklich wieder in unsere Göttlichkeit Schritt für Schritt zurückkehren. Und da ist einfach Meditation, Meditation, Meditation. Und natürlich auch die Verbindung mit unseren geistigen Brüdern oder Geschwistern einfach auch sehr hilfreich. Also der Kontakt mit Jesus oder mit den sogenannten aufgestiegenen Meistern, das ist einfach, das ist unglaublich, was das für eine Unterstützung ist. Und da können alle Teilnehmer, jetzt zum Beispiel der Genning-Ausbildung oder der Heiler-Ausbildung von uns, können da Geschichten erzählen, was alles möglich wird im Zusammenleben mit diesen Wesen, die halt unsichtbar sind, aber die real und die erfahrbar sind und die uns auch darin unterstützen, dass wir selber zum Meister werden, also nicht in die Abhängigkeit bringen, sondern wirklich uns in unserem göttlichen Wiedererwachen auch helfen und unterstützen und wir brauchen auch ein Stück weit diese himmlische Unterstützung. Genau. Und für alle die, sage ich mal, die das vielleicht diesen spirituellen Weg noch für sich noch nicht sehen oder den vielleicht einfach anders gehen wollen, weil das ist ja auch möglich, obwohl ich auch sagen würde, es braucht den Weg wieder der Spiritualität, weil dort steht nicht nur sehr viel Lösungen drin, sondern auch Ausweg aus diesem ganzen Kram, auch Möglichkeiten, wie gehe ich damit um. Aber für alle die, denen das vielleicht noch zu viel ist für den Anfang, ja, dafür haben wir ja Ionetic entwickelt, ja, ich möchte für ganz kurz bei der Gelegenheit nämlich mal ein paar Themen, die wir nämlich auch haben und es sind, wie gesagt, das ist ja eher wissenschaftliche Herangehensweise, also alles, was wir da machen, ist ja wissenschaftlich untermauert. Also wir haben als neues Thema Anbindung an die geistige Welt, wir haben das Thema Beziehungen heilen, bessere Partnerschaften, Depressionen überwinden und überhaupt mal zu erkennen, wir haben das Thema auch mal mit drin, jetzt erfolgreiche Traumberufung leben, damit man einfach mal eine Idee bekommt, okay, was will ich denn eigentlich machen in dieser Welt? Wir haben maximales Gehirnpotenzial nutzen, das sind also, da geht es eher in die Richtung, dass wir überhaupt das wieder benutzen, was zwischen unseren Ohren ist. Wir haben und auch die Fähigkeiten, die dieser Quantencomputer hat, sage ich jetzt mal, auch wieder anfangen zu programmieren und das überhaupt mal erkennen, was ist eigentlich überhaupt möglich. Das sind mal nur ein kleiner Ausblick zu dessen, was aktuell jetzt neu an Themen bei Ionetic ist und die nächsten Themen sind schon lange wieder in Vorbereitung. Wir werden vermutlich schon Ende Januar, Mitte Februar schon wieder mit Programmierungsarbeiten für die nächsten Themen beschäftigt sein. Aber das meine ich eben und das finde ich so genial auch eben an diesen Zusammenarbeiten. Wir haben ja die Möglichkeit, wie du geschaffen hast, über die Meditationen, die ja nach wie vor abrufbar sind bei euch, das Ganze eher auch auf einen spirituellen Weg zu machen, was echt eine gute Gelegenheit ist für alle, die da schon drin sind und für jeden, der noch keine Resonanz zu diesen Themen hat. Ja, genau, dafür gibt es ja auch Ionetic, zu sagen, okay, ich möchte lieber eher auf den wissenschaftlichen Parametern machen. Aber übrigens, wir haben Rückmeldungen bekommen von Menschen, die in der Meditation diese Audiotracks hören und massive Verstärkung natürlich dessen Erleben spürbar machen dadurch. Also hier sieht man auch nicht sowohl als auch oder entweder oder, sondern man kann auch beides wunderbar miteinander kombinieren. Patrick, ich kann es nur bestätigen, du weißt, ich bin ein Fan von Ionetics, ich liebe das, ich mache auch meine Meditationen damit. Also ich meine, es ist einfach ein klasse Werkzeug, auch für mich als Fortgeschrittene. Es ist eine Dynamik, die nochmal intensiviert. Und wenn man dann noch schaut, okay, ich meine, wir wissen ja viel, wir kriegen ja viel Feedbacks von den Menschen über die Monoelemente. Wenn man das noch mit solchen Stoffen auch noch kombiniert und so weiter, es ist unfassbar. Und wenn man dann noch mit den Harmonies auch sein Lebensfeld, zumindest von dieser ganzen krankmachenden Strahlung schon mal befreien kann, harmonisieren kann, dass man einfach überhaupt wieder mal ein Raumfeld da hat, was von dieser ständigen Bombardement von negativen Frequenzen und Programmen und Informationsfeldern einfach mal frei ist. Hey, es geht so schnell, aber man muss sich halt wirklich auch die Bereitschaft sagen, ich gehe diesen Weg und für sich aber trotzdem nach wie vor spüren, reinfühlen, ist es was für mich, was ist denn das Richtige für mich? Aber ich kann euch allen zu Hause nur sagen, 2021 wird ein phänomenales Jahr. Ich freue mich so auf dieses Jahr, weil da einfach das Leben brodelt. Es ist weltverändert, es ist menschverändernd, es ist in allen Bereichen, auch wenn es natürlich unschöne Scharmützel gibt. Ich meine, klar, in jedem Krieg gibt es Schlachten, die man mal verliert oder gibt es Verwundete oder eben Menschen, die dann halt entkörpern und so weiter. Aber glaubt mir, es ist es der Wert. Wir sind schon so weit gekommen, weil die Krankheit, nochmal einfach zur Verdeutlichung, die Krankheit in unserem zum Beispiel Körper ist bereits das Heilgeschehen. Das heißt, wenn wir Symptome kriegen und wir haben jetzt mächtige Symptome in unserer Welt, in unserem Weltenkörper, die Symptome sind bereits die Heilarbeit des Systems selbst, die Krankheit war die Jahrtausende und Jahrhunderte vorher. Und wir sind jetzt in diesem Heilgeschehen. Also denkt dran, egal wie bösartig euch die anderen entgegenkommen oder was die alles versuchen, es ist der verzweifelte Kampf noch, ich meine, es gab schon in den 90er Jahren die Bücher Der letzte Tanz der Dunkelherrscher oder der letzte Tanz der Der letzte Walzer der Tyrannen und, und, und. Also diese Buchtitels und diese Themen sind ja nicht wirklich neu, aber wir sind jetzt mittendrin. Und das ist das Spannende. Und es kann euch nichts passieren. Nichts, weil ihr seid unendliches Bewusstsein. Ihr seid die Ich-Bin-Gegenwart. Wir sind alle in diesem einen. Und wenn wir hier uns auch nur innerlich vernetzen, wenn ich nur mich entscheide und sage, okay, ich bin auch bei den Lichtkräften. Ich bin bei denjenigen, die jetzt das Licht in diese dunkle Welt bringen, damit diese Welt wieder von Farben und Lebendigkeit und Leuchtkraft und Weisheit und Liebe wieder entsprechend sich entfalten darf, dann sind ihr, seid ihr automatisch dabei, wenn ihr diese Entscheidung ernst nehmt. Und dann wird euch das Leben aber auch einladen und sagen, okay, du willst mitmachen, du willst da mithelfen. Also hier sind die Angebote. Also, verlasst euch drauf. Das Leben, das sind jetzt die Worte von Joe Dispenza, den ich einfach sehr mag, weil er ein brillanter Wissenschaftler ist, aber auch eben toll das Ganze dann umsetzen kann. Wir leben in intelligenter Liebe und in liebevoller Intelligenz. Das ist das unendliche Feld und es kann uns nur das Beste passieren und es ist ein Abenteuerritt und ich lade alle ein und freue mich auf alle, die wir dann im 2021 auch analog, persönlich drücken, begegnen und begleiten dürfen. In La Cash, ich bin ein anderes Du, ihr Lieben. Martin, vielen Dank. Ich finde, eine sehr, sehr runde Sendung heute, eine Sendung mit sehr viel Dynamik, eine Sendung mit sehr viel Herzblut, eine Sendung wieder mit vielen Inhalten natürlich auch, aber hauptsächlich auch wieder mit sehr vielen Lösungen und auch wieder der Befähigung, Menschen auf diesem Weg einfach zu begleiten. natürlich versuchen wir unser Wissen irgendwie natürlich auch bekannt zu machen und das ist klar, wir haben das Thema ja gehabt, Angst und Gefahr. Wir kommen um diese Themen nicht drum herum, da immer wieder auch die Taschenlampe in den Keller zu halten und eben halt auch mal zu erschrecken, dass da riesige Pilze wuchern, ohne das jetzt das Synonym für Pilz jetzt falsch zu interpretieren, aber ich glaube, der Zuschauer weiß ja, worauf ich hinaus möchte und ich denke, uns ist für uns beide im alten Jahr eine runde Sendung gelungen und ich glaube aber auch schon für das neue Jahr eine sensationelle Auftaktveranstaltung, möchte ich jetzt sagen, gelungen. Mir hat das wieder sehr viel Spaß gemacht, wirklich rund, wie ich finde, also ein Gespräch, das durchaus den Mehrwert, den wir ja versuchen zu liefern, letzten Endes auch qualitativ ausdrückt. Auch wenn wir uns heute wieder leider nicht sehen konnten oder nicht sehen, schlichtweg, weil einfach in der Zeit jetzt auch unsere Katharin schon im Urlaub ist, das ist der simple Grund darin, aber das ist etwas, womit ich dir danken möchte, nicht nur für über 20 Sendungen, die wir zusammen gemacht haben, sondern auch natürlich für diese unermüdliche Arbeit immer wieder nicht locker zu lassen, kritische Themen anzusprechen, auch Themen, die wehtun anzusprechen, auch Themen, die niemand gerne hört, anzusprechen, gerade das Thema, was wir zuletzt hatten, sind wir denn schon eigentlich im Widerstandsparagrafen, wie sieht es denn dann eigentlich mit Steuern aus und so weiter. Das sind natürlich kritische Themen und da darf jeder seine eigene Handlungsweise von ableiten, aber ich bin froh, dass wir die Gelegenheit und den Raum immer wieder schaffen, genau diese Themen zu besprechen und ich hoffe, das hoffe ich sehr, weil ich glaube, das tut auch unserem Format sehr, sehr gut, wenn wir die Möglichkeit finden, auch die Zuschauer, vielleicht sogar im nächsten Jahr durch Spezialsendungen wieder, die wir machen werden, wieder mit mehr zu integrieren, dass der Zuschauer live mit dabei sein kann vielleicht, also wir arbeiten derzeit, das kann ich dir schon mal sagen, an Möglichkeiten, also unabhängig von Zoom, sondern auch bei dir direkt live senden zu können und so weiter, dass wir da vielleicht schaffen, den Zuschauer noch mehr mit abzuholen und ihn auch da weiter noch viel mehr mit zu integrieren und das ist auch der Aufruf und wie immer die Bitte an dich, lieber Zuschauer, ja, ein Abo und so weiter, das muss ich nicht weiter erklären, viel mehr gehe auf die Telegram-Geschichten ein, denn wir haben für, nicht nur für unsere Produkte, sondern natürlich auch für gewisse Themen, Gruppen, wo wir uns austauschen können, alleine die Blaupause-Gruppe und das klingt jetzt erstmal nicht viel, ist aber ein Gruppenchat mit mehr als tausend Leuten, wo du Fragen stellen kannst zu allen Bereichen, wo du Antworten finden kannst zu allen Bereichen, wo du die Möglichkeit hast, Kontakte herzustellen, dich auszutauschen und natürlich klar, auch die Produkte haben gewisse Seiten, wo wir transparent umgehen, wo die Leute ihre eigenen Erfahrungen damit reinschreiben haben und was wir damit merken ist, dass die Menschen miteinander arbeiten an diesen Themen, weil sie erkennen, nicht, dass das Produkt gut ist, ja, was es zweifelsfrei ist, sonst würde es nicht bei uns im Shop landen, sondern das Entscheidende dabei ist, dass sie miteinander erkennen, ich habe das gleiche Thema, ich arbeite auch gerade daran, ich bemühe mich auch gerade um das und das und das und das und das. Wie gehst du denn damit um? Wie machst du denn das? Und plötzlich entstehen Bekanntschaften, plötzlich entsteht ein Miteinander, auch auf der digitalen Ebene. Okay, aber warum nicht? Und da möchte ich euch bitten, liebe Zuschauer, in 2021 den verstärkten Fokus drauf zu legen, euch miteinander wirklich zu vernetzen bei den Plattformen, wo ihr euch einfach wohl fühlt. Das muss jetzt ja nicht nur beim Blaubeerwald sein und Blaupause und die ganzen Telegram-Geschichten, sondern es gibt ja unglaublich viele Angebote da draußen, wo man in Resonanz geht, wo man sich wohl fühlt und da sich einzubringen, das glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Marathon, den wir gehen. Und je mehr wir uns schneller vernetzen und zusammenarbeiten, umso mehr kann der eine dem anderen, bildlich gesprochen, auch mal Huckepack nehmen. Denn diese 43 Kilometer, das ist schon eine richtige Distanz. Ich war früher mal Langläufer, also das längste, was ich gelaufen bin, war ein halber Marathon und das auch in Zeiten, die natürlich jenseits von Gut und Böse sind. Aber ich habe es geschafft, ich bin angekommen. Aber ich hätte mir manchmal sehr gewünscht, dass mich einfach jemand, der schneller ist, mitnimmt. Und genau das ist doch, was wir heute versuchen und was wir heute auch lösen müssen, miteinander zu gehen, miteinander das zu gestalten. Und das wird 2021 ein zentraler Faktor, egal was da draußen wieder für Dinge geschehen, für Dinge uns erzählt werden, die geschehen sind oder die noch geschehen sollen und, 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 und. Das wäre mein Wunsch und das wäre auch mein dringlicher Appell, genau das auch wirklich anfangen zu leben, da in die Handlung zu gehen. Das ist ein zentraler, zentraler Punkt. Martin, magst du denn noch das eine oder andere, dir überlasse ich heute das Schlusswort, bist du denn schon durch oder hast du denn noch ein paar Worte? Ich bin durch. Was magst du denn den Menschen in 2021 persönlich? Persönlich, dass sie endlich aufwachen, dass sie endlich wirklich bereit sind und einen Mut haben, ihre Göttlichkeit in Besitz zu nehmen. beispielsweise sich selbst wieder in Besitz zu nehmen, was sie ja abgegeben haben, die meisten. Unsere Zustauer sind schon in Befreiung, sind schon in der Wiedererinnerung, fangen oder haben, sind schon voll drin in dieser Erinnerung, aber es geht weiter. Das Schuljahr ist nie zu Ende, meine Lieben. Das heißt, auch wenn wir diese ganze Krise überstanden haben, dann fängt das Lernen erst wirklich an, Spaß zu machen, weil es nicht mehr in diesem auch unter anderem kampfinduzierten Modus ist und Druckmodus und Leitmodus, sondern aus der Freude, aus dem Spaß, aus der Kreativität, aus der Neugierde, aus der Abenteuerlust, all diese Dinge. Aber es wird nie fertig werden. Also ich kann euch sagen, nach 30 Jahren in diesem Leben bewusster Entwicklung, ich bin noch fern von dem, wo ich hin will. Beispielsweise, ich bin es zwar schon, aber das dann wirklich im Alltag zu leben als Mensch, ist nochmal ein anderes Thema. Aber glaubt es mir, es wird nur besser. Jeden Tag, jeden Augenblick. Also ich glaube, wenn ihr euch einfach fragt, wollt ihr zurück? Wärt ihr lieber wieder der, der ihr vor einem Jahr wart oder vor zehn Jahren wart? Oder seid ihr nicht genau da, wo ihr jetzt seid, im Hier und Jetzt? Genau derjenige, wo ihr sagt, von allen Versionen, die ihr kennt, das ist die beste Version. Und so geht es weiter. Also ich kann euch nur ans Herz legen, liebt, was das Zeugs hält, feiert, was das Zeugs hält, umarmt, was das Zeugs hält, kümmert euch in Dreck, um irgendwelche Fiktionen, kommt es wieder zurück ins Leben und lebt das Leben wirklich in dieser Intensität, die jetzt zunimmt und zunimmt und zunimmt. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist eigentlich alles und ich freue mich auf jeden von euch, den ich entweder virtuell oder telefonisch oder sogar analog entsprechend begegnen darf. Ich finde es einfach das Schönste, das ist die schönste Berufung, die es gibt, einfach das Erwachen zu unterstützen und das Leben zum Erblühen zu bringen und zum Gedeihen. Wenn ihr noch einen guten Film möchtet, kauft es euch, Thrive On, der zweite Teil von Thrive, super erklärt, macht sehr viel Hoffnung, zeigt, wie weit das Erblühen und das Gedeihen schon vorwärts geht und dass eigentlich alles da ist, um wirklich unseren Planeten innerhalb von Nullzeit wieder zurückzuführen in einen paradiesischeren Zustand. Martin, danke euch. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Danke dir, Patrick. Und wir drücken uns dann wieder im Januar. Aber auf jeden Fall, Termin steht ja schon. Wir machen im Abschluss gleich schon die nächsten Termine für das nächste halbe Jahr. Also wir bleiben euch natürlich wohlgesund, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr uns natürlich auch. Das war Zeitqualität Nummer 23, die erste Folge im Jahr 2021. Möget ihr alle die Kraft finden, die ihr braucht, um genau diese Prozesse anzustoßen. Möge euch die Weisheit überraschen und auch überkommen, mit diesen Dingen auch umzugehen. Und ich bin sicher, wir werden auch hier wieder die Möglichkeit haben, viele, viele unserer Hausaufgaben zu lösen und zwar positiv, mit einem Häkchen dahinter und uns wieder auf den nächsten Schritt zu machen und den nächsten Weg zu gehen. Und wir werden das gemeinschaftlich tun. Das ist ein Versprechen. Und in diesem Sinne, wünschen wir euch natürlich nicht nur eine schöne Zeit in diesem Jahr, sondern auch einen guten Start in das neue Jahr. Lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.